Balzen und Verben regulieren. Das ist der Unterschied zur islamischen Welt. Die islamische Welt schaltet dieses Balzen und Verben ab. Wenn du eine Frau ansprichst und nicht mit ihr verheiratet bist, oh, haram, haram, schon mit den Augen hast du Sünde gemacht. Oh, du hast schon, weil du einen Schritt in die Richtung einer Frau gegangen bist, hast du schon eine Sünde begangen. Dieses Balzen, was ganz evolutionsbiologisch, ich bin studierte Biologe und Genetik und Zoologie waren meine Prüffächer. Also ich kenne mich mit diesen Sachen sehr gut aus. Und ich sage dir, evolutionsbiologisch ist es notwendig, dass Männer sich so gegenüber Frauen verhalten. Aber da kommen dann die gesellschaftlichen Spielregeln ins Spiel. Und die regulieren dieses Balzen und Verben. Und die hat der Islam komplett ausgeschaltet. Schau mal, das habe ich ja verstanden. Du hast ja gesagt, die Frau, warte mal, bitte, lass mich mal eine Frage zu Ende führen. Ja, ja, gerne. Es geht ja darum, die Frau, okay, Islam, wir akzeptieren das jetzt mal für einen Moment. Die Frau ist ausgeschlossen von der Gesellschaft. Sie ist unproduktiv, weil sie nur mit Frauen zu tun hat und nicht mit Männern. So, was ist jetzt mit dem Mann? Ist er jetzt genauso unproduktiv wie die Frauen? Selbstverständlich. Der ist jetzt auch okay. Selbstverständlich. Wir beide sind einfach, Männer und Frauen sind durch die Geschlechtertrennung alle unproduktiv. Männer und Frauen wirken am besten, wenn sie zusammen sind. In der Ehe ist es so und im gesellschaftlichen Leben ist es auch so. Es ist völlig in Ordnung, wenn Männer und Frauen auf allen Ebenen Berührungspunkte haben. Dass man sie nicht ausschließt. Dass man sagt, hey, wie im Islam, Männer dürfen mit Frauen nicht alleine in einem Büro sitzen. Oder unverheiratete Männer und unverheiratete Frauen dürfen sich nicht treffen und dürfen einvernehmlich Sex miteinander haben, weil das eine Sünde ist. Da blockiert man, da blockiert man die normalen zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber das ist doch, aber jetzt mal stoppen, warte mal. Ein Mann und Frau, wenn die Frau verheiratet ist und der Mann ist verheiratet, dann dürfen sie mit anderen Leuten sich treffen und normal nur Geschlechtszwecke haben. Habe ich das richtig verstanden oder bin ich jetzt hier? Ja, du hast das falsch verstanden. Ich habe gesagt, unverheiratete Männer und unverheiratete Frauen. Ah, verstehe. Aber okay, wer sagt das denn jetzt? Wer hat jetzt das gerade aufgestellt, dass es bei unverheirateten Frauen okay ist und bei verheirateten nicht? Wer hat das jetzt aufgestellt? Du jetzt? Du, das entscheidest du jetzt? Du entscheidest jetzt nicht als Kian? Wer verheiratet ist, der geht ein Ehebund ein. Das ist ein Versprechen, ein Vertrag. Und in diesem Ehevertrag setzt man verschiedene Kriterien für eine Beziehung fest. In Deutschland? Und eines dieser Kriterien ist, dass man in guten und in schlechten Zeiten, ganz besonders diese christliche Formel, in guten und in schlechten Zeiten, zusammen bleibt. Ich sage nur so, weil so sagt man das in der Kirche, ob man als säkularer Mensch in der Kirche heiratet oder nicht. Und dann gibt man in diesem Vertrag, spricht man sich auch eine gewisse Treue aus. Das heißt, die Treue in der Beziehung ist das Fundament, auf dem zwei Menschen zusammenkommen. Keiner der beiden Partner geht mit der Prämisse in die Ehe, es sei denn, die stehen beide auf Swinger-Clubs, dass sie sich verletzen, indem sie fremdgehen. Du gehst immer ins Extreme. Du gehst immer ins Extreme. Immer Swinger-Clubs. Nein, ich vergleiche, ich vergleiche, ich vergleiche. Gut, bitte. Schau mal, mein Lieber, du hast gerade etwas aufgestellt. Du hast gesagt, wenn ein Mann und eine Frau, wenn sie beide verheiratet sind, dann sollten sie das nicht tun, indem sie mit anderen vögeln. Aber wenn sie unverheiratet sind, dann können sie halt ihre Lust freien Lauf lassen. Selbstverständlich. Wenn zwei erwachsene Menschen sich verabreden, dann hat keine Religion, keine Gesellschaft, kein Staat und keine Politik, sich da einzumischen. Zwei vollmundige Menschen, die Erwachsenen, haben ein Recht, so oft miteinander zu schlafen, wie sie wollen. Ja, also du bist jetzt kein Populist jetzt. Schau mal, ich will doch einfach nur von dir wissen. Ich verteidige meinen ideologischen Standpunkt. Ja, ist doch okay. Guck mal, du greifst meinen an. Ich verteidige meinen auch nicht mal. Ich verteidige meinen auch nicht mal. Weil der Islam muss nicht verteidigt werden. Der Islam muss verteidigt werden. Der ist nicht so stabil. Nur, ihr lebt in eurer Bubble. Ihr lebt in eurer Bubble. Und deswegen denkt ihr, oh, der Islam ist uns schlagbar. Deswegen tauchen auch Ex-Muslime auf und versuchen Löcher an eure Narrative zu reißen. Warte mal, ja, Narrative zu setzen. Okay, aber warum wirkt ihr dann die ganze Zeit, also warum sagt ihr dann, der Islam und so, bald gibt es nur noch 20 oder 30 Millionen Deutsche und bald nicht mehr. Bald wird der Islam hier überall herrschen und die Scharia wird eingeführt, die größte Gefahr kommt. Ich dachte, das ist alles Blödsinn. Wovor habt ihr denn überhaupt Angst, wenn das alles Blödsinn ist? Wir sehen die Auswirkungen der muslimischen Zuwanderung. Das genügt uns. Straßengewalt, Messerattacken, Gruppenvergewaltigung. Wir sehen sehr viel Verhalten von Deutschland. Wir haben nie eine Angelegenheit von Deutschland. Damit müssen wir uns jetzt rumschlagen. Seit die ersten Türken in Deutschland sind, müssen wir uns damit rumplagen, dass Türken ihre Schwestern, ihre Mütter und ihre Ehefrauen ermorden. Aber Stürzenberger meinte eigentlich, dass die ersten Türken, die hergekommen sind, sehr, sehr integriert waren. Ich rede für mich selbst. Ich habe mit Stürzenberger nichts zu tun. Stürzenberger hat seine eigene Weltanschauung und ich habe meine. Ja, aber schau mal, schau mal, schau mal. Glaubst du wirklich, dass ein Stürzenberger oder dass ein Kian oder dass irgendwelche anderen Leute... Stürzenberger ist nur sieben Jahre älter als ich. Guck mal... Ich habe die gleiche Lebenserfahrung durch den Stürzenberger. Nur mit dem Unterschied, dass ich in einem patriarchalischen Islam groß geworden bin und Stürzenberger nicht. Das glaube ich. Du weißt, du hast es auch gesagt, dass du halt diese Al-Quds-Demos 17 Jahre lang organisiert hast und so. Ich weiß schon, mit wem ich rede. Schau mal, du wohnst auch, glaube ich, irgendwo in England oder irgendwie so etwas. Schau mal, mir geht es um Folgendes. Glaubst du, dass die Islamisierung Deutschlands, dass das noch verhindert werden kann? Glaubst du das wirklich? Jetzt mal Hand aufs Herz. Selbstverständlich. Glaubst du das? Und der Kipppunkt ist bald da. Ah, und dann? Haben wir Reichskristallnacht oder was haben wir da? Nein, dann gibt es Remigration. Dann werden die Menschen, die in frühester Zeit eingewandert sind, wieder nach Hause geschickt. Dann werden die Extremisten ausgewiesen. Und dann wird der aggressive Teil des Islam vom spirituellen Teil getrennt. Und die Muslime müssen sich an sehr, sehr strenge Religionsauflagen halten, wenn sie weiterhin mit uns in der Gesellschaft zusammenleben will. Aber der Wind wird sich drehen. Um was, wenn wir die Scharia hier in Deutschland einführen? Um was, wenn es klappt, dass die Muslime die Scharia hier in Deutschland einführen? Dann gibt es Krieg. Und ich bin der Erste, der sich als die Barrikade stellt und dann gegen die Einführung der Scharia kämpfen wird. Okay, um was, wenn zum größten Teil der Deutschen sich bewusst selber für die Scharia entscheiden, weil es einfach mehr Muslime als Deutsche gibt, als Leute wie dich? Dann wäre dieses Volk hoffnungslos verloren. Okay, also das heißt, du würdest dann auch Krieg machen? Dann würdest du auch Dschihad machen gegen die Muslime, weil jetzt die Mehrheit der Deutschen den Islam will? Würdest du auch Dschihad machen gegen die? Gott sei Dank, Gott sei Dank ist das sehr illusorisch, was du dort sagst. Aber ich dachte, wegen der Einwanderung. Wenn du dir anschauen kannst, wirst du sehen, dass die meisten Deutschen eigentlich eine große Allergie gegen den Islam haben. Na, das ist pappelapappel. Die meisten kennen den Islam doch gar nicht. Soweit sie den kennen, der lieben sind. Die sehen die Mentalität von Muslimen und das reicht ihnen. Okay, also wie gesagt, ich bin eher der Überzeugung, dass du noch, das sind so die, wie soll man das sagen, so die letzten Zuckungen eines Toten, wie bei euch jetzt, der jetzt kurz noch die letzten Schreie bringt, der Islam kommt, der Islam kommt, wir müssen ihn verändern, der kann man gar nicht mehr aufhalten. Schau mal, ihr Muslime seid nicht besonders erfolgreich bei eurer Propaganda. Erstens, eure Religion wächst nicht. Sie wächst nur in Deutschland durch die Zuwanderung, aber qualitativ, dass die Menschen den Islam hier annehmen, das passiert nicht. Zweitens, die islamische Welt liegt in Trümmern. Der ganze ruhmreiche Islam liegt alles in der Mülltonne. Und ich sage das so, wie es ist, ja, der Islam stagniert eure Gesellschaften, hält eure, bremst eure Gesellschaften aus. Ja, deswegen gibt es keinen Fortschritt, deswegen hinkt ihr auch nach mit der aufgeklärten westlichen Welt. Der dritte Punkt ist, der dritte Punkt ist, mit wie, wie wollt ihr denn, wie wohl außer durch Massenzuwanderung, die man kontrollieren kann, wenn wir die Grenzen zumachen können, ist der Traum von der sogenannten Islamisierung runter vom Tisch. Ja, ihr könnt mit keiner Armee der Welt, könnt ihr auch nur eine einzige europäische Nation herausfordern. Der einzige Grund, dass Deutschland fällt, wäre nur, dass wir der Massenmigration noch mehrere Jahrzehnte zugucken aus dem muslimischen Raum und dass dann die Mehrheitsgesellschaft der Deutschen gekippt wird und die Muslime die Mehrheit bekommen. Aber wenn die Türen zugehen, dann ist das nur ein feuchter Traum von den Muslimen. Okay, jetzt kommen wir zu meiner allerersten Frage zurück. Glaubst du, dass die Politiker dumm sind, warum sie so viele Menschen hier reinlassen? Du weißt es jetzt besser als die ganzen Politiker im Bundestag. Du weißt es besser? Was weiß ich besser? Also, du sagst ja, die Muslime, aufgrund der Migration werden sie Deutschland überbevölkern und sie werden die Scheria einführen. Und das ist die Natur der Muslime, weil sie aus diesem Kulturkreis kommt. Das ist ein archaerischer Stubel. Okay, okay, okay. Aber glaubst du, unsere westlichen Gesellschaften nicht islamisiert seit der Massenzuwanderung aus dem islamischen Raum? Nicht mehr Massen, mehr Kopftücher, mehr islamische Gewalt, mehr islamische Präsenz auf Europa. Es geht doch, warte doch mal, warte doch mal. Du bist zu schnell. Schau mal. Aber glaubst du, die Deutsche, die Bundesregierung, die weiß das nicht, dass es jetzt dazu führen kann, dass hier in Deutschland mehr Muslime sind und somit dann ein Anspruch auf die Scheria besteht seitens der Muslime? Also, ich meine nur, es muss doch eigentlich, also du kannst es doch nicht besser wissen als die Bundesrepublik Deutschland. Ich beobachte die politische Sache. Boah, da kann es nicht sein, dass ihr einfach nur Populisten seid und die gegen Muslime hetzen. Kann das nicht sein? Also, ja, ich weiß. Ich sage nur, kann es das nicht sein? Du willst mir damit sagen, dass der Islam im Grunde genommen ist eine zuckersüße Religion und all die Vorwürfe gegen den Islam sind bei der Haare herangehört. Aber siehst du nicht, wie zuckersüß ich gerade zu dir bin? Nein, ich höre jemanden, der im Hinterstübchen also den Hardcore-Islam durchsetzen möchte. Ich brauche hier gar nichts durchzusetzen. Das sehe ich auch an deinem Profilbild, das sehe ich an deinem Namen. Also, ich erkenne... Mein Name heißt Azazawi, das heißt nichts Islamisch, ich bin ein Saar. Schau mal einen praktizierenden, devoten und westfeindlichen Muslim. Ich brauche nur zu... Schau mal, schau mal, schau mal. Schau mal, du bist so einer. Warte, man hört zu, ihr Kurden habt uns, Sasas, jahrelang unterdrückt und... Sasas, du bist auch Kurde. Hört zu, na, siehst du, guck mal, das meine ich. Guck mal, siehst du, ist nur ein kurdischer Akzent. Nein, nein, ich glaube, zu glauben, dass Sasas ein eigener Bekörper ist. Schau mal, wenn ich Sasa mit dir rede, du verstehst kein einziges Wort. Das ist alles Unsinn. Du bist Kurde. Du leugtest meine Herkunft, du bist selbst meine Meinung nach wie... Die kurdische Sprache besteht aus vier Hauptdialekten. Stimmt doch gar nicht. Sasas geht vor, seine Gorda, eine Kurde. Warum? Dilimi. Und das sind die vier kurdischen Hauptakzenten. Nein, aber warte noch mal. Ein Akzent davon. Nein, stimmt doch gar nicht. Sasas ist eine eigene... Unsinn. Genauso wie die Jesiden behaupten, dass sie ein eigenes Volk sind. Die Jesiden sind Kurden mit einer heidnischen Naturreligion. Ich spreche hier nicht für Jesiden. Die Jesiden sollten sich selber sprechen. Ich spreche hier nicht für Jesiden. Was die sagen, das ist deren Sache. Damit habe ich nichts zu tun. Ich frage dich jetzt, warum mit Big auf Big und umbrechen, ihr Kurmanjis sagt mit Gewalt, ihr Sasas, ihr seid auch Kurden. Ihr seid Kurden. Guck mal, siehst du, du mit Zwang. Ich sage, ich bin Sasas, du sagst doch, du bist Kurden. Junge, Junge, ich war damals in meiner Jugend, war ich Jugendsprecher der PKK. Ja, das ist müde, egal. Und ich habe viele, 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 viele Kurden kennengelernt, die gesagt haben, dass sie den Sasas-Dialekt sprechen und sie haben sich alle als Kurden identifiziert. Ja, ja, ja. Ich habe die kurdische Geschichte auseinandergenommen. Und du bildest dir ein, dass du irgendwie etwas anderes bist. Du hast keine kulturellen Unterschiede zwischen Sasa und Kurden. Tut mir leid. Das ist doch nicht unser Thema. Lass mal, lass mal. Hinter deinem Profil verbirgt dich zumindestens... Nein, weil du meinen Namen angesprochen hast. Du hast gesagt, mein Name... Ich brauche jetzt über deine Herkunft nicht zu reden. Mich interessiert das auch nicht. Ja, aber warum hast du denn meinen Namen gerade als islamistisch angesehen, obwohl er nur Sasawi steht? Ja, du willst auf jeden Fall die Scharia... Ja, aber mein Name hat nichts damit zu tun. Du träumst von einer Scharia in Deutschland. Das genügt mir. Du bist... Wie jeder Muslim. Der Grund, warum ich existiere als Ex-Muslim, damit ich die Menschen davor warnen kann, dass wir Menschen in unserer Mitte haben wie du, der unser Nachbar ist, der unser Arbeitskollege sein kann, mit dem wir vielleicht die Schule oder die Universität teilen und so weiter und so fort. Ja, der dann einfach so... Im Hinterkopf planst du die Übernahme dieser Gesellschaft und träumst du auch sogar davon. Du verachtest auch unsere Gesellschaft, das weiß ich. Das höre ich auch heraus. Du verachtest das, dass die Menschen... Du kriegst es mittlerweile schon für mich jetzt. Dass die Frauen und Männer ungezwungen miteinander ins Bett springen und so weiter und so fort. Nur weil ich will, nur weil ich will, dass kein unzüchtiges Verhalten herrscht, bin ich jetzt Feindschaft der Gesellschaft oder wie? Bin ich jetzt der Feind der Gesellschaft? Du bist ein Feind unserer Gesellschaft. Hörst du zu? Nur weil ich will, dass die Frau nicht mit 500 Männern verkehrt, bin ich jetzt der Feind der Boom und der Gesellschaft? Sag mal, in was für einer Welt lebst du, Kian? Ich vertrete nicht. Ich vertrete nicht die Parole. Ich vertrete nicht die Parole, dass Frauen mit 500 Männern ins Bett gehen. Ich vertrete die Parole, dass eine Frau mit 500 Männern ins Bett gehen. Meine Güte, aber das macht mich doch nicht zum Feind der Gesellschaft. Selbstverständlich macht das dich zum Feind der Gesellschaft. Das entscheidest du jetzt als Kian? Weil du einer Frau diese Option gar nicht geben willst, ob sie mit 500 Männern ins Bett gehen soll. Nee, ich sag einfach nur, es ist das Beste und ich glaube, dass es so besser ist. Du willst Frauen einsperren, aber ich will den Frauen überlassen, ob sie sich selber kaputt machen wollen, indem sie mit 500 Männern ins Bett gehen. Nein, ich bin dafür, dass die Frau sich den Mann aussuchen kann, den sie will. Und sie kann sich aussuchen, wen sie will. Du hast nicht den Frauen anzureden, was sie dürfen, was nicht. Sehr nett von dir. Die Frauen werden sich bei dir bedanken, dass du bestätigst, wenn sie sich aussuchen. Komm mal, komm mal, das Problem bei dir ist, du sagst, wir sollen Frauen wert geben, sagst du. Ich sage, wir müssen Frauen keinen Wert geben, weil Allah ihnen schon Wert gegeben hat. Wer bist du, dass du Frauen wert bist? Ja, 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 alles klar. Ich frage mich, wer bist du, dass du Frauen wert bist? Allah hat ihnen zum Beispiel kein Entscheidungsrecht gegeben. Allah hat ihnen halbes Stimmrecht vor Gericht gegeben. Allah hat ihnen halbes Erbrecht gegeben. Ah, jetzt kommt die wieder mit seinem Gefährdung in Halbwissen. Ja, das ist nicht der Wert, den die Frauen in diesem Land sich hier wünschen. Ah, Wert, Wert. Siehst du, guck mal, verstehst du, du berufst dich dahin und du willst jetzt den Frauen irgendeinen Wert geben? Ich bin ein Vertreter der aussehrerischen Werte. Ich bin kein Vertreter des Islam. Ich sitze hier als Gegner, als Todfeind des Islam. Ja, aber da bringt ja nicht viel, aber ich mache dir gerade Werbung für den Islam, ohne es zu merken. Na, überhaupt nicht. Also deine paar Cheerleader, die hier im Chat sind jetzt, die paar Muslime, die hier rumjaulen, werden die meisten Menschen in diesem Chat hier sagen, wir hören, dass du Frauen vorschreiben willst, ob sie sich einen guten Mann wählen können und mit dem dann für immer im Knast gehen. Hallo, Kian, Kian, guck mal, ich bin seit einer halben, dreiviertel Stunde hier drin, die Beleidigungen, die unten gegenüber mich da sind, ich habe nicht einmal meinen Mund drauf gemacht. Jetzt habe ich zwei Muslime und zwei Kommentare gemacht und holst du rum wie so eine kleine Memme. Sorry, aber... Ja, Entschuldigung, hier, hier, zum Beispiel, jemand schreibt Abdurrahman, Muschrik Murtad. Götzeanbeter, Abtrünniger vom Islam, Abdurrahman zum Beispiel, ein Muschrik, ein Abtrünniger vom Islam. Alle Abdurrahman folgen, das ist, scheint ein sehr, sehr lieber, netter Junge zu sein, aber ist doch, guck mal, aber er nennt das, es gibt doch beim Namen, du bist für uns ein Abtrünniger, du bist doch, du sagst doch selber, dass du abtrünnig geworden bist vom Islam, das ist das Urteil, wo ist das Problem? Also, er hat, er hat, das ist doch keine Beleidigung, dass das islamische Beleidigung, was, was droht einem Murtad, in einem funktionierenden islamischen Staat. Die Todesstrafe in einem funktionierenden islamischen Staat. Ja, also, und dann willst du mir erzählen, dass es keine Beleidigung für mich ist, wenn mich jemand... Aber hier in Deutschland ist... Ich erzähle mich, Murtad, aber es ist nicht eine Beleidigung für die Vernunft und für die Religionsfreiheit, wenn ein Mensch, der den, der den Islam verlässt und den Islam öffentlich debattiert, zum Tode kommen soll? Laut den Juden ist das passiert. Laut den Judentum, laut den orthodoxen Juden... Weil er nicht mehr an Gott glauben kann. Laut, laut den, hör zu jetzt, hör zu, laut den orthodoxen Juden... Du musst mir nicht erzählen über das, ich kenne es sehr gut. Aber das, das sprichst du nicht da an. Was soll ich, was? Bei den Juden, Apostasie bei Todesstrafe bei Juden existiert. Ich pfeife auf das Judentum, ich sitze hier als Ex-Jude. Oh, ey, 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 ist gefährlich. Ich habe mit der Tora nichts am Hut, ich habe mit der Bibel nichts am Hut. Aber trotzdem, hör auf die anderen Reden Juden zu bleiben. Nein, du hast vorhin für Jesiden geredet, du hast für Kurden geredet, für Juden geredet. Ich sage, ich habe kein Recht für diese Leute, für ihre Religion zu reden. Jeder kann für seine Religion selber reden. Ich bin ein Muslim, ein sunnitischer Muslim. Und wenn du diesbezüglich etwas sagen möchtest, dann sage ich was dazu. Aber bezüglich Jesiden oder anderen Leuten oder Juden, da muss ich nichts über diese Religion sagen. Eben, deswegen hole auch keine Juden. Aber du redest immer für andere Religionen, du redest immer für das Christentum, für Judentum, für Jesiden, für Alevitin. Nürnberg habe ich für das Christentum geredet, ich habe gesagt, ich rede nicht über Judentum und nicht über das Christentum, weil das nicht meine Steckenpferde sind. Ich komme aus dem Islam und ich rede über diese Religion, mit der ich groß geworden bin. Ja, okay. Über das Schietentum kannst du ja reden dann. Aber nicht über das Sunnitentum. Doch, über das Sunnitentum rede ich auch. Ich bin bestens ausgebildet in deiner Religion, in deiner Sekte. Guck mal, siehst du, jetzt wirst du wieder herablassen. Dann google mal das Wort Sekte, dann wirst du sehen... Nein, aber du sagst das ja schon in einem aggressiven Unterton. Was bedeutet Sekte? Kian, du kannst es als Sekte betrachten, aber du sagst es in so einem aggressiven, herablassenden Unterton, dem es gefällt. Schaue, was ist eine Sekte? Und dann kannst du, dann höre auf mit deiner künstlichen Beschwerde. Ich beschwere mich doch nicht. Ich will einfach nur eine vernünftige Untertonung. Sekte kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Lehre und Schulrichtung, wie Maschab. Und beschreibt eine religiöse Richtung innerhalb einer übergeordneten Religion. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Sekte ist eigentlich halt die nicht sachgerechte Auslebung einer Religion. Nein, das stimmt nicht. Dann geh mal zu Merriam-Webster. Das ist das große amerikanische Dictionary. Und dann wirst du sehen, was Sekte bedeutet. Schau mal, Schau mal, Schau mal, Kian, die Assoziation bei Sekten ist halt das nicht. Du bist eine Sekte, wie der Schia-Islam eine Sekte ist. Aber schau mal, schau mal, schau mal. Die Assoziation hier in Deutschland für jemanden, der hier geboren und aufgewachsen ist, ist Sekte gleich nicht sachgerechte Auslebung einer Religion. Das ist Sekte. Ich kann nichts dafür, dass du mit den Begrifflichkeiten nicht richtig jonglieren kannst. Das ist auch für mich völlig unwichtig. Die Tatsache ist, dass du eine Religion anwirst, die durch den Staat, wenn sie abtrünnig werden von der Religion. Das macht deine Religion schon zu einer der unmoralischsten Religionen auf dieser Erde. Keine andere Religion maßt sich an, die Anhänger, die sie verlassen, zu ermorden. Das kann nur der Islam. Ich frage dich jetzt. Ich will mal gucken, ob du wirklich gerecht bist. Okay? Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Du sagst, man soll Terrorismus bekämpfen, kann ich nachvollziehen. So, das, was jetzt im Gazastreifen passiert. Eigentlich kommen wir zum Lieblingsthema. Gut, wunderbar. Glaubst du, ich würde das nicht kommentieren, was du sagst. Ich möchte, dass du einfach nur darauf eingehst. Sonst du, erlaube ich dir. Meinst du einfach so halt dieses, einfach komplett nicht zu unterscheiden zwischen Kind, Groß, Klein. Man tötet ja jeden da aktuell. Und schau mal, die Videos sind da, die Aufnahmen sind da, die ganzen Sachen sind da. Dass man sogar den normalen, guck mal, das ist doch jeder normale Mensch. Guck mal, selbst wenn du einen Gefangenen hast, dem musst du doch die Möglichkeit geben, dass sie halt Wasser trinken. Dass sie halt wenigstens ein bisschen Strom haben. Du hast doch alles. Du bist eine verdammte Atommacht. Und du verwehrst deinen Feinden sogar Wasser. Wasser sollte Menschenrecht sein, meiner Meinung nach. Also, Allah weiß es am besten so. Aber das wird sogar den Leuten da verwehrt. Und ich frage dich jetzt, dieses Wasserbomben vom Gazastreifen. Wie lässt sich das mit deiner Menschlichkeit, okay, so, dann vereinbaren, bitte. Zunächst einmal, die Hamas hat selber dafür gesorgt, dass die Infrastruktur, die Wasserzufuhr in den Gazer verloren gegangen ist, indem sie nämlich aus Materialmangel die Wasserleitung genommen haben, um daraus Bomben zu bauen. Ja, das ist der erste Schritt. Hamas hat selber daran mitgearbeitet, dass es keine Wasserzufuhr gibt im Gazer. Ja, zweitens, Israel ist ein anerkannter Staat. Israel wurde von einer Horde von Dschihadis angegriffen. 1200 Tote war das Ergebnis an einem Tag. Und Israel hat gebührend darauf geantwortet. Glaubst du, wenn ein Staat zuschaut, wie eine Guerillatruppe über die Grenze kommt und Kinder Babys... Aber warum kann man sie dann passieren lassen? Moment, 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 lass mich mal ausreden. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ein Staat, das beobachtet hat, dass seine Bürger, die Kleinsten, die Babys, in eine andere Region entführt wird, dass dieser Staat nicht zurückschlägt. Ich begrüße die Aktionen der Israelis absolut. Auf die Zivilbevölkerung. Wie bitte? Auf die Zivilbevölkerung. Ohne zu... Auf die Zivilbevölkerung. Israel schließt die Zivilbevölkerung nicht ein. Hamas bindet die Zivilbevölkerung in ihren scheinheiligen, mörderischen Kampf gegen Israel ein. Okay. Nicht umgekehrt. Kein Problem. Hamas, kein Problem. Lass uns die Hamas vernichten komplett. Okay, akzeptiere ich. Aber was ist jetzt mit denen, die nicht zu Hamas gehören? Was ist mit denen? Kann man die jetzt einfach alle um... Einfach mal hier... Mucks. Töten alle. Ist das erlaubt? Ist dir bekannt, wo die Hamas operiert? Operiert die Hamas aus den Bergen, aus den Tälern, von freien Feldern oder aus der Wüste? Das heißt doch, um die ständig... Direkt aus den palästinensischen Wohngebieten. Aber guck mal... Damit verschulden sie die Attentate oder beziehungsweise das Sterben. Direkt selbst. Okay, aber Netanyahu sagt, wir führen gerade chirurgische Kriegsführung, sagen die. Wir töten keine Zivilisten. Das stimmt doch alles gar nicht, sagen die. Also ich meine nur... Nein, das sagen sie nicht. Sie sagen sie nicht. Sie wissen, dass von den 8.000 bis 10.000 Palästinenser, die bis jetzt gestorben sind, sicherlich Tausende von Zivilisten darunter sind. Aber wer ist schuld? Nein, es geht aber auch nur um, dass man einen Unterschied macht. Also Kollateralschaden akzeptiert ja jeder. Hamas, die angegriffen hat und Hamas, die sich jetzt feige in der Zivilbevölkerung versteckt oder Israel, das keine andere Wahl hat, sich gegen einen barbarischen Gegner zu verteidigen, der 25.000 Raketen auf Israel abgeschossen hat. Am ersten Tag 5.000. Schau mal, Hamas sind so oder so halt die Marionette von Israel selber. Also es ist jeder, der ein bisschen klar verstanden ist, der weiß das. Lüge. Die Hamas wurde nicht von Israel gegründet. Nö, nicht nur das, sondern sich nach wie vor unterstützt worden ist. Wenn ich mir einen Beweis, der zeigt, dass die Hamas von Israel gegründet worden ist. Das heißt, wenn ich sage, dass die Hamas von Israel unterstützt worden ist, ist das etwas anderes, als wenn du sagst, die Hamas wurde von Israel gegründet. Das ist eine Lüge. Doch, 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 sie wurde von Israel gegründet. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe meine Nase reingesteckt und ich sage, das stimmt nicht. Ja, weil du dann nach den Offiziellen irgendwo... Nein, nicht nach den Offiziellen. Nicht nach den Offiziellen. Israel hat selbst zugegeben. Eine Frage. Dass Hamas finanziell unterstützt hat. Eine Frage. Wenn du eine Aussage von Netanyahu selber hast, wo er dann sagt, wo er sagt, hör zu, wo er Folgendes sagt. Ja, jetzt kommt Haaretz 2019. Hört zu. Jetzt kommt Haaretz 2019. Richtig? Hör doch zu, bitte. Lass mich bei der Frage... Du denkst mal für mich mit. Wenn jetzt jemand... Hör zu jetzt, aufmerksam. Wenn jetzt Hamas sagt, die Israel sagt, Netanyahu sagt, der größte Schutz für Israel ist Hamas... Haaretz 2019. Okay, du bist viel zu schnell. Erklär mal, was bedeutet das? Ja. Ganz einfach. Ja. Es musste eine Gegenbewegung zur PLO und Vatah Bewegung gegründet werden. Au! Warte, 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 warte. Ah! Nein, nein, warte, 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 warte. Ich habe mich versprochen. Ich habe mich versprochen. Die Israel... Ich habe eben gerade gesagt, sie haben sie nicht gegründet. Deswegen war es ein Widerspruch, was ich jetzt gesagt habe. Ich sage doch... Jetzt hör auf. Ich habe ein Widerspruch. Ich habe eben gerade gesagt, sie sind nicht gegründet worden. Ich habe mich versprochen. Ja, ich darf auch einen Versprecher haben. Die PLO, die Hamas wurde 1987 von Sheikh Ahmed Yassin, einem ägyptischen Kleriker, der an der Al-Azhar-Universität in Kairo studiert hat. Und bereits in den 60er-Jahren schon an Charity-Arbeit im Gazastreifen unterwegs war. Dieser Mann hat 1987 die Hamas gegründet. Die Hamas hat sich damals nicht als eine nationale Widerstandsbewegung verstanden, sondern als eine Charity, als eine soziale Bewegung, um die Not der Menschen im Gaza zu minimieren. Nein, warte bitte. Du holst zu weit aus aber. Nein, muss ich. Weil sonst unterstellst du mir, dass ich gesagt habe, Israel hätte sie gegründet. Hast du doch gerade gesagt... Die Hamas, ich habe eben gerade gesagt, das war ein Versprecher. Hamas wurde durch Sheikh Ahmed Yassin ohne Einfluss der Israelis gegründet. Die Hamas war eine jahrelange Charity-Organisation. Eine Organisation, die sich darauf konzentriert hat, Schulen, Krankenhäuser, soziale Einrichtungen und so etwas wie ein Finanzsystem aufzubauen, damit die Menschen im Gaza besser leben können. Und sie hatten kein Interesse an einem nationalen Konflikt mit Israel. Sie waren keine Nationalbewegung, sie waren eine reine islamische Bewegung. Deswegen haben sie zwar gesagt, ja PLO, wir unterstützen euren Kampf gegen Israel, aber wir mögen es nicht, dass ihr in euren Autonomiegebieten oder in den Gebieten der Palästinenser Wahlen abhaltet. Damit wollte die Hamas nichts zu tun haben. Im Laufe der Jahre ist die Hamas herangewachsen. Und das war der Moment, wo Israel gesagt hat, sie fördern die Hamas, um die PLO zu schwächen. Und das war eine strategisch-politische Entscheidung, um die PLO aus dem politischen Rennen zu holen. Denn die Hamas hat angefangen, die PLO zu kritisieren. Und das wollte die Israel verstärken. Und deswegen hat Israel die Hamas unterstützt. Aber irgendwann mal ist die Hamas eine militärische Bewegung geworden. Und dann wurde die Hamas ein Selbstläufer und hat das Geld von Israel dann nicht mehr genommen. Und er hat dann sich auf die eigenen Füße gestellt und ist wie die PLO zu einer Nationalbewegung geworden. Und hat die PLO faktisch irgendwann mal in dem Jahr 2000 ausgeschaltet im Gazastreifen. Deswegen gibt es heute keine PLO mehr im Gazastreifen, sondern nur noch der islamische Jihad und die Hamas. 2019. Guck mal, die Aussage von Netanjahu. Die größte Garantie für die Existenz von Israel. Ich kenne diese Aussage. Okay, aber was sagst du? Kommentier das doch mal bitte. Du wolltest doch was kommentieren. Ich habe gerade die erklärt, was er damit gemeint hat. Nein, aber was hat er da genau gesagt? Kannst du das wiedergeben? Er hat damit gemeint, wenn man einen Palästinenser-Staat verhindern möchte, dann muss man sich auf die Seite der Hamas stellen. Denn die Hamas war bis zu diesem heutigen Zeitpunkt, vor dem 7. Oktober, hat die Hamas zwar immer wieder Angriffe auf Israel gestartet. Und zwar hunderte von Angriffen. Aber Hamas hat sich nicht als eine nationale Befreiungsbewegung geoutet, bis Hamas die Hamas-Charta entworfen hat. Und dann erst in der Hamas-Charta, da hat die Hamas 1988 diverse Punkte aufgesetzt, dass wir uns dem Befreiungskampf anschließen müssen und so weiter und so fort. Dann später wurde die Hamas-Charta ergänzt durch mehrere Artikel, in dem zum Beispiel stand, wir sind eine nationale Bewegung, die die Auslöschung des Staates Israel anstreben. Und dann wurde die Hamas auch zu einem Problem für die Israelis. Und mehr ist das nicht. Warte mal eine Sekunde. Eine Sekunde. Man hört dich, ne? Du kannst stumm machen, wenn du willst. Nicht, dass du dir was preisgibst, was du nicht willst, hier live. Also Leute, peace out. Folgt mir alle für neue Formationen. Nein, alles gut. Ich mache jetzt hier keine Propaganda, während er nicht da ist. Wäre nicht fair. So, ich bin wieder zurück. So, und in der Hamas-Charta wurde schlussendlich dann das festgelegt, worauf Israel nicht vorbereitet war, nämlich die komplette Auslöschung, die komplette Auslöschung des Staates Israel damit hat. Israel war nicht... Komplette Auslöschung des Staates Israel damit hat. Okay, so, weiter geht's. Weiter geht's. Gut. Okay, hier sieht man, er schafft es, glaube ich, nicht hoch. Dann, goodbye. So, dann der Nico. Wobei ich gesagt habe, dass mir nicht so sehr Leute wichtig sind, die mit mir einer Meinung sind. Ja, also, ich kenne diese Zeitungsartikel. Die haben auch nur diesen einen Zeitungsartikel. Ja, die haben wirklich nur diesen einen Zeitungsartikel. Leute, ich bitte euch auch zu liken, 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 liken. Bitte pusht meinen Stream hoch. Das ist mein neuer TikTok-Kanal und der braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Sie haben nur diesen einen einzigen Beweis von einem israelischen Zeitungsausschnitt von 2019, den es online verfügbar gibt. Haaretz 2019. Netanyahu sagt diese folgenden Dinge. Und darauf bauen sie ihren Mythos auf, dass Israel die Hamas aufgebaut hat. Das ist totaler Bullshit. Das ist totaler Bullshit. Ja, und das ist der Unsinn. Sie machen nicht ihre Hausaufgaben und dann wollen sie mich konfrontieren, der seine Hausaufgaben gemacht hat. Und dann kommt dieser Unsinn. Aber ihr habt gesehen, egal wie aufgeschlossen dieser junge Mann hier war, am Ende träumt er von einer Islamisierung Deutschlands. Glaubt ihr denn, meint er, dass wir, dass ihr noch die Islamisierung, dass ihr die Scharia in Deutschland noch aufhalten könnt, sagt er? Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Ist doch nicht schlecht, oder, liebe Freunde? Das ist die Realität. Er möchte diese Gesellschaft, und er ist einer, der hier geboren ist wahrscheinlich. Jetzt stellt euch mal all die devoten und gläubigen Muslime vor, die zu uns einwandern. Wie tief muss die Verachtung für das westliche Leben sein, dass so ein Hinterwettler aus Syrien oder Afghanistan seine Ideologie bei uns installieren will und er keine Wertschätzung hat gegenüber unserer Gesellschaftsordnung. Das ist wirklich scheußlich. Wirklich scheußlich. So, mal gucken, der Nächste. Hallo. Na, Kian, wie geht's dir? Ja, wunderbar, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Lange nicht mehr gesehen. Ich kann mich nicht an dich erinnern. Schau mal ein Foto, dann wirst du dich an mich erinnern. Oh, da muss ich mal gucken, ja. Kann ich nicht sehen. Du warst vor ein paar Jahren. Ich kann es nicht aufrufen. Du warst in Dortmund vor ein paar Jahren. Ich hab dich nicht... Ah, ja, ja, okay. Was möchtest du zu dem Thema sagen? Israel, Palästina, Shia, Sunni? Was soll ich sagen? Traurig. Meine persönliche... Meine Person steht hier nicht zur Debatte. Ich will es nur vorweg sagen. Ich sag nur... Deswegen sag ich nur... Deswegen sag ich nur... Traurig. Belass es dabei, beim Thema zu bleiben. Wenn du persönlich wirst, dann wirst du weggedrückt. Wenn du was zum Thema sagen kannst, ich weiß, du bist aus meiner alten Community. Bitte schön. Also was ich dazu sagen kann, zu Palästina und Israel, traurig, ne? Inwiefern? Ja, das unschuldige Menschen sterben auf beiden Seiten. Kinder, Frauen. Okay. Akzeptierst du das Existenzrecht Israels? Was hat das damit zu tun? Das ist für mich sehr wichtig. Warum? Weil es für mich eine Grundsatzfrage ist, ob ich mit jemandem spreche, der das Existenzrecht Israels nicht akzeptiert. Dann sind nämlich alle anderen Beteuerungen über die armen Opfer auf beiden Seiten ist dann für die Katz. Dann spielst du nur ein Spiel. Aber wenn du sagst, ja, die Juden haben auch ein Recht auf diesen kleinen Staat dort. Und dann habe ich eine andere Eingangsvoraussetzung mit dir. Wenn du das Existenzrecht hast, dann muss ich alles in Frage stellen, was du bezüglich dem Recht auf Leben und Leben lassen in Beziehung auf Palästinenser und Juden oder auf Palästinenser und Israelis, dann sagst. Wie sind denn die Israelis da hingekommen? Die sind da nicht da hingekommen, die waren schon immer dort. Und wenn du fragst, ob zum Beispiel ein russischer Jude oder ein polnischer Jude, ein amerikanischer Jude oder ein Jude aus Deutschland keinerlei Berechtigung hat, in dieser Region zu leben, dann irrst du dich. Denn die Juden sind die Nachfahren der zwölf Stämme Israels. Und die zwölf Stämme Israels haben alle spezifische Namen. Ja, und diese zwölf Stämme Israels, du wirst oft werden, der berühmteste Nachnamen bei Juden ist Levi. Ja. Ja, weil das zum Beispiel zu den, weil das zum Beispiel zu den, einer der zwölf Stämme gewesen ist, der Stamm von Levi, der Stamm von Simeon oder von Benjamin und so weiter und so fort. Das sind die Nachfahren dieser zwölf Stämme. Und die Juden haben eine konkrete Beziehung zu diesem Land, was die Palästinenser nicht haben. Mal abgesehen davon, dass es ein Volk, die die Palästinenser nicht gibt. Es gibt also das israelische Volk. Ja, deswegen haben sie sich auch Israel genannt. Ja, das hat schon seinen Grund, warum sie Israel heißen, weil sie die zwölf Stämme Israels waren, ihres Gottes. Lassen wir den theologischen Aspekt mal beiseite, weil ich nicht mit der Tora das Existenzrecht Israels rechtfertigen möchte. Das können die Religiosen übernehmen. Ich rechtfertige das Existenzrecht der Juden in dieser Region aufgrund ihrer genetischen Abstammung mit den restlichen Juden, die dort leben. Sie haben ein Recht, dort zu leben, weil historisch gesehen eine 3500 Jahre alte Geschichte die Juden mit diesem Land verbindet. Die Araber nicht. Wahrscheinlich sind die Araber, die jetzt in dieser Region leben, wahrscheinlich aus dem 12. Jahrhundert über das Mittelmeer gekommen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich waren es nicht mal Araber, sondern wahrscheinlich kommen sie von Malta und haben sich eine Zeit lang in Nordafrika angesiedelt und sind dann, haben sich mit den Berber vermischt und sind mit den Berbern und mit den Beduinen-Stämme dann schlussendlich in die Region des heutigen Palästinas gekommen oder des heutigen Israel. Die Juden aber haben nicht nur Königreiche dort gehabt, nicht nur, dass sie eine lebendige Geschichte mit dieser Region hatten. Das ist der große Unterschied zu Palästinenser. Sie haben gar nichts. Sie haben keine Flagge, sie haben keine politische Entität, sie haben keine Kultur, die sich unterscheidet von den Rest der Völker dort. Sie sind Araber, Transjordanier, Syrer und manchmal auch Ägypter. Das ist es, was sie sind. Aber die Juden sind Juden. Auch wenn sie verwandt sind mit den Arabern. Sie müssen nicht mit den Palästinensern verwandt sein. Die Araber haben genauso ein Recht, dort zu sein und dort zu leben. Selbstverständlich. Die, die dort immer gelebt haben, haben ein Recht, dort zu sein. Richtig. Ja. Also die haben alle, jeder Mensch hat Recht, eigentlich, egal wo auf der Erde, gemeinsam mit den anderen zu leben. Selbstverständlich. Ich bin absolut dafür, dass die Araber, die dort gelebt haben und dort ihre Kinder bekommen haben, dass sie ein Recht haben, auch dort nicht gestört zu werden in ihrer Existenz. Die Tatsache, dass Israel 1948 bei seiner Staatsgründung dieses Angebot auch den Arabern gegeben haben, dass die Araber abgeschlagen haben, kommt, werdet Teil dieses prosperierenden Staates. Lasst uns gemeinsam eine Zukunft aufbauen, war die erste Rede von Ben-Gurion in der israelischen Knesset. Und die Araber haben damit wie geantwortet? Mit Krieg. Mit Armeen. Das war deren Schuld. Sie haben im Zuge ihrer Angriffe haben sie Territorium verloren. Die Israelis haben ihnen nicht Territorium weggenommen. Gaza-Streifen war bis 1948 unter der Kontrolle der Ägypter. Dann haben die Ägypter, die Syrer und die Jordanier angegriffen. Dann haben sie den Gaza-Streifen verloren. 1967 haben weitere, haben glaube ich, zehn oder elf arabische Armeen angegriffen. Jordanien hat Jerusalem verloren. Syrien hat die Golanhöhen verloren. Und schlussendlich hat Israel das Westjordanland eingenommen. Immer nur dann, wenn es Krieg gab, hat Israel expandiert. Weshalb es eine große Lüge ist, zu behaupten, Israel will sich immer weiter zu einem Groß-Israel ausdehnen. Nein. Israel hat alles wieder zurückgegeben. Den Gaza-Streifen hat es 2005 abgegeben. Der Westjordanland hat es abgegeben. Die Westbank hat es abgegeben. Und jetzt ist Israel eingeklemmt. Und das war alles. Der Worte eingeklemmt. Die Einzigen, die hier eingeklemmt sind, sind noch die Leute, die in Gaza leben. Total umzäunt, ummauert. Aber erst einmal ist nur ein kurzer Teil von Gaza ist, ummauert. Der Rest ist ein Zaun. Und der beste Beweis ist ja, dass die Dschihadis genau an der Stelle von Gaza nach Israel eingedrungen sind, wo der Zaun halt eben, wo halt eben nur ein Zaun war und keine Mauer. Das heißt, es gibt nur einen kurzen Teil. Von da, wo die meisten Attentate auf Israel stattgefunden haben, da gab es eine große Mauer. So, der andere Punkt ist, der andere Punkt ist, die Gaza-Bevölkerung hat sich vermehrt. Ja, bereits jetzt leben im Gazastreifen sechsmal mehr Menschen als noch vor 1988. Es ist nicht Israels Schuld, dass die Araber dort aus allen Nähten platzen, weil sie mehr als zwei, drei, vier Kinder machen. Das ist nicht die Schuld von Israel, dass sie jetzt aus allen Nähten platzen. Verstehst du, was ich damit meine? Ja, aber trotzdem, schau, was da abgeht, Mann. Seit Jahren, seit Jahren fliegen da Bomben um die Ohren der Zivilbevölkerung, Krankenhäuser, Schulen. Das kann man doch alles nicht leugnen. Sogar Nicht-Muslime, sogar Leute, die damit nichts, mit dem Land nichts zu tun haben. Dann schau dir mal die Timeline an von palästinensischen Attacken seit 2020. Hundert von Angriffen aus den besetzten Gebieten gegen Israel. Israel reagiert nur, aber der sogenannte palästinensische Widerstand agiert. Aktion gleich Reaktion. Selbstverständlich muss Israel darauf reagieren, wenn die Palästinenser Raketen auf ihr Hoheitsgebiet abschießen. Selbstverständlich muss Israel darauf reagieren, wenn 1200 ihrer Bürger abgeschlachtet werden, wenn 300 Menschen entführt werden in eine andere Region, inklusive Babys, dann glaubst du doch nicht allen Ernstes, dass der Staat ruhig bleibt und sagt, wir holen uns unsere Bürger nicht zurück. Und dann noch dazu kommt, dass sich die Hammers, wie feige sie auch sind, wie diese Großmäuler, sich auch noch in Zivilgebieten versteckt, weil die geografische Lage ihnen keinen offenen Kampf ermöglicht. In Russland können die Russen und die Ukrainer auf einem sehr großen Landfeld, können sie gegeneinander kämpfen. Das ist überhaupt kein Problem, weil genug Land da ist, sodass man den Konflikt weitgehend, weitgehend aus den Städten heraushalten kann. Aber in Gaza ist das nicht möglich. Das weiß die Hammers und deswegen hat die Hammers all ihren Widerstand gegen Israel oder ihren Terrorismus gegen Israel in die Wohngebiete verlagert. Und wie soll Israel bezüglich so einer Angelegenheit vorgehen, wenn 50.000, 60.000 Hammers-Kämpfer direkt aus den Wohngebieten operieren und ihre Abschussrampen hinter Supermärkte, hinter Krankenhäuser, hinter Werkstätten, hinter Kaufhäuser, hinter Lagerhallen verstecken, unter Krankenhäusern, direkt auf Hochhäuser, wo Menschen leben. Sorry. Aber Israel ist offenbar der einzige Staat auf der Welt, von dem die Menschen erwarten, dass es so präzise Krieg führt, wie kein anderes Volk in der Geschichte der Kriege. Ich schaue, Bro, das kannst du nicht so sehen. Wegen ein paar Terroristen komplette Bezirke bombardieren, wo auch Zivilisten leben. Das ist gegen das Kriegsrecht. Das ist gegen die Menschenrechte. Das geht nicht. Du kannst dein Krankenhaus bombardieren zum Beispiel, nur weil da zählen die Terroristen. Das hat Israel nicht gemacht. Der Krankenhausbombenmythos, der wurde zumindest in diesem Fall komplett aufgehoben. Wenn irgendwo zum Beispiel in einem Gebäude oder so Terroristen sich befinden, da muss eine Spezialeinheit rein. Dafür wurden diese Leute ausgebildet. Ist dir klar, was das bedeutet? Da kommt keine Spezialeinheit. Da kommt keine Spezialeinheit. Und Israel hat bereits Gaza betreten. Die Tatsache, schau mal. Erstens, Israel ist eine reguläre Armee. Was sich dort abspielen würde, wäre ein Häuserkampf. Haus für Haus. Israel kennt aber sehr gut, Israel hat faktisch jedes Haus in Gaza mit einer Nummer nummeriert. Die Kommandeure brauchen Lust zu sagen, Haus Nummer 14 wird bombardiert. Dann bricht auch nur Haus Nummer 14 zusammen. Israel weiß sehr gut Bescheid über die Logistik, über die Aufbau, über die Abschussrampen, über die Kommandozentralen und so weiter und so fort. Und alle Arme muss Israel operieren. Israel muss erst mal die Zivilbevölkerung da rauskriegen und dann wird die Hamas aus dem Gaza getilgt. Ja, aber alles, was man in den Videos sieht, sind tote Kinder, Frauen, ältere, normale Zivilisten. Ja, eine Katastrophe, eine Katastrophe. Liegt aber auch daran, dass die Hamas die Menschen nicht abziehen lässt. Israel hat mehrere Techniken angewendet. Israel hat den Mobilfunkverkehr übernommen und hat Textnachrichten auf jedes Handy in Gaza geschickt. Israel hat Millionen von Flugblättern abgeworfen mit der Bitte, diese Region zu verlassen. Israel hat das Radio eingesetzt und hat gesagt, verlasst diese Region. Denn dort gibt es Hamas-Zentralen, da gibt es Hamas-Bunker, da gibt es Hamas-Versorgungsstätte, Hamas-Tunnel. Bitte verlasst es. Israel hat ein Ultimatum gestellt von 12 Stunden bis 24 Stunden. Dann hat Hamas im offiziellen Rundfunk gesagt, in ihrem eigenen Rundfunk, ihr verlasst es nicht. Sie haben die Ausgänge zu der Stadt blockiert und haben die Menschen gezwungen, wieder zurückzugehen. Hamas opfert seine Bevölkerung, nicht Israel. Israel muss seinen Job machen. Israel muss die Hamas ausräuchern. Und das geht nur, wenn die Infrastruktur der Hamas zerstört wird. Und das geht nur, wenn Israel auch verspricht, was es hält. Nämlich, wenn ihr da nicht weggeht, dann gibt es zivile Opfer. Und ich bedauere jedes einzelne Opfer auf der Seite der Menschen in Gaza. Aber die Hamas hat diesen Konflikt vom Zaun gebrochen und nicht Israel. Und selbstverständlich im Netz sagen, die wir für den Pro-Israel. Dann müssen sie den Iran und den Libanon zerstören. Theoretisch gesehen. Dann müssen sie ja den Iran und den Libanon theoretisch gesehen zerstören, wenn du meinst, die müssen die Infrastruktur der Hamas zerstören. Das wird die nächste Herausforderung sein. Krieg, das bedeutet ja dann Krieg. Und wenn das passiert, dann wird der Weltkrieg. Etwas, was die Weltgemeinschaft dringendst verhindern muss. Denn Israel wird irgendwann an die Wand gestellt sein. Dieses Land ist sehr fragil. An der engsten Stelle von Israel ist Israel ein paar Kilometer breit. Es ist kein Kunststück für der Hezbollah. Israel an einem Tag komplett lahmzulegen. Die Technik, die Atomkraftwerke auszuschalten und so weiter und so fort. Israel kann nichts dagegen tun, weil Israel nicht weit genug Land hat, um ihre Militärinfrastruktur zu verstecken. Und deswegen wird Israel, wenn es zu diesem Konflikt kommt, dass die Hezbollah sich einmischt und der Iran, wird Israel Atombomben auf den Plan bringen müssen. Denn hier geht es um das Überleben des israelischen Volkes. Hat Iran Atombomben mittlerweile? Ich glaube nicht, dass Iran Atombomben hat. Aber Raketen, die sehr weit fliegen. Raketen, die sehr weit fliegen. Richtig. Was meinst du deiner Meinung nach, wie das alles enden wird? Werden die sich einig? Wenn du mich fragst über die Einigkeit. Nein, Israel wird den Gaza wieder in Besitz nehmen. Israel hat den Gaza 2005 an die Hamas übergeben, hat 7000 Siedler aus dem Gaza weggenommen, um Land gegen Frieden zu sichern. Und Israel wird den Gaza nicht mehr zurückgeben. Es wird eine große Vertreibungswelle geben. Ich bin mir sicher, Hunderttausende von Palästinensern werden Gaza verlassen. Hunderttausend Prozent. Sie werden entweder nach Europa kommen oder sie werden sich wahrscheinlich nicht im Sinai, aber sie werden sich wahrscheinlich irgendwo in Ägypten niederlassen. Das wird die Realität sein. Der Gaza wird wieder in israelische Hand zurückgehen. Aber der Ägypter lässt sie nicht rein. Der Ägypter lässt sie nicht rein, weil die Araber nicht so dumm sind wie die Europäer. Die Jordanier wollen sie nicht, die Syrer wollen sie nicht und die Ägypter wollen sie nicht. Weißt du auch warum? Nein. Weil die Palästinenser ein durchgeknalltes Volk sind. Und ich sag dir mal warum. Damals, als die Palästinenser sich in Syrien niedergelassen haben, wurden sie von Assad bekämpft. Und dann sind sie nach Jordanien geflohen. Und in Jordanien haben sie nicht nur, dass sie Syrien destabilisiert haben, sie haben dann angefangen, Jordanien zu destabilisieren. Das mündete dann in dem sogenannten schwarzen September 1970. Das jordanische Militär ist gekommen und hat die Palästinenser dort abgeschlachtet. Die Libanon war doch auch was mit Palästinenser. Moment, genau. Dann sind sie im Zuge dieses Konfliktes mit Jordanien in den Libanon gegangen und haben die Hölle entfacht in Libanon. Durch die Präsenz der Palästinenser. Nicht nur, dass sie die Schiiten im Süden zum Beispiel aus ihren Wohnungen zu Tausenden rausgeschmissen haben, damit sie ihre Trainingscamps dort an der Grenze zu Nordisrael einzurichten. Sie haben mit den Einheimischen dort Probleme gemacht. Was glaubst du, warum die Amal-Bewegung, die schiitische Amal-Bewegung sich gegründet hat? Sie hat sich gegründet damals. Amal heißt auf Arabisch Hoffnung. Und sie haben sich gegründet, weil die Palästinenser angefangen haben, die Schiiten dort wie Menschen zweiter Klasse zu behandeln. Und die Amal-Bewegung wollte das unterbinden. So, und deswegen hat die Amal-Bewegung war eine antipalästinensische Bewegung. Und sie haben die Israelis in den Libanon gelockt. Sie sind so weit, sie haben den Terror, ihren eigenen fabrizierten Terror, haben sie so weit in den Libanon gebracht, dass die Israelis bis Beirut gekommen sind, um den palästinensischen Albtraum, den PLO-Albtraum zu beenden. Überall, wo die Palästinenser hingegangen sind, haben sie den Krieg mitgebracht. Und deswegen wollen die Ägypter sie nicht, deswegen wollen die Jordanier sie nicht und deswegen wollen die Libanesen sie nicht. Weil sie immer noch Erinnerung daran haben, wie sich die Palästinenser in den jeweiligen Ländern aufgeführt haben. Das ist der große Unterschied. Und deswegen, warum sollten die Ägypter sie aufnehmen oder die Jordanier? Sie wissen ganz genau, das sind Fanatiker, religiöse Spinner und sie werden die Gesellschaft destabilisieren. Aber wir Idioten im Westen, wir betteln bereits schon um palästinensische Flüchtlinge. Und was erleben wir seit ein paar Wochen auf den Straßen? Palästinenser, die zu Zehntausenden über in Europa auf die Straße gehen, gestern Asyl beantragt, heute sind sie schon Dschihadis auf europäischen Straßen. Das ist es, was passiert, wenn man Palästinenser aufnimmt. Meinst du, deiner Meinung nach, dass der Dritte Weltkrieg beginnen wird, durch den Iran-Krieg, Israel und Amerika und China wird sich wahrscheinlich auch einmischen? Tatsache ist, es wird eine Kettenreaktion auslösen, weil es ein geopolitisches Spiel ist. Die Amerikaner können sich nicht raushalten. Die Russen, die großen Einfluss in Syrien haben. Die Russen, die jetzt vor fünf Tagen die Hamas auch empfangen haben. Der Iran, der sich die Zerstörung Israels auf ihre Arbeitsliste geschrieben hat. Ja, ich sehe keinen Dritten Weltkrieg. Dazu bräuchte es mehr Staaten. Aber ich sehe einen flächendeckenden Brand im Nahen Osten, der auch die westliche Hemisphäre erreichen wird. Und der wird auch die westlichen Gesellschaften nicht Osteuropa, aber Westeuropa so destabilisieren, dass wir zum ersten Mal von weitreichenden sozialen Unruhen sprechen können. Was wäre die Lösung, Kian? Die Lösung wäre, wenn die Araber ihre Waffen niederlegen, ist morgen Frieden. Wenn Israel heute seine Waffen niederlegt, dann ist Israel morgen verschwunden. Die Araber müssen sich an den Tisch setzen und sie müssen aus den elf Friedensgesprächen, die Israel seit 1948 versucht hat, mit den Araber zu führen, sollen sie endlich eine Zwei-Staaten-Lösung akzeptieren. Und dann soll das Land den Palästinensern zur Selbstverwaltung übergeben werden. Jetzt verstehe ich auch, warum Israel, jetzt verstehe ich auch, warum Israel, ach so, nur eine ganz kurze Bemerkung. Freunde, liebe Moderatoren, Wenn ihr jemanden seht, der diese Drecksbewegung Hammers mit einem Herzchen markiert und sagt, Hammers und dann drei Herzchen, Screenshot machen, das schicke ich alles dann zur Polizei. Auch Screenshots machen von den, eventuell, wenn Bilder auftauchen, von den Leuten in ihren eigenen Profilen. Wer eine Terrororganisation ein Herzchen schenkt, der verdient eine Anzeige. Und ich habe sehr viele Anzeigen in den letzten Wochen rausgeschickt. Und bald werden wir auch was darüber berichten, in meinem Livestream, über jemanden, der eine satte Anzeige bekommen hat und der Gerichtsprozess jetzt bald, bumm, bald, 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 bald da sein wird. Und dann werden wir darüber berichten, in meinem YouTube Livestream. So, erstens, Hamas, Israel kann nicht mehr zurückgehen. Israel hat den Mund jetzt aufgemacht, hat gesagt, wir müssen die Hamas auslöschen. Sie hat das schon gemacht. Sie hat mindestens 15 Hamas-Funktionäre und Kommandeure ausgeschaltet. Israel kann den Schritt nicht mehr nach hinten machen. Es sei denn, die Hamas kapituliert, gibt auf und sagt, wir hören auf, dann braucht Israel diese drastischen Schritte nicht weiterzumachen. Aber abgesehen davon, Israel wird es durchziehen, bis Gaza komplett in der Hand der Israelis ist. Und dann wird die Hamas dort ausgeräuscht. Und der islamische Dschihad. Es wird ein blutiger Krieg geben für die Israelis. Die Israelis werden Tausende von Soldaten verlieren. Tausende. Und ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn die Hezbollah sich einmischt. Aber es wird sein, so wie es ist. Israel hat eine Parole und die heißt nie wieder. Und das ist jetzt sehr ernst. Ich bin grundsätzlich ein Mensch gegen Krieg. Aber ich glaube, dass Israel, wenn es jetzt richtig zur Eskalation kommt, mit Iran und Hezbollah, die können diesen Krieg nicht gewinnen. Israel wird einen großen Preis dafür bezahlen. Aber sie werden nichts, sie werden keine Möglichkeit haben. Es wird ein Massensterben geben in Libanon. Und es wird ein Massensterben geben im Iran. Und ich bin mir sicher, die Israelis werden die Option Atomwaffen 100 Prozent, ganz besonders beim Iran, nicht zwingend für den Libanon. Weil da werden sie wahrscheinlich ihre schwersten Raketen einsetzen und werden den ganzen Süden wahrscheinlich evakuieren oder entleeren von Menschen und eine riesige Pufferzone einrichten. Und sie werden den Krieg nach Beirut bringen. Aber Israel wird nicht untergehen und die Weltgemeinschaft wird auch nicht zuschauen. Israel, ich sehe Israel wie so ein Honigtopf in einem Ameisenhaufen. Israel ist umzingelt von islamischen Wilden. Da stimme ich dir zu. Die Ameisen sind die islamischen Wilden, die einen kleinen Staat in der Größe von Hessen unbedingt auslöschen wollen, indem sie davon fabulieren, dass es unbedingt der arabischen Weltgemeinschaft wieder beigefügt werden muss, obwohl sie 56 arabische Staaten haben. Aber sie wollen den Juden dieses kleine Gebiet in der Größe von Hessen, dieses Bundeslandes Hessen nicht gönnen. Und deswegen denke ich, es wird zu einem fürchterlichen Konflikt kommen. Zu einem fürchterlichen Konflikt und da wird Israel alles abverlangen. Aber Israel wird der Gewinner sein. Aber schau, was ich nicht verstehe, es gibt mittlerweile viele jüdische Rabbiner. Mit einem habe ich auch damals schon Kontakt aufgebaut, von dem du mir damals die Nummer gegeben hast. die strikt gegen den israelischen Staat demonstrieren, Propaganda halt machen. Was sagst du dazu? Also die eigenen Juden mittlerweile viele? Nein, es sind nicht die eigenen Juden. Es ist eine, diese Gruppe nennt sich Netto Reikata. Es ist eine antizionistische und anti-israelische fanatische Judengruppe, die sagt, dass der Messias den Judenstaat gründet und den Tempel von Salomon wieder aufbaut, aber nicht irgendwelche Juden davor. Und dazu müssen alle Juden wieder gemäß der Tora leben. Und wenn sie gemäß der Tora leben, dann werden sie wahrscheinlich, dann wird der Messias kommen. Deswegen wollen sie auch ein Tora-treues Leben. Und deswegen verbünden sie sich mit den Ku Klux Klan, mit Neonazis, mit dem Iran, mit der Hezbollah, mit der Hamas und stellen sich auch dorthin. Ich habe mit diesen Rabbinern sehr hitzige Gespräche in Manchester geführt. Ich habe mit Ari Moishe Friedmann, mit dem Oberrabiner der jüdischen Gemeinde der Netto Reikata in Wien gesprochen. Ich weiß, was ich denke. Und diese Leute sind Spinner. Sind Spinner. Das ist eine kleine Gruppe von Juden, die es in Israel gibt. Die Mehrheit der Juden sind liberale oder säkulare Juden und sie können mit diesen Schmarotzer Juden auch nichts anfangen, die auch nicht in die Armee gehen wollen, aber gerne die Sozialhilfe in Israel in Anspruch nehmen, weil sie sich sonst und ihre zehn Kinder nicht versorgen können. Und die wollen ein torertreues Leben. Aber die Mehrheit der Juden hat überhaupt keine Probleme mit dem Staat Israel. Es gibt immer intellektuelle, freidenkerische Juden, kritische Juden, die anprangern, was in Israel passiert. Und selbstverständlich kann man die israelische Politik kritisieren, auch im Vorgehen gegenüber den Palästinensern. Aber diese Juden von der Netto-Rei-Kata, die wollen tatsächlich nur die Auslöschung des jüdischen Staates aufgrund ihrer biblischen Vorhersehungen, dass nur der Messias berechtigt ist, einen Judenstaat zu installieren und auch nur dann, wenn alle Juden torertreu sind. Und diese Kakerlaken, und ich nenne sie mal Kakerlaken, weil der eine Rabbiner, den ich damals gesprochen habe, das hier hieß Rabbiner Herrenhäuser, ein Berliner Jude, der irgendwann mal in den 30er, 40er Jahren nach Manchester, England ausgewandert ist, der meinte zu mir, dass die 6 Millionen Juden, die ermordet worden sind, war eine Strafe von Gott, weil sie sich nicht an die Tore gehalten haben. Das ist ein Skandalös. Es ist Skandalös, dass so viel jüdischer Selbsthaft existiert, dass sie sogar sagen, ja, Pech, weil ihr habt euch nicht an die Tore gehalten. Sehr hässlich, so etwas zu sagen. Ja, es sind auch viele Bürger Israels gegen der Politik dort, die demonstrieren auch mittlerweile. In Ordnung, Israel ist ein demokratischer Staat, da können die Bürger auch dagegen sein. Sie müssen nicht mit allem einverstanden sein. Ich bin nicht, ich bin kein Anwalt der israelischen Staatspolitik. Ich bin kein Anwalt von diesem korrupten Typen da Netanjahu. Ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun. Ich rechtfertige Israel moralisch und menschlich. Ja, ich glaube, dass in einer Zeit, in der es keine Nationalstaaten gegeben hat, Israel die Gunst der Stunde genutzt hat, um einen Nationalstaat zu gründen. In dieser Zeit, in der Israel sich gegründet hat, gab es so gut wie überhaupt keine Nationalstaaten im Nahen Osten. Das Osmanische Reich hatte das meiste Gebiete im Nahen Osten verwaltet, das Osmanische Reich ist zusammengebrochen, dann aus dem Osmanischen Reich wurde die kleine Türkei geboren und dann die restlichen Staaten fielen in die Hände westlicher Mächte, wie zum Beispiel der Briten. Die Briten waren gezwungen, diese Region im Zuge der Nationalisierung, dem Nationalisierungswunsch der Völker korrekt zuzuordnen und die Behauptung, dass die Briten einfach wahllos ihr Lineal genommen haben und haben das auf der Landkarte willkürlich Grenzen gezogen, ist totaler Unsinn. Totaler Unsinn. Wer sich die Quellen anschaut, wird zum Beispiel sehen, dass damals das britische Empire Hunderte von Beobachtern in den Nahen Osten geschickt hat, um zum Beispiel zu untersuchen, welche Völker leben. Und sie haben richtig Völkerkunde gemacht. Sie haben herauszufinden, wer lebt denn auf dem jetzigen Gebiet Jordaniens? Wer lebt denn auf dem jetzigen Gebiet Israels? Wer hat denn in Syrien und im Irak gelebt? Wer sind denn die Völker, die auf der arabischen Halbinsel gelebt haben? Und dann haben sie versucht, Grenzen zu ziehen, um den Völkern dort den Wunsch nach Nationalbildung zu entsprechen. Denn die Araber haben auch Blut geleckt. Die haben auch gesagt, wir wollen nicht mehr ein Teil des Osmanischen Reiches sein. Wir wollen unsere Unabhängigkeit. Aber genau in diesem Zeitraum, genau in diesem Zeitraum haben die Israelis die Gunst der Stunde genutzt oder die Juden und haben gesagt, hey, in dieser Region sind die Grenzen noch gar nicht festgelegt. Also gehen wir hin und nehmen uns ein Gebiet, das überwiegend auch eine Identität mit uns hat. Und das Interessante ist, weißt du, wer das Land überwiegend an die Juden verkauft hat? Weißt du das? Ich weiß, dass das Land verkauft wurde. Ja, aber von wem? Von wem? Von dem damaligen König von Palästina. Nein, 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 da gab es keinen König von Palästina. Weißt du, wer das verkauft hat? Libanesische und syrische Großgrundbesitzer. Die haben viele Teile Westbank und Gaza besessen. Und sie waren Großgrundbesitzer und sie haben liebend gerne das Geld der Juden genommen, das sie aus Europa mitgebracht haben. Und es waren sehr viele Libanesen und Syrer, die mit den arabischen Großgrundbesitzer Land gekauft haben. Die Juden, es gibt keinen Beweis dafür, dass die Juden gewaltsam Palästinensern Land weggenommen haben, es sei denn, es war in einer militärischen Auseinandersetzung. Ja, was hält du denn davon, dass heutzutage die Juden angeblich da kommen, die Häuser plündern, also normale Leute, die kommen in palästinensischen Gebiete und nehmen sich einfach die Wohnungen und schmeißen die eigenen Bewohner dort raus. Ja, bin ich total dagegen. Deswegen, ich sage dir, wenn eine Bewegung religiös inspiriert ist und wenn ich diese durchgeknallten jüdischen Siedler sehe, diese fanatischen Endzeit Amageddon-Juden sehe, dann kriege ich das Kotzen. Deswegen bin ich auch vom Herzen her Atheist, weil ich sehe, dass dieses Disneyland, dieser Themenpark der drei großen Religionen, die sich wie Kinder benähen, dass der Konflikt nicht lösbar ist, weil sie alle mit ihrer religiösen Dogma einen Anspruch erheben, der totalitär ist, absolut ist. Ich habe die gesehen, diese Leute. Ich auch. Und ich sage keinen Unterschied zwischen den heutigen Neo-Salafisten hier, die in Deutschland die Unwesen treiben. Wahhabiten also genau, genau dieselben Leute, genauso, die gleiche Art. Ich weiß, dass evangelikale Christen, Amageddon- Christen oder jüdische Siedler und fanatische Muslime, sie gehören alle in einen Topf. Sie haben alle drei eine sehr fanatische Ausrichtung und die ist absolut. Das ist das Problem mit den Religionen, dieser Absolutheitsanspruch der Religionen. Meine Religion ist wahr und es gibt keine Kompromisse. Das ist das Problem, wenn man mit absoluten, vollendeten Weltanschauungen kämpfen muss. Ein Grund, warum ich den Islam verlassen habe, ist, weil intellektuell hat mich der Islam ruiniert. Er hat mir nicht die Möglichkeit gegeben, in alle Richtungen zu denken. Warum? Weil der Islam das Denken in alle Richtungen verbietet. Ich darf den Propheten nicht kritisieren. Ich darf diverse Koranverse nicht kritisieren. Ich darf das Verhalten von Sahaba, von den Sahabiyun, von den Gefolgsleuten des Propheten nicht kritisieren. Und die Christen dürfen Jesus sein Verhalten nicht kritisieren. Und die Juden dürfen nicht kritisieren, dass Moses 4000 Israeliten abgeschlachtet hat, weil sie sich ein goldenes Kalb gemacht haben. Nur weil sie Bahnhof verstanden haben. Oder weil sie aus einer heidnischen Gesellschaft gekommen sind und gedacht haben, das ist vielleicht das, was Moses meinte. Das ist das Problem. Das ist dieser Absolutheitsanspruch der Religionen, der das Zusammenleben so fürchterlich macht. Und du glaubst an nichts mehr? Hab ich das richtig verstanden? Ich bin Atheist. Achso, okay. Ja, ich bin Atheist. Ich habe mit dem Glaube gar nichts mehr am Hut. Und ich sehe diesen Kindergarten, ich sehe diese Distillent dieser Religionen und ich kann mich einfach nur darüber lustig machen. Entschuldige, das wundert mich halt nur, weil ich kenne dich ganz anders eigentlich. Deswegen fragt du halt, also ich kenne dich wirklich ganz, ganz anders. Ich weiß, ich weiß. Für die Zuschauer, dieser Abo Frucht, was heißt wie heißt du weiter? Abo Fruchtzwerg? Ja. Wir kennen uns von ganz früher aus den Social Media. Wir haben uns getroffen, dann haben wir uns aus den Augen verloren und so weiter und so fort. Damals erkennt mich noch aus meiner Zeit, indem ich auf Facebook zum Beispiel viele schiitische Seiten betrieben habe, wo ich Plattformen geschaffen habe und die Islamische Republik Iran verteidigt habe, wo ich meine anti-israelische Propaganda rausgehauen habe und so weiter und so fort. Er ist noch jemand aus der Zeit, also er ist ein Zeitzeuge meines früheren Lebens. Deswegen habe ich mich jetzt gewundert, warum du... war keine kleine Nummer in islamischen Community also wirklich keine kleine Nummer seit sehr sehr vielen Jahren war ja aktiv dabei halt also viele man kennt ihn also im islamischen Raum und deswegen ich habe letztens mal so ein Video gesehen das war so eine Demo oder so eine Kundgebung von euch da habe ich dich gesehen aber Ja das war noch in meiner Zeit als ich als Sprecher der verschiedener Demonstrationen für die Angriffe Israels auf den Libanon 2006 zum Beispiel da war eine gigantische Demonstration in Berlin 40.000 Demonstranten sind zusammengekommen ich war der Sprecher auf dieser Demo ich habe zu 40.000 Menschen gesprochen über gigantisch große Lautsprecher ich habe all diese Dinge gemacht ich komme aus dem Epizentrum des Schia-Islam ich komme aus dem Epizentrum dieser Religion und deswegen sollen meine Zuschauer wissen dass ich keinen Unsinn erzähle ich habe Erfahrung ich bin jetzt 50 und ich habe 30 Jahre in dieser Religion mindestens verbracht mit 14 habe ich angefangen zu beten und dann in kürzester Zeit bin ich aktiv geworden Wie kam so dieser Sinneswandel auf einmal wann war der Punkt wo du gesagt hast jetzt ist Schluss ich mache das nicht mehr 2015 habe ich meine 2015 hatte ich einen größeren Disput mit einigen religiösen Schiiten die mir seltsame Konzepte vorgelegt haben wie Velayal Takveniyah also die Teilhaberschaft an der Macht Gottes zum Beispiel das ich für Götzendienst empfunden habe ich habe mich mit ihnen gestritten und habe gesagt nein unsere Imame haben das nicht geglaubt und ich habe herausgefunden dass unsere Imame das nicht geglaubt haben unsere Imame haben die Teilhaberschaft an der göttlichen Macht abgelehnt das war nur Ich weiß nicht ob du Sheikh As-Suduk und Sheikh Mufid kennst Ja kenne ich Ja und Sheikh As-Suduk schreibt in seinem Buch dass von den zwölf Imamen wahrscheinlich nur vier Imame eines unnatürlichen Todes gestorben sind der Rest ist eines natürlichen Todes gestorben und die Schiiten behaupten dass alle Imame ermordet worden sind alle sind Schahid geworden so was stimmt nun glauben wir der Speerspitze oder glaube ich irgendwelchen zeitgenössischen islamischen Interpretateuren die mir sagen nein nein die sind alle Schahid geworden obwohl die ersten Großgelehrten des Schia-Islam und Sheikh As-Suduk ist nicht irgendein Gelehrter gewesen er hat den Schia-Islam definiert ohne ihn hätten wir heute gar nicht gewusst was der Schia-Islam überhaupt ist er hat einen Kanon geschaffen und er hat gesagt nein nicht alle Imame Disput gesucht und die Leute haben gesagt nein das stimmt nicht und das muss man anders lesen und so weiter und so fort dann habe ich meine Nase reingesteckt dann habe ich gesehen dass da auch unsere Imame ein moralisches Verhalten gezeigt haben zum Beispiel Imam Jaffas Sadik und zwei andere Imame dessen Bezug jetzt zu dem Thema nicht mehr einfällt deswegen nenne ich sie nicht damit ich was falsches sage zum Beispiel Sklaverei unsere Imame haben die Sklaverei genauso gepflegt wie der Prophet Mohammed und Imam Jaffas Sadik hat zum Beispiel Anleitung gegeben in den Hadith Büchern wie man Sklaven schlagen soll was man für ein Material benutzen soll um Sklaven zu schlagen ich war menschlich dagegen dass unsere Imame unsere großartigen religiösen Vorbilder Anleitung geben wie man unfreie Menschen schlägt stimmt das auch ja das steht in den Schia-Texten das habe ich auf meiner Webseite Schia-Reformist Blog die habe ich nie runtergenommen da habe ich aber hunderte von Artikeln veröffentlicht da greife ich alles an die Zeitehe und so weiter und so fort viele andere Dinge an die ich fest geglaubt habe und viele andere schiitische Konzepte dass die meisten Duas die Bitte Gebete der Schiiten sind gefakt das meiste über Kerbalah ist gefakt es gibt nur ganze neun Seiten die überhaupt über Kerbalah berichten neun Seiten die Schia zur Verfügung stehen und die Schia haben Märchenbücher geschrieben über das Ereignis von Kerbalah das sind nur die Sachen ich will meine Zuschauer nicht damit langweilen weil das ist eine theologische Sache aber was ich damit sagen will ist alles ich glaube dass der Schia Islam eine fabrizierte Sekte ist dass der Schia Islam und das besonders seit die Iraner das Schia Tum übernommen haben ist das Schia Tum richtig zu einer Sekte zu einer Safaviten Schia Religion mutiert und dann habe ich interessante Punkte gefunden dass der zwölfte Imam wahrscheinlich gar nicht existiert hat und dass die Menschen dass die Menschen sich dass die Ismailiten und die Seiditen die existierten sich über die Imam Abfolge gestritten haben deswegen sind sie bei fünf und beim siebten Imam auch stehen geblieben und haben gesagt die danach sind ja gar keine Imame mehr und dass es viele dass die Schia sich gespalten haben in der Frage über Imam Mahdi weißt du was die größte Krise im Schia Islam war als jemand aufgekommen ist und hat behauptet es sei der zwölfte Imam der Mahdi und dann schlussendlich die Schia sich so zerstritten haben dass sie sich in unterschiedliche Lager gespalten haben und dass sie den zwölften Imam auch nicht akzeptiert haben es gibt so interessante islamische Quellen darüber und als ich das alles gelesen habe konnte ich nicht mehr an den Schia Islam glauben und dann habe ich auch aufgehört an Allah zu glauben dann habe ich auch nicht mehr an die Kompetenz des Propheten Mohammed geglaubt und dann habe ich auch nicht mehr geglaubt dass der Koran ein himmlisches Buch ist und dann bin ich schlussendlich 2017 ein Kärfer geworden und bin nicht rausgegangen aus dem Islam das ist meine Erfahrung von Ex Schiite zu Schiite Hast du nicht dadurch ich meine wie gesagt du warst ja keine kleine Nummer hast du dann später hinein keine Probleme bekommen oder so auf seinen Kreisen selbstverständlich eine große Welle der Verleumdung in Köln haben sich eine Gruppe von Schiiten getroffen und haben die haben sich überlegt was sie gegen mich machen können aber zu der Zeit habe ich schon in London gelebt dann gab es Verleumdungen gegen mich dann haben Schiiten aus diversen Moscheen in Nordrhein-Westfalen haben mein Name mein Gesicht genommen sie haben Fotos genommen von mir und haben auf homosexuellen Seiten getan haben Texte dazu geschrieben und haben gesagt Kian ist vom Islam raus weil er homosexuell ist und dann haben sie meine Telefonnummer missbraucht und haben bei mir haben homosexuelle Männer angerufen und haben wirklich es gibt so viele hässliche Dinge die die Leute gemacht haben weil sie nicht akzeptieren konnten dass ich aus guten Gründen aus dem Islam gegangen bin also mussten sie schlechte Gründe finden und dann haben sie vorgegeben entweder haben sie gesagt Kian ist ein pädophiler oder sie haben gesagt Kian ist ein homosexueller das ist das schändliche was Muslime tun wenn jemand aufrichtig in seinen Schriften schaut diese Schriften als nicht glaubwürdig beurteilt und dann den Islam verlässt das ist die Realität mit der man deswegen hasse ich orientalische Menschen so deswegen möchte ich weniger von denen haben weil sie eine sehr brutale Mentalität haben in einem islamischen Land hätte man mich ermordet aber hier will man meinen Namen ermorden weil man mir nicht an den Kragen gehen kann muss man einen Rufmord gegen mich fabrizieren und das ist diese orientalische Mentalität ist eine bestialische Mentalität und gehört nicht in den europäischen Kulturkreis was würde denn jetzt passieren sagen wir mal wenn du in den Iran gehst dann eine Familie ich kann nicht mehr in Iran bist du sicher ich kann nicht mehr in Iran das habe ich auch Leuten zu verdanken die eine sehr enge Beziehung zur iranischen Botschaft haben und die mit mir damals zusammengearbeitet haben ganz besonders ein paar Typen deren Namen ich nicht erwähnen will aus Bremen ok ja und das ist die Realität bitte hast du auch Gewalt erfahren verbale Gewalt habe ich erfahren aber ich bin einmal in Berlin ja in Berlin habe ich das Vergnügen gehabt dass ich zwei aus meiner Ex Community getroffen habe die mir gegenüber gezeigt haben dass sie kurz davor sind mir einer rein zu hauen kurz davor ja das bedeutet wenn ich nicht gerade zum Auto gegangen wäre und wäre weggefahren dann hätte es wahrscheinlich eskaliert ich glaube ich glaube auch dass du ziemlich mit familie probleme bekommen hast dann später auch nein überhaupt nicht meine beziehung mit der familie ist völlig in ordnung ich habe eine liebevolle gütige beziehung zu allem einige meiner verwandten haben das nicht gut geheißen aber mein engster familienkreis überhaupt keine probleme aber wie gesagt das sind privatsachen und ich thematisiere meine familie nicht in einem chat schon gar nicht auf tiktok ja hat mich nicht falsch hat mich nur gewundert weil ich kenne dich ganz anders ja du kennst mich aus einer Zeit wo ich ein sehr devoter praktizierender Muslim war mit Höhen jeder andere auch aber ich bin jemand gewesen der für seine Religion eingestanden hat ich war kein Cafeteria Muslim ich habe alles getan was man tun muss als Muslim durchzugehen und ich habe meine Religion sehr ernst genommen ja das habe ich erlebt ja deswegen ist es etwas anderes aber ich bin mir sicher viele Leute wollen mir gerne eine reinhauen da bin ich regne man hat mir Mails geschickt man hat mir Nachrichten geschickt überall in meinen Social Media wenn du nach Stuttgart kommst dreh dich besser zweimal um wenn du nach Köln kommst dreh dich besser zweimal um wenn du nach Bonn kommst dreh dich besser zweimal um wenn du dahin kommst und dahin kommst dreh dich besser zweimal um ich habe nur Androhungen bekommen diverse deutsche Städte nicht zu betreten und deswegen fahre ich absichtlich nach Bonn deswegen fahre ich absichtlich nach Köln und deswegen fahre ich absichtlich dorthin wo die Leute mich bedrohen ich habe keine Angst vor diesen Leuten zum schlagen gehören immer zwei einer der sich schlagen lässt und einer der schlägt also ich wenn ich dich jetzt sehr lange kippe nur mein Bruder wäre oder einer von der Familie ich hätte das Gewalt getan also ich hätte das halt mit dir wissenschaftliche Diskussionen geführt das wollten die ja nicht ich wurde verspottet weil ich meine Untersuchung damals in den Social Media veröffentlicht habe 2013 und 14 und 15 da wurde ich verspottet ja vielen herzlichen Dank ich wurde verspottet weil ich weil ich kritische Anfragen gemacht habe du bist auch sehr krass manchmal in den Aussagen ich war sehr extremistisch das wissen viele nicht aber ich war sehr extremistisch ich habe ein Video mal gesehen also dieses Video war mit dir und den Irrfern zusammen und das war also dieses Video kam zu einem sehr falschen Zeitpunkt sage ich mal so zum Beispiel diese Erdbebengeschichte das war also der richtige falsche Zeitpunkt jetzt solche Aussagen dort zu tätigen und dadurch haben sich wahrscheinlich sehr sehr viele auch denke ich mal provoziert gefühlt das müssen die Leute in kauf nehmen ich habe mich nicht über die erdbeben opfer lustig gemacht sondern ich habe mich über die fragilen strukturen in der türkei lustig gemacht und dass die Leute immer noch zu Allah beten während das eigentlich nach der Logik des Islam Allah war der das Erdbeben geschickt hat und dann beten sie zu Allah bitte schick uns kein weiteres Erdbeben obwohl das erste Erdbeben faktisch schon eine Folge dieses Gottes war Leute die beschimpften Jungs also wenn ihr ihn beschimpft also ich glaube nicht dass ihr ihn zurückgewinnt damit also das ist nicht die also mal abgesehen davon dass ich also ich sag niemals nie aber ich werde mein Instinkt sagt mir ich werde nicht in den Islam zurückkommen ich werde als glücklicher ungläubiger sterben so eine Überraschung für mich wo ich das Video damals gesehen habe ich konnte es nicht fassen ich dachte es ist Kian ich konnte es nicht fassen dann letztendlich war ich mir doch sicher du hast es es war eine Kundgebung mit dem Stürzenberger und dir zusammen richtig ich bin Vorstandsmitglied dieser Bürgerbewegung und deswegen bin ich ziemlich oft dabei ja so ist mein Leben verlaufen Muslime kennen nicht den theologischen Disput und den respektvollen Disput und sie können auch nicht einfach jemanden entlassen im Hinterstübchen heißt es immer wenn jemand den Islam verlässt war sein Iman schwach oder er war nie ein Wissener oder hat nie von Anfang an nicht wirklich geglaubt aber sie können nie auf den Gedanke kommen er könnte vielleicht etwas herausgefunden haben was problematisch ist du bist ja nicht aus Hass ausgetreten oder enttäuscht du bist ja so du hast ja selber recherchiert nach deiner Recherchen wissenschaftlich und logisch im Verstand bist du ausgetreten nur was ich meine meiner Meinung nach bist du also ich kenne dich ganz anders bist du so krass in vielen Aussagen weil wenn du jetzt sagst die Muslime du verallgemeinerst und du weißt aber ganz ganz genau dass nicht alle so sind dass wir Leute haben die mit dir akademisch geredet haben mit dir wissenschaftlich geredet haben du weißt dass wir diese Leute haben ja hier haben wir Entschuldigung wir haben hier den ZOI ZOI 84 ich glaube er schreibt mir auf türkisch GAUR mit drei Kurzzeichen GAUR heißt so es ist eine abwertende bezeichnung auf türkisch für jemanden der ungläubig ist also du ekelhafter ungläubiger ZOI 84 so denken Muslime über Leute die den Islam verlassen ZOI du gibst den Menschen nur noch mehr die Bestätigung damit du gibst den Menschen noch mehr die Bestätigung er denkt sich jetzt Gott sei Dank bin ich ausgetreten muss ich mich mit solchen Leuten nicht abgeben da habe ich jetzt aber eine Frage an dich da ich dich ja auch noch aus der alten Zeit kenne wie ist denn deine Einstellung zum Islam mittlerweile also ich glaube an Gott an den Propheten auch nach meiner Recherche auch wissenschaftlich ich bin sehr wissenschaftlich dabei muss ich ehrlich sagen persönlich ich habe echt Beweise gesehen und Wunder gesehen persönlich wo ich echt sagen kann oho damit habe ich nicht gerechnet und das ist für mich halt der Beweis und die Bestätigung aber wer weiß ich bin wissenschaftlich nur da muss echt wirklich was krasses vorkommen dass ich sage nee jetzt glaube ich nicht mehr das ist nicht der Weg aber ich glaube nicht ich mich persönlich grüße dich Toni vielen Dank dass du da Entschuldigung vielen Dank Toni dass der zum Beispiel auch Einwände hat gegenüber anderen die den Islam verlassen statt immer nur zu schimpfen wie so hinter Welt ich nicht du ich meinte ich nicht ich kenne dich ja ich kenne dich ja ich weiß wer du bist ich rede von den Chat Teilnehmern wenn jemand im Chat denkt er muss seine Abscheu mir gegenüber zum Ausdruck bringen dann kann er das gerne machen dann kann aber hoch kommen und nicht meinen Chat damit verunreinigen dass er zum Beispiel du Gaur schreibst oder du teuflischer Djinn du bist besessen von einem Djinn von einem Geistwesen lasst mal diese Mickey Maus Vorwürfe kommt hoch und dann unterhalten wir uns statt immer nur Abonnenten entziehen jeder der hochkommt den erachte ich zumindestens erst mal als mutig ja aber im Chat das ist leicht da die Klappe aufzumachen vor allem sie haben keine Abonnenten Kian und die trauen sich die Bälle weil sie haben keine Abonnenten und wenn sie Abonnenten haben trauen sie sich nicht hoch zu kommen weil sie wissen wer es in den Mund sperren und andere Leute die die gebildet sind und viele haben keine Abonnenten auf dem Grund die Bälle die lauf Interessant übrigens an der Stelle will ich mal ganz kurz was anderes sagen bevor ich jetzt weitermache mit euch ich bitte euch auch meinen 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 stream zu liken mich zu unterstützen so dass ich auch im TikTok gepusht werde bitte ich wollte genau Abo Fruchtwerk ich muss dich enttäuschen Entschuldigung ich möchte nicht persönlich werden oder dich angreifen aber das was du gesagt hast mit der Wissenschaft im Islam da muss ich enttäuschen weil da kann ich ja das Gegenteil beweisen ich muss kurz ans Telefon unterhaltet euch ja Fruchtwerk deine du hast keine Wissenschaft das ist deine Ansicht und das muss man halt akzeptieren so wie du das siehst aber das muss man also vielleicht akzeptieren ich akzeptiere nicht deine Ideologie an die du glaubst aber dich als Mensch akzeptiere ich das ist ja die Aufgabe eines Christen jeden Menschen zu lieben aber zu behaupten dass du jetzt aus deiner Perspektive das als Wahrheit darzustellen du musst sagen aus deiner Perspektive du musst mal sagen das ist meine Sicht wie ich das sehe also ich glaube das stimmt nicht was du gesagt hast mit der Wissenschaft ich glaube ich ich habe mich glaube ich ausführlich ausgedrückt ich weiß auch was ich sage er hat mich gefragt was ich davon wie ich momentan zum Islam stehe und ich habe gesagt für mich bitte ausreden lassen sonst komme ich durcheinander er hat mich gefragt wie ich zum Islam momentan stehe und ich habe ihm halt meine Perspektive gesagt wie ich dadurch stehe dazu stehe dass ich halt das wissenschaftlich sehe dass ich wissenschaftlich rangehe wenn mir einer was erzählt was zeigt sagt dies oder jenes verboten oder warum dies oder jenes dann möchte ich das wissenschaftlich erklärt haben ja ja so einfach zum Beispiel einer kommt mir jetzt mit dem Christentum an Beispiel oder mit dem Judentum dann will ich auch wissenschaftlich wissenschaftliche Argumente sehen ob das mit der Wissenschaft vereinbar ist und ich war ja ich kann ja was ich wollte es sein kann nur sagen bitte ausreden lassen aber ich bin immer auf fast ich kurz sonst vergiss ich mein war ja noch nicht fertig und ich wollte noch zu dem hin einfügen dass gelehrten oder religiöse staaten für mich nicht der maßstab sind ok was bist du Schioden oder Sunni glaubest du Gott oder so verstehst du das ist für mich also keine gelehrten keine regierungen ok die sind für mich nicht der maßstab und keine Menschen vor allem die sich so benehmen ja ich wollte was willst du jetzt Schioden oder Sunni ich bin Schiite ok ok gut Beispiel weil ok mit deutsch kann man es nicht so krass diskutieren weil ihr seid nicht so extrem wie die anderen es gibt die Sunniten wir haben noch Haddish und so und was Haddish sagen was Wissenschaft angeht das ist total Katastrophe was die Sunnitische Quellen über die Wissenschaft das echt echte Lachen ich will dich nicht angreifen aber die Sunnitische Quellen ich weiß nicht was in die schiitischen Quellen stehen ja aber in den Sunnitischen Sachen was sie über die Wissenschaft sagen das ist echt zum Lachen das kann man echt nicht ernst nehmen aber außerhalb das schau mal ich kann ja ein paar Sachen sagen die jeder Mensch in sich trägt sogar zwei Sachen kann ich ja beweisen das kannst du selber nachprüfen jeder Mensch guck mal und wenn es Zufall wäre dann hätte es nur nur ein Mensch gehabt diese Sache aber das kein Zufall ist hat es jeder Mensch in sich 10, 5, 6, 5 wenn du das eingibst kommt Jachweh raus das ist in deiner DNA deine DNA deine Kodierung deiner DNA steht 10, 5, 6, 5 und noch ein Protein was der Mensch in sich trägt alle Menschen haben das alle Menschen ausnahmslos die haben diese Protein Laminin und Laminin ist gebaut genau ein Kreuz nicht wie ein Kreuz es ist ein Kreuz diese Protein Laminin ist wie ein Kreuz und diese Bakterien die uns die uns zum Laufen bringen das sind kleine Motoren wenn du das ganz genau beachten kannst das sind kleine Motoren und die treiben uns dass wir durch die Kraft Gottes Gott lenkt uns Gott führt diese Kraft in uns und er gibt unseren Leib Leben durch deine Kraft und jeder Mensch hat das und wenn es mein Gott Jachweh nicht real wäre oder Beispiel wenn die Bibel nur ein Märchenbuch wäre würde sich keiner an die 10 Gebote halten die 10 Gebote das ist ja weltweit bekannt das weiß die ganze Welt auch Atheisten halten sich dran ob sie wollen oder nicht wenn die Bibel nur ein Buch wäre wie jeder andere dann wäre es schon längst längst Geschichte gewesen aber es ist lebendig wenn du guckst du kannst gerne googeln alles was sie sagen kannst du wirklich prüfen die Bibel ist das einzige Buch was am meisten verkauft und gelesen wurde Koran sogar hinter Harry Potter wenn du liest sogar Koran ein du ganz ganz weit hinten von den Büchern jetzt du ich akzeptiere doch die Bibel und die Tora ja ich wollte nur jetzt was was mir was mir wichtig ist es kann nur eine Wahrheit geben es kann nicht es kann nicht mehr Wahrheit geben und Jesus sagt in Johannes 14,6 ich bin da weg die Wahrheit und das Leben niemand kommt zum Vater der nur durch mich und der Prophet Elia ich weiß nicht ob du die Stelle ob du den Propheten kennst der Prophet Elia hat eine richtig krasse Sache gemacht der hat die Götzendiener herausgefordert ihre Götter herausgefordert dass sie dass sie ihre dass ihre Götter herausfordern um ein Opfer anzuzünden und so ich bin jetzt zurück über die gemacht wo ist euer Gott was macht euer Gott das heißt das zeigt mir ich muss keine andere Ideologie also ich muss keine Religion von anderen akzeptieren weil das wäre für uns Christen geistige Hörerei das wäre genauso wie wenn du deine Frau zulassen würdest dass die andere Männer akzeptiert das geht nicht wir wissen das funktioniert nicht aber das hat Abraham auch schon getan wie? das hat Abraham auch schon getan Frieden und Segen mit ihm aber komm mal das war jetzt vom Thema ab Thema war eigentlich Kalestina und der Kian hat das erzählt Kian meinst du wir kommen im dritten Weltkrieg? wie gesagt was kann man nicht sagen das wird passieren wir befinden uns eigentlich wenn du überlegst ist er schon da weil ich bin ja ein Mann der auch den Prophezeiungen folgt glaubt Kian und du kennst ja die Prophezeiung dass ein Drittel der Menschheit sterben wird ja wie gesagt ich glaube an diese Sachen nicht mehr deswegen schaue ich mir die nicht aus der apokalyptischen Perspektive an sondern ich schaue ihn mir aus der weltlichen Perspektive an und Tatsache ist dass wir wahrscheinlich in einem Zeitalter leben in dem offensichtlich der Islam daran schuld sein wird dass wir wieder eine globale Verschiebung erleben nicht ich glaube dass es ich glaube dass die Hölle tatsächlich physisch wird wenn der Islam in weiten Teilen seine Kontrolle über diverse Länder erlangt ich glaube nicht dass das mit Europa jetzt der Fall sein wird aber wie gesagt die Mehrheit eines Landes ist völlig irrelevant man braucht nur eine aggressive Minderheit und man kann jede Menge politische Vorstellungen in einer Gesellschaft durchsetzen das ist überhaupt kein Problem ja das Problem ist es ist auch diese neue Weltordnung das hat auch was hat auch was beizutragen der Islam ist eigentlich eine Nebenrolle die dazu benutzt wird um diese alles in vorderen alles zu starten die neue Weltordnung wieder eine Regierung ein Glaube und das ganze Zeug schaffen und auch mit dieser Geldwährung das Geld wird ja abgeschafft und das muss ja irgendwie dazu führen dass es so weit kommt und was erzählen die uns ja das Geld verschwindet und Geldwäsche und was weiß ich so dumme Gründe um die Menschen zu kontrollieren bis dahin brauchen die auch Gründe dafür um das einzuleiten das ist das gehört das ist alles so Puzzleteil was dazu gehört ja wie gesagt wie gesagt es ist ein ein geopolitischer Konflikt der auch auch durchaus georeligiös sein kann hier ist eine alte Rechnung auf den Islam gegen Judentum und wir haben eine nicht nur einen multiethnischen Konflikt sondern auch einen multireligiösen Konflikt und der führt dazu dass es wahrscheinlich dann diese Probleme geben wird weißt du ich glaube nicht dass das ein Religionskrieg ist warum nicht weil viele Menschen von der Religion weit 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 entfernt sind also auch die Schäden viele sehr viele auch Schäden auch Juden Christen Muslime ich glaube es wurde doch alles prophezeit dass es so kommen in Wien das das wurde so prophezeit dass es kommt guck mal wo die Jünger Jesus gefragt haben was wird passieren in der letzten Zeit und da hat sie gesagt wir sollen aufpassen dass wir nicht verführt werden also wir sollen aufpassen wegen falschen Propheten die Menschen werden die Liebe wird erkalten Könige gegen Könige werden aufstehen die kämpfen und dann kommt diese man hört von Kriegskriege von Gewalt von Hunger okay das ist der Einheil aber das ist noch nicht das Ende dann aber kommt ein falscher Frieden es kommt ein falscher Frieden und danach wenn die ganzen Menschen das Wort die Bibel gehört haben also das Evangelium gehört haben wie auch immer dann kommt das Ende wir wissen es aber nicht wann weil das ist nicht unsere Aufgabe so etwas zu wissen weil jetzt stellt euch vor Jesus würde sagen wann er wiederkommt dann wäre noch mehr Chaos herrschen weil die Menschen würden dann ausrasten und sie würden sagen ach ich weiß schon wann der Herr kommt und dann würde es noch mehr Chaos herrschen aus dem Grund ist es verborgen geblieben damit die Menschen demütig werden und Buße tun und zur Umkehr kommen weil sie sehen ja durch diese Zeichen was passiert dass die Bibel wahr wird okay Freunde schaut mal ich bin der Host und ich halte nicht sehr viel von diesen Weltuntergangs Prophezeiungen und so etwas und ich will möglichst mein Chat auch frei halten von Behauptungen dieser Art also auch von christlich oder jüdisch oder muslimischer Behauptungen das seien die Zeichen aus der Perspektive der Bibel ich möchte ganz reale Dinge ich will nicht sagen das ist das was die Bibel sagt Kian okay ich will nur damit sagen ich möchte lieber über Dinge sprechen die auch die man real anfassen kann okay sonst wird das zu einem Islam gegen Christentum Krieg und das wäre nicht gut für mich ich muss auch jetzt langsam Schluss machen weil ich bin ja krank an Corona muss mich jetzt ein bisschen ausruhen schlafen Medikamente nehmen alles klar dann bewundert danke dir dass du da warst ja bitte eine interessante Überraschung aus der Vergangenheit ja die Vergangenheit holt uns manchmal ein ja ich hoffe du hast das mit guter Absicht bis zu hoch gekommen ach selbst wenn ich eine schlechte Absicht was hätte ich denn davon weißt du ich glaube jeder muss sich für alles egal was es ist selber verantworten okay ich kann nur mit dem Menschen reden der Mensch kann mich fragen ich kann ihn fragen mehr kann ich dir nicht tun okay das kann nur der Schöpfer ja und ich weiß nicht also was er mit dir noch vorhat oder was er mit mir vorhat wenn es einen gibt dann werde ich ja sehen wenn es einen keinen gibt dann machen die Würmer mit meinem Körper eine dicke Party darüber können wir uns mal privat unterhalten ob es einen gibt oder nicht die Seele die Seele ist ewig Leute wir denken die Seele also der Körper dieser Körper ist ja sterblich aber die Seele ist ja das genau das bezweifle ich dass es so etwas gibt wie eine Unsterblichkeit eine Seele und so weiter aber das ist jetzt nicht der passende Ort und ich mag auch keine theologischen Diskussionen mehr mich interessiert es nicht ähm Tony ähm Tony nein nein alles gut nein mich interessiert es nicht dass du Christ bist ich weiß schon ich weiß nicht ich gönne dir ich gönne dir das dass du an Jesus alles gut glaubst ich akzeptiere auch deine deine Denkweise das ist ja deine Denkweise und äh was ich dir nur damit sagen will ist es ist nur äh es für die für meine Arbeit ist es nicht wichtig ob ob ich mit jemandem darüber rede ich will dich gar nicht davon überzeugen das ist ne ne ja das ist gut ich würde auch nicht überzeugen aber das ist nur meine Ansichtssache na klar das ist okay aber ich habe mir auf die Fahne geschrieben ich spüre keine Diskussion über die Existenz Gottes weil es mir völlig unwichtig ist ob jemand an Gott glaubt aber Kian eine Sache guck mal es gibt keinen einzigen Christen der äh sowas erlebt wie bei die Muslime wenn sie denn nicht äh wenn sie das Christentum verlassen keiner kein Christ würde dir jemals irgendwas antun wenn du beispielsweise Jesus Sportler bist oder wenn du Jesus kritisierst du darfst Jesus kritisieren äh jeder kann Kritik ausüben ne aber man verlangt halt immer Quellen wo hat er was gesagt oder wie ne das ist das aber wir werden niemals körperlich oder verbal Menschen aus dem Grund angreifen weil das ist nicht unsere Aufgabe wir brauchen Gott nicht zu verteidigen wir hätten einen schwachen Gott wenn ich mein Gott verteidige dann kann ich meinen Gott in meine Tasche stecken und so einen Gott habe ich nicht und ich muss meinen Gott nicht verteidigen oder auf dich schimpfen oh warum sagst du das oder ich werde das ist äh 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 du weißt so dumme Menschen die hinter hinter Wälder leben verstehst du ja wie gesagt ähm 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 diese Gedankengänge haben auch Muslime Muslime sind sich sehr selbstsicher dass sie Christen zerlegen können ja und die Christen sind sich selbstsicher dass sie den Islam zerlegen können es ist ein ewiger Kampf hin und her und ich merke dass in diesem großen Konflikt seit 1400 Jahren seitdem der Islam auf die Weltbühne gekommen ist die Christen und die Muslime nicht einen Schritt näher an sich herangekommen sind ähm die Wahrheit wurde nicht herausgefunden die Massen haben sich nicht verschoben und so weiter und so fort deswegen ist es für mich nicht besonders wichtig ob jemand an eine Überzeugung glaubt die gegen eine andere Überzeugung geht mich für mich ist wichtig was verursacht diese Überzeugung ja aber wenn jemand wenn jemand wie die Jainas in Indien für mich ist die beste Religion auf der Welt die friedlichste Religion auf der Welt ist die Religion der Jainas wenn ich gläubig werden wollte dann würde ich Jainer werden aber kenne ich nicht ich kenne diese Gruppe nicht die Religion nicht gut dann erkläre ich mal wer die Jainas sind die Jainas sind eine Abzweigung im Hinduismus diese Leute tragen Gesichtsmasken weiße Kleider und sie tragen und sie haben einen Besen in der Hand und die Jainer haben eine unglaubliche Achtung vor alle Lebewesen und deswegen tragen sie eine Maske damit sie keine Insekten einatmen oder runterschlucken und sie haben einen Besen und da wo sie laufen da fegen sie und schieben die Insekten weg damit sie diese Insekten nicht zertreten und sie haben einen sehr strengen Essensplan damit sie Nester von Tieren nicht kaputt machen den Grund von Tieren nicht kaputt machen und deswegen leben sie sehr spartanisch und achten darauf dass sie einen sehr bescheidenen Lebensstil haben und sie sind absolut gewaltfrei die was ist was ist das jetzt neues was was ich meine diese Zeug hat doch Jesus doch schon vorher schon also hat auch so gelebt genau das hat doch darum ging es doch vorher schon erklärt ich sage nur wenn wir die Natur sehen wie Gott die Natur gemacht hat sehen dass sie im perfekten Einklang ist aber von Jainas ist noch nie gewalt ausgegangen weil sie absolut eine friedliche Bewegung sind und sie sind nicht wenig die Jainas sind einige Millionen aber darum geht es nicht ich habe nur gesagt ich habe nur ein Beispiel dafür genannt aber selbst da würde ich Millionen mal überlegen ich bin ja gut das ist ja deine Weltanschauung das ist ja deine Sache das kann auch keiner wegnehmen und es wäre auch behindert so was tun Menschen irgendwie was aufzudringen was wo ist dann die freie Entscheidung ich kann mich doch nicht einnischen genau deswegen wollte ich es nur erwähnt haben und lade auf diesem Feld auch wieder Leute ein wenn jemand hochkommen möchte ganz besonders Muslime die pro palästinensisch sind die vielleicht sogar eine Aggression gegen Israel haben und dann schauen wir uns einfach mal an ja dann gucken wir uns einfach mal an wie wer die stärkeren Argumente hat ich gehe dann raus mal lieber alles klar ja aber ich habe keine Kraft mehr das respektiere völlig in ordnung ich wünsche gute besserung aber 50 und kian bleib immer wissenschaftlich so kenne ich dich so habe ich dich kennengelernt egal wie du bist woran du glaubst bleib immer wissenschaftlich und abo 50 prüft du auch diese zwei sachen 10 5 6 5 und diese laminin er will mich unbedingt zu einer religion ich habe mich 30 jahre damit befasst mein lieber das weiß auch der kian die zeit die zeit ist unabhängig man kann auch 40 jahre was sein und es hängt davon ab wie gott in deinem herzen arbeitet ob er dich ruft oder nicht ruft ich bin glücklich ich freue dich doch für mich ja ja ich wünsche auch dass du glücklich bist warum nicht ich wünsche das auch aber jetzt muss ich langsam los ich wünsche euch einen schönen abend dir auch bleibt artig ciao 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 und wie ist noch da kian ich war gerade auf der suche nach einem bild ja ich war gerade auf der so das bild hier ist blöd habe ich aus versehen habe ich aus versehen was falsch gemacht deswegen kann man mich noch hören ja man hat ja aber steht immer noch live live pausiert naja ich weiß gar nicht wie das funktioniert dass das problem wenn du aus der app raus gehst wird es als live pausiert eingezeigt okay 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 aber dann bleibt dann sieht man deshalb auch dass da bist okay okay das ich wollte eigentlich gut ich lasse es jetzt mal ist Hier kam der Tipp, dass ich ein Israel-Bild reinsetzen soll. Das würde offenbar die Leute dazu bringen, vielleicht reinzukommen. Und das werde ich aber gleich machen, wenn ich mehrere Gesprächspartner oben habe. Und dann werde ich das umsetzen. Aber es ist gut, was du machst. Schau mal, die Menschen wachen auf. Man muss sich ja ein bisschen anstrengen. Um die Welt zu beachten, um die Welt zu schauen. Man kann nicht in seiner Blase bleiben, in seiner Kultur, Zeug. Und man ignoriert, wie ein Pferd, das eine Scheuklappe hat. Und immer geradeaus guckt. Man muss die Dinge prüfen und checken und nachfragen. Das ist eine ganz gesunde, normale menschliche Sache, die man hat. Also bei uns hat Gott so gemacht, dass wir prüfen. Bei dir ist es eine Weltanschauung. Das ist eine ganz normale Sache. Und dass manche Menschen was dagegen haben, das ist doch idiotisch. Oh, warte mal, Toni, Toni, eine Sekunde. Bahran, komm hoch. Komm hoch, mein Lieber. Komm. Wer sagt, dass ich das von den sogenannten Rafide-Sektenbüchern habe? Komm hoch. Ich kenne genug aus dem Sunni-Islam. Komm hoch. Komm, wir unterhalten uns. Und dann schauen wir mal, wie gut ich über deine Sekte Bescheid weiß. Komm hoch. Im Shia-Islam kannst du mich nicht schlagen. Aber im Sunni-Islam wahrscheinlich auch nicht. Komm hoch. Und dann unterhalten wir uns. Nicht so eine große Klappe haben und hier schreiben, Oh, er hat nur aus den Sektenbüchern der Schiiten gelernt. Nein. Seit 2014 setze ich mich systematisch mit dem Sunni-Islam auseinander. Im Gegensatz zu dir lerne ich jeden Tag. Komm hoch und dann unterhalten wir uns. Und dann sehen wir mal, wer besser weiß. Und wenn du nicht hochkommst, dann drückst du dich. Feigling. Komm, Feigling. Komm, ich reite dich mal ein bisschen. Der hat nur 17 Follower. Ich glaube, das wird nichts mit dem Tauch kommen. Ja, okay. Ah, okay. Alles klar, stimmt. Ja, ein kleiner Feigling. Aber was Sache ist, du musst aufpassen. Bei manchen Ländern, Beispiel wie Schweiz, da brauchst du keine 1.000 Abonnenten. Wusstest du das, gell? Ich weiß. Ich habe gehört, da irgendwie 200 und dann ist man drinnen. Ja, das ist, weil wegen den Menschen. Beispiel, Deutschland hat 80 Millionen Menschen. Aus dem Grund braucht man halt Minimum 1.000. Und andere Länder, so wie jetzt Österreich, brauchen weniger. Habe ich gehört. Habe ich gehört. Wurde mir gesagt. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht und habe gehofft, dass sie das vielleicht geändert haben. Na gut, Bahran war wieder so das beste Beispiel dafür. Mit so einem Fake-Account streut er hier Ärger. Er lernt es aus den Rafidi-Büchern. Nein, ich lerne es aus den Sunni-Büchern. Wenn ich über den Sunni-Islam spreche, habe ich nicht eine Sekunde etwas aus den Shia-Büchern rausgeholt. Ich argumentiere mit deinen eigenen Quellen. Mit euren Koranexegesen. Mit euren islamischen Juristen. Mit euren Büchern. Mit euren Hadith-Büchern. Und so weiter und so fort. Ich würde mich nie auf eine Shia-Quelle berufen, weil ich bin kein Schiite, um mit dir zu diskutieren, kleiner Zwerg. Das haben schon einige probiert hier auf TikTok. Und dann haben sie gemerkt, oh verdammt, der Ex-Schiite weiß doch ziemlich gut Bescheid über den Sunni-Islam. Ich habe keine Angst davor. Also, ich lade Muslime ein, hochzukommen und ihren Standpunkt bezüglich Palästina, Israel deutlich zum Ausdruck zu bringen. Kommt hoch. Mann wie Frau. Aber bitte keine Kinder. Mit Kindern diskutiere ich nicht. Eine gewisse Reife muss schon da sein. Und dann unterhalten wir uns. Und dann können wir weitersehen, was los ist. Ja, da wäre es wirklich nett. Komm Leute, meldet euch mal. Habt keine Angst. Ich beiße nicht. Ich bin nicht... Warte, Len Tolusch. Die Leute, kann doch jeder hochkommen, wer möchte. Ja, ja. Jeder kann hochkommen. Es gibt keine Beschränkung hier. Es geht sowieso um Palästina, Israel. Und dann können wir uns unterhalten. Komm hoch und dann sehen wir, was los ist. Ist überhaupt kein Problem für mich. Aber kommt hoch und lasst uns reden. Und schreibt nicht solchen Unsinn da. Du kannst eine Kappe herstellen, wo extra wieder draufsteht. Das passt besser, aber es gibt nicht Klicks. Komm hoch. Leih dir einen Account von einer deiner Salafi-Freunde und dann reden wir. Kleiner Junge. Komm. Ich staune, dass so viele meiner Landsleute, Kurden, sich dieser gefährlichen Dogmalehre der Sonniten anschließen. Das ist wirklich eine Schande. Deswegen distanziere ich mich auch von den Kurden. Weil ich mit meinem eigenen Volk nicht viel zu tun haben möchte. Also schon traurig. Man wurde von den Muslimen so auseinandergenommen und dann nimmt man noch diese Ideologie an und verteidigt es auch noch. Absolut. Absolut. Wirklich. So scheußlich. Ja, wirklich. Schau mal, Kian, wie standhaft Armenien geblieben ist. Obwohl Armenien so oft von den Muslimen kaputt gemacht wurde, sind sie immer noch treu. Die Jesiden wurden so auseinandergenommen. Und leider gibt es auch von Jesiden viele Muslime leider. Aber es gibt noch Jesiden, die noch wirklich stark geblieben sind gegen den Islam. Richtig. Richtig. Es ist der Beweis da, dass man loyal sein kann. Und diese Menschen zeugen von dem Zeugnis, was der Islam gemacht hat. Und dann kommen die Muslime her und stellen sich als Maßstab hin. Als wären sie der Maßstab für die Wahrheit, für den Islam. Aber wir sehen einen Gegensatz zu dem, was da ist. Ja. Ist das Bild besser? Ja, kannst du. Ja, ist gut. Und jetzt schau mal, die Arameas zum Beispiel, auch ein sehr, sehr starkes Volk. Also die auch immer noch Christen geblieben sind. Und obwohl der Islam auch sehr oft verfolgt hat und getötet und alles Mögliche mit ihm gemacht hat, sind sie immer noch standhaft geblieben. Und es gibt keinen Arameer, der Muslim ist. Ja, ja, absolut. Absolut. Der Islam ist keine attraktive Religion. Diese Religion ist nicht attraktiv. Die Muslime befinden sich in einer kognitiven Dissonanz, wo sie sich einbilden, dass sie einer sehr guten, logischen, weitsichtigen und vernünftigen Weltanschauung angehören. Aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist diese Religion dogmatisch, kollektivistisch, rückständig. Und für Männer gemacht. Von Mann für Männer. Und für Männer gemacht. Und es ist eine Paradiesreligion. Ja, ganz genau. Ganz genau. Es ist eine Spaßreligion, wo die Männer sich austoben können. Eine Religion von Männer für Männer. Ja, deswegen sind die ganzen Gesetze auch so privilegiert für Männer. Und die Frauen gucken blöd aus der Wäsche. Und dann sollen sie mir mal etwas anderes hier erzählen. Übrigens, das auf dem Bild bin ich nicht. Das ist jemand anderes, den ich kenne. Aber der wird sicherlich nichts dagegen haben, dass ich dieses Bild benutze. Wir können sehr gut beobachten, in der Geschichte zurückschauen. Wir haben ja die Leute noch da. Wir haben die Menschen. Wir haben Kultur. Wir können alles beobachten, wie der Islam sich entwickelt hat. Schauen wir mal ein Beispiel, wie Albanien. Albanien war auch kein muslimisches Land. Wir haben die Osmanen kamen und Albanien eingenommen hat. Genau, genau. Und diese Balkanländer außer Rumänien. Rumänien ist eigentlich fast das einzige Land in Kroatien, glaube ich. Und es gibt auch ein paar kleine Balkanländer, die nicht islamisiert worden sind. Die konnten ja auch nicht. Rumänien war ja das römische Reich, glaube ich, damals. Sie haben auch keine Wahl gehabt. Sie haben ja keine Chance gehabt, der Islam gegen. Und da war noch der Fehler, der hat auch gegen die gekämpft. Gegen die Osmanen. Was hier steht, glaube wenig, hinterfrage alles deine selbst. Okay, gut. Ich dachte, jemand macht hier islamische Propaganda in meinem Chat. Ich bitte euch, meine Damen und Herren zu leiten. Der ist in der eigenen Käfig. Ja, ich danke euch fürs Leiten, fürs Unterstützen. Das pusht in meinem Stream, im Algorithmus auch nach oben. Ihr seht, mein Stream verläuft jetzt auch nicht so hart, so brutal wie in anderen Foren. Ja, ich versuche immer möglichst nicht zu viele Ouktionen. Aber ich bin gerne bereit, auch eine leidenschaftliche Diskussion mit Muslime. Vielen Dank, Lea. Ich bin auch bereit, mich den Fragen und Herausforderungen, Miral, vielen Dank, zu stellen. Ich habe überhaupt keine Probleme damit. Keine Probleme. Kommt und konfrontiert mich mit dem, was ihr glaubt, ist wahr im Islam. Ich habe kein Problem damit. Herzlich willkommen. Seid nicht ängstlich. Ich verhandle euch respektvoll. Vielen Dank, Rockin. Ich behandle euch respektvoll, wenn das Gleiche auch mir gegenüber passiert. Keine, du musst auch auf eine Sache aufpassen, habe ich auch aus eigener Erfahrung kennst du bestimmt. Es gibt Muslime, die machen sich deutsche Fakes-Accounts, nur um ernst genommen zu werden, weil sie merken, sie werden nicht mehr wahrgenommen und sie machen sich deutsche Fake-Accounts, also geben sich als Hans-Jürgen oder keine Ahnung was, nur damit sie so zeigen, als wären sie neutral. Ja, ich meine, ja, absolut. Ich bin ja, was diese Sache betrifft, mir vollkommen im Klaren. Ich hatte ja mit mindestens zehn Muslime gesprochen, die hatten sich europäische Namen gegeben und dann sind sie hochgekommen, haben geschimpft und Theater gemacht. Das ist mir ja klar. Ja, sobald du merkst, was du reden, merkst du sofort, das ist Muslim. Dann weiß ich, dass er Muslim ist. Also die Erfahrung habe ich längst gemacht. Deswegen ist das wirklich für mich auch keine große Herausforderung, wenn diese Leute dann auf mich zukommen und mir dann so Scheinfragen stellen, um mich in eine rhetorische Falle zu locken und ich weiß dann immer sofort, ach, die kommen eigentlich aus diesem Kulturkreis, die sind ja keine Biodeutschen, die tun halt eben nur so. Ja, dann haben wir auch gemerkt, dass keiner mehr ernst nimmt. So, jetzt haben wir Bilal hier drin. Mal sehen, ob Bilal hochkommt. Guten guten Abend. Ja, grüß dich. Ja, bitteschön, Bilal. Ja, ich wollte mal jetzt mal kurz nebenbei mal wissen, was sagt ihr zu Israel und Verlässtienkrieg? Also ich würde mal sagen, viele Deutsche sind ja für Israel. Oder bin ich da falsch? Nein, nicht nur Deutsche. Ich glaube, viele andere Menschen auch. Die globale Stimmung ist gegen Israel. Es gibt unheimlich viele Menschen auf diesem Globus, die glauben, dass Israel der Aggressor ist. Und wir sind pro, ich bin pro-israelisch. Ich stehe auf der Seite Israels. Ich auch. Ich bin auch pro Israel. Ja, ich bin nicht für Palästina. Ich bin aber für einen gerechten Frieden für beide Völker, damit endlich Ruhe einkehrt. Muss es eine politische Lösung geben? Der Konflikt kann militärisch nicht gelöst werden. Genau, so sieht es aus, weil es gibt dann nur noch Chaos. Richtig. Ich bin selber auch nicht für egal wen. Ich bin nur fürs Frieden. Aber einerseits denke ich mir, okay, die haben echt jahrelang gelitten. Man sieht es auch auf der Weltkarte bei denen, wie Palästin groß war und mittlerweile, wie es jetzt aussieht. Und das kann doch auch nicht sein. Ja, soll es auch nicht. Aber es ist leider so. Aber schau mal, Bilal, Beispiel wäre jetzt die palästinensischen Menschen, ihr nennt sie Palästina, wären diese Leute nicht islamisch geprägt. Glaub mir, es gäbe Frieden. Es würde keinen Stress geben. Das geht doch immer nur gegen den Islam. Es gibt so viele halbwissende Menschen, die über den Koran reden. Nein, nein, das versteht nicht. Im Gegenteil. Es wird nicht mehr gegen die Bibel geschossen, gegen das Christentum, gegen die Juden wird nicht mehr geschossen. Nein, 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 nein. Das kann man so. Ich sage es mal so. Guck mal, wenn ihr nicht islamisch aufgewachsen seid, versteht ihr diesen Islam nicht. Es ist sehr schwer, den Islam zu verstehen. Ist leider einfach so. Nein, es ist schwer. Das ist nicht schwer. Doch, es ist schwer. Nein, das ist nicht schwer. Das hat ja auch gar nichts damit zu tun. Das hat ja auch gar nichts damit zu tun mit dem Islam. Es geht ja einfach um den Länderkrieg. Was hat nichts mit dem Islam zu tun? Zum Beispiel, klären wir mal ein bisschen genauer. Was genau hat nichts mit dem Islam zu tun? Es ist ein Länderkrieg. Es hat gerade nichts mit dem Islam zu tun. Und jeder schiebt es immer auf den Islam. Ja, aber wir gucken auf die Quellen. Unwissenheit macht Angst. Nein, nein. Wenn die Leute waschen, aber guck mal, die friedlichen Muslime. Wir haben immer Angst vor irgendetwas dann. Nein. Also erst einmal redest du hier mit einem Ex-Muslim. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was Toni ist, aber ich bin Ex-Muslim. Okay, schön. Und ich bin 35 Jahre lang in einem sehr religiösen Klima aufgewachsen. Ich habe zwei Moscheen in Berlin mitgegründet. Ich war bei der Hatsch. Ich habe meinen Salah gemacht, meine Gebete und so weiter und so fort. So. Ach schade, das Bild kann man nicht sehen, aber das wäre ich. Doch, man kann schon erkennen. Man kann schon sehen. Man erkennt schon was, ja. Okay. Gut. Das war ich als junger Mann mit 19 oder 20. Ja, aber merkt ihr das nicht? Der Westen bombardiert immer den Islam. Warum? Wann haben wir Kriege geführt? Wirklich von uns aus. Wo von uns aus gestartet haben. Immer der Westen startet den Krieg. Was weiß ich, die von ganzem... Lass den Quatsch. Guck mal, wie sich dein Koran verbreitet hat. Damals, als Mohammed angefangen hat. Am Anfang hat er keine Macht mehr. Ich finde es doch schön. Lass ihn doch verbreiten. Würdest du es nicht schön finden, wenn eure Bibel verbreitet wird? Nicht mit Gewalt, nein. Dein Mohammed sagte, mir wurde das Schwert gegeben, dass ich in den Menschen Hass schüre. Dass ich den Islam mit dem Schwert verbreite. Guck mal, das Problem ist, du kannst das Arabische nicht auf Deutsche eins zu eins überwetzen. Das ist einfach sehr schwer. Guck mal, genau das ist das Problem mit eurem Islam. Den Islam kann man nicht übersetzen. Du kannst den Arabisch nicht übersetzen. Das ist nur sehr schwer. Das ist alles dumme Gelabern. Eins zu eins. Guck mal, das Problem ist, wenn du was liest. Man kann jede Sprache, man kann sogar die Kalschrift übersetzen. Jede Sprache kann man übersetzen, dass man sie versteht. Aber nicht eins zu eins, oder? Wenn du dir jetzt einen Film anschaut, zum Beispiel... Schau mal, Bilal, Bilal, das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Wenn die Arabisch eine schwer übersetzbare Sprache gewesen wäre, dann würden es andauernd Probleme geben zwischen arabischen Diplomaten und dem Rest der Welt. Das ist totaler Quatsch. Der Koran ist genauso einfach zu übersetzen, wie jede andere Sprache auch. Das ist ein Mythos, den der Islam geschaffen hat, damit der Eindruck entsteht, hier sei eine himmlische Macht am Werk gewesen und hat die Sprache sozusagen als einen Beweis für die Himmligkeit des Buches geschaffen. Das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Okay, schön, gut. Okay, du hast recht. Alles klar. Was soll ich dir sagen? Wenn ich dir was anderes sage, du glaubst es nicht. Du willst ja genau das hören, was aus deinem Mund kommt. Nein, was seine Quellen sagen. Also, in Sura al-Yussef sagt Allah, Wir entsandten den Koran in arabischer Sprache, damit ihr versteht. So, wenn der Koran in arabische Sprache kommt, dann verstehen ihn die Araber. Das gab es nur Arabisch in dem Moment für die. Damals waren die Menschen abhängig davon, dass es Übersetzungen gab oder dass die Araber übersetzt haben für die, die nicht Arabisch sprechen. Heute ist die arabische Sprache aber vollkommen studiert. Wir wissen alle, was die arabische Sprache ist. Und wir haben Universitäten, die sich mit Arabistik auseinandersetzen. Arabisch ist einfach zu sprechen. Ich habe Konvertiten getroffen, die haben fließend Arabisch gesprochen. So, das bedeutet, die arabische Sprache ist wie jede andere Sprache erlernbar. Und da ist nichts Spezielles drin. Natürlich, jede Sprache ist erlernbar. Das erzählen eure... Aber das hat ja gar nichts damit zu tun, das eins zu eins zu übersetzen. Das ist immer wieder was anderes. Du kannst nicht immer irgendeine Sprache eins zu eins übersetzen. Aber der Kontext, guck mal, nur weil ein paar Sachen nicht eins zu eins übersetzbar sind, das spielt keine Rolle. Aber genau, das geht. Das sind die ganz Kleinigkeiten, um das es geht. Nein. Sobald du eins zu eins sagst, kommt alles darüber. Warte kurz, Bilal, bitte ganz kurz. Wenn nicht du und Kian irgendwo hingehen und wir erleben was und jemand schreibt drüber und wenn der schreibt das und das und seine Sicht, das ändert... Und wenn du den Text jetzt, wenn du den Text Beispiel nicht verstehst, weil ein paar Sachen jetzt von Komma her oder von einer anderen Bedeutung das gibt, das ändert auch nicht den Kontext, das ändert auch nicht, was passiert ist. Das bleibt, nein, nein, das bleibt. Am Endeffekt ist es das aber. Entschuldigung, Toni, Bilal, wir haben noch jemanden im Gast im Raum. Ich weiß nicht, wie dein Name ist. Madeleine oder so ähnlich. Madeleine? Das ist der Korn von meiner Frau, aber ich bin kurz so drin. Guten Abend an alle. Ja. Ja, bitte. Also ich wollte mal ganz kurz loswerden, dass das Problem bei der ganzen Sache ja auch ist, dass das ein religiöser Konflikt ist, dass der vom Westen her über eine Zwei-Staaten-Lösung unbedingt auf Zwang gelöst werden soll, aber dass das beide Parteien ja gar nicht annehmen. Und deswegen sollte der Westen sich dann raushalten und die das selber ausmachen lassen. Schön gesagt. Schön gesagt. Und das Problem hier in Deutschland ist, Deutschland setzt sich direkt auf eine Seite und die Medien machen immer nur die eine Seite nieder. So, wie war es mit dem Ukraine-Krieg? Deutschland hebt die Flagge von Ukraine. So, und jetzt von Israel. Überall. Und was ist mit Deutschland-Flagge? Ich stelle hier nicht eine einzige Deutschland-Flagge. Deutschland kann nicht mal seine eigene Flagge hochheben. Nein, lieber bunte Flaggen hoch, lieber andere Länder-Flaggen hoch, anstatt ihre eigene Flagge. Und stellen sich immer nur auf eine Seite direkt, anstatt in die Mitte zu gehen, in kalten Fliegen und zu wagen. Das stimmt nicht. Viele Deutsche stehen für ihre Flagge. Das stimmt. Nur weil die grüne Politik so geistig behindert ist, heißt das nicht, dass die Deutschen sich für ihre Flagge einsehen. Das ist Blödsinn. Ich stelle hier keine Flagge. Ich stelle gleich. Ich stelle für Deutschland. Wie kann man gegen Deutschland sein? Nur weil wir eine schlechte Politik haben von den Grünen. Aber das hat nichts zu bedeuten, was du jetzt sagst. Warum? Das stimmt nicht. Warum? Denn überall siehst du doch momentan israelische Flaggen, oder? Und davor hast du ukrainische Flaggen gesehen. Weil sie halt für Israel sind. Wo ist das Problem? Ihr seid für Palästina. Es gibt da muslimische Länder. Nein, ich bin nicht für Palästina oder für Israel. Ich bin für den Frieden. Ich sterbe auf beide Seiten Menschen. Bei Krieg sterben immer Menschen. Und das ist das Problem. Bilal, kennst du den Kontext des Konfliktes überhaupt? Ja, natürlich. Gut. Dann erzähl uns mal ein bisschen was über den Kontext des Konfliktes. Von was? Ich will etwas über den Kontext hören. Die Vorgeschichte des Konfliktes. Du tust so, als wenn Israel irgendwie... Weißt du, was das Problem ist? Und das muss man mal anders angehen. Nein, Israel ist halt eben ein gut funktionierender Staat mit einer gut ausgerüsteten Armee. Und muss sich jetzt aber gegen einen religiösen Irren verteidigen, der alleine aus islamischen Motiven heraus dieses kleine Land angreift. Und zwar seit der Entstehung der Hamas von 1987. Und bedauerlicherweise hat Israel... Der ist rausgegangen, Ritien. Bitte? Der ist rausgegangen. Ah, okay, der ist rausgegangen. Okay, gut. Kann ja sein, dass er kurz mal die Verbindung verloren hat. Auf jeden Fall. Es sieht so ungerecht aus, weil es halt eben eine übermächtige Armee ist gegen die armen Steinewerfer. Die Geschichte der armen Steinewerfer ist längst vorbei. Ist längst vorbei. Die Palästinenser sind gut ausgerüstet. Dank dem Iran, dank Ägypten, dank Syrien, dank der Hezbollah. Und deswegen reicht es vollkommen, es reicht vollkommen, zu sagen, dass sich das Kräfteverhältnis zwar nicht stabilisiert hat, aber die Palästinenser sind längst zu einer überdimensionalen Terrororganisation herangewachsen. 40.000, 50.000 Guerillas im Gazastreifen, die nur einen Wunsch haben, nämlich Israel so lange zu drängsalieren. Ja, und wieso tun die noch einen auf Opfer? Guck mal, die haben jetzt genug Leute da, und die tun immer noch einen auf Opfer. Ich verstehe nicht. Immer diese Taktiker, die Opferrolle. Ja, eben. Und das nutzen sie propagandistisch geschickt aus. Sie verstecken sich in Wohngebiete, sie verstecken sich in Wohnhäuser, sie verstecken sich in Krankenhäuser, in Garagen und Lagerhallen und Supermärkte. Und von dort aus schießen sie ihre Raketen dann direkt auf Israel. Der Einzige hier, der fahrlässig sein Volk, der der Massentötung aussetzt, ist die Hamas selber. Das ist richtig. Ja? Ja. Und das ist der Grund, warum so viele Menschen sterben. Soll Israel deswegen aufhören, wenn 5.000 Raketen pro Tag nach Israel fliegen? Soll Israel deswegen seine militärische Antwort aussetzen? Nein. Nur weil sie sich in den Bürger verstecken? Islam hat genug christliche Länder eingenommen und terrorisiert. Warum soll sich Israel das gefallen lassen? Israel hat aus der Geschichte gelernt, was sie gemacht hat. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Jetzt ist Israel am Zug. Die Hamas hat die Büchse der Pandora geöffnet. Und Israel wird den Zeitpunkt bestimmen, an dem die Büchse wieder geschlossen wird. Ja. Ja, das ist, wie es ist. Und es war nicht Israel, das am 7. Oktober 1200 Palästinenser auf einem Schlag ermordet hat. Denn es ist in der Geschichte von dem Palästina-Israel-Konflikt nicht so passiert. Schon gar nicht nur Zivilisten und dann das ganze Militär ausgespart. Ja, tausend Hamas-Aktivisten haben sich verschanzt und haben über drei, vier Tage lang sich dort Grabenkämpfe geleistet mit den Israelis. Ja, haben 300 Menschen entführt. Haben nicht mal israelisches Personal angegriffen, sondern schlussendlich nur zivile Bürger. Menschen, die an der Grenze zum Gaza getanzt haben. Das war alles. Wie ekelhaft Feigling muss man sein. Und dann stellen sich diese Feiglinge da draußen in Europa hin, diese ganzen Free-Free-Palästinenspinner. Ja, und feiern die Feigheit der Hammers auch noch. Ja, richtige Armeen stellen sich einer regulären Armee feige, von einem Wohnhaus Raketen abzuschießen. Und dann Kinder zu töten und Frauen in den Gaza zu verschleppen. Und junge Frauen, die sie auf dem Fest genommen haben, vergewaltigen und dann zerstückeln und dann nackt mit auf dem Pick-up ihres Autos durch Gaza zu fahren. I, ist das hässlich. Hast du das eine Bild gesehen, wo die im Auto bei lebendigem Leib verbrannt worden sind? Ja, ich habe das alles gesehen. Habe ich gesehen. Es ist abscheulich. Boah, beim lebendigen Leib einfach verbrannt worden. Ja. Das ist ein moralischer Krieg auch. Man muss ja so sehen, die Hamas weiß ganz genau, dass die militärisch nicht in der Lage ist, Israel jetzt ganz alleine zu schlagen. Auch wenn die Unterstützung weltweit durch die vielen Muslime und auch viele andere Sympathisanten groß ist. Und deswegen müssen die gucken, dass sie ihre eigene Moral hochhalten und die Moral der Israelis niedrig halten. Die müssen die Israelis tief treffen. Die müssen die sehr, sehr hart verletzen. Damit die auch Zorn und böse Gegenreaktionen hervorbeschwören. Die möchten, dass das animalischste Mensch quasi dadurch reizen und triggern, damit die Israelis auch Sachen sagen und tun, die vielleicht jetzt nicht so toll sind, aber die auch im Endeffekt nie an das ranreichen, was die Hamas macht. Aber der Sinn dahinter ist doch, dass die Leute dann das sehen, was zuletzt passiert ist. Und zwar das, was die Israelis machen, damit sie sich dann hinter die Hamas stellen. Das ist das. Es geht einfach nur um Publicity, damit die Hamas wieder gut dasteht irgendwie. Und die Leute werden das vergessen und die beginnen es schon zu vergessen, was die Hamas an diesem Samstag gemacht hat. Und das ist traurig zu sehen. Absolut. Und dann an dieser Stelle will ich, ja so egal, fragen, ja so egal, magst du hochkommen? Und dann sagen, ja, ja, Israel wird verlieren. Und dann begründest du auch, warum Israel verlieren wird. Magst du hochkommen? Du bist herzlich eingeladen, hochzukommen. Aber ich glaube, du hast nur 89 Leute und lässt aber dann lieber deinen geistigen Dünnschiss hier ab. Okay, kein Problem. Ja, aber es wird auch ein Traum bleiben, dass Israel fallen wird. Es wird nicht so schnell passieren. Ja, ja, das wird tatsächlich nicht eintreffen. Und ich denke mal, Israel wird zu sehr drastischen Schritten übergehen, wenn sich der Libanon einmischt oder Syrien. Aber das wäre dafür auch, dann wäre das ein weltweites Chaos. Es wird eine Nahostkrise werden, die wie eine Schockwelle auch Europa treffen wird. Und dann werden wir uns wünschen, dass wir niemals so viele Muslime aufgenommen haben, wie wir es jetzt getan haben. Dann werden wir uns wünschen, wir hätten das alles nicht gemacht. Aber ich denke mir, wir brauchen diesen Kipppunkt, denn in dem Moment, wo die Muslime dann ihren Dschihad und ihren Krieg auf Europas Straßen durchziehen, dann fällt auch die Stimmung im Volk. Und dann kriegen wir endlich unsere rechtskonservativen Bewegungen in die Parlamente. Und dann können wir den Hahn zudrehen und dann können wir die Extremisten rausschmeißen, die Remigration ankurbeln und dann können wir das Ruder wieder umreißen. Weil mit diesen Menschen können wir nicht leben. Ja, das hat er schon angefangen, auch abzuschieben, solche Leute von denen. Ja, ja. Und naja, aber es ist nicht genug. Es werden nicht genug Menschen abgeschoben. Wir bekommen Millionen Anti-Westler. Ich habe mit vielen Migranten gesprochen auf den Kundgebungen, die wir gemacht haben. Und sie haben immer gesagt, ihr habt keine Wahl, ihr müsst uns aufnehmen. Ihr habt Krieg in unsere Länder gebracht. Wir kommen nicht zum Betteln. Das ist eure moralische Pflicht, uns aufzunehmen. Ja, wir kennen keine Leute. Aber die Länder sind nicht genug. Warum verteilen sie sich nicht dort? Ja, eben. Aber das... Schau, Polen, Rumänien und die anderen Länder sind schlau. Die lassen keinen von denen rein. Und sie haben gut getan. Und deswegen werden diese Gesellschaften auch nicht so destabilisiert. Oder Ungarn. Ungarn ist auch sehr stabil. Ungarn ist auch ein stabiles Land. Ja, im Moment ist Ungarn am konsequentesten. Ja. Und das ist gut so. Ja. Und wir haben den Fehler gemacht, dass wir uns die Türen für die Menschen aus islamischen und afrikanischen Diktaturen aufgemacht haben. Und das Ergebnis ist, dass wir jetzt Unruhen bekommen und dass Juden sich in Europa wieder verstecken. Juden nehmen ihre Kippe ab. Sie können nicht mehr mit dem Darmstern herumlaufen. Sie verschanzen sich in ihre Wohnung. Ja, der Bank wäre auf der Straße angegriffen. Eingespuckt wieder. Der Bank wäre auf der Straße angegriffen. Das jüdische Restaurant in Berlin hat zugemacht. Ja, weil sie nicht verantworten können, dass ihre Gäste vielleicht einem Attentat zum Opfer fallen. Und so weiter und so fort. In Dagestan, an der Grenze zu Aserbaidschan, landet ein Flugzeug mit israelischen Verletzten. Und Leute, Muslime in Dagestan bekommen das mit und stürmen die Flugbahn und belagern das Flugzeug. Das muss man sich mal vorstellen. Verletzte Menschen. Ja, aber guck mal, auch, weil viele Leute reinkommen, das ist wie mit der M&M's. Schau mal, ich bin Elben-Ski. Elben-Ski. Mach mich rein. In diesem Befehlston kommst du nirgendwo rein. Weder bei einer Person noch bei mir in den Stream, okay? Es gibt so viele Leute. Du weißt nie, guck mal, wie vor kurzem dieser eine Terrorist, wieder mit dem LKW. Das sind wie diese M&M's, diese komische kleine, wenn es drei davon vergiftet sind und du tust es in den anderen rein, du weißt nicht, wer von denen vergiftet ist. Und so ist es auch mit diesen ganzen Leuten, die hier reinkommen. Ach, schade. Ja, ganz genau. Bassett, Bassett, AMG, sagt Iraner sowieso, alles keine Muslime. Weißt du Volltrottel eigentlich, dass es im Iran mindestens 20 Millionen Sunniten gibt? Ja, an dieser Aussage merke ich schon, dass du ein sehr ungebildeter Mensch bist. Aber Hauptsache irgendwie den geistigen Dünnsches zu Buchstaben zusammensetzt. Iran ist auch das einzige wirklich peresische Land, was mir aufgefallen ist, dass diese Menschen, die Klügsten sind, ich schwöre. Es gibt so viele iranische Frauen, die wach geworden sind und auch Männer, die wach geworden sind und die Bildung haben. Die kommen hier rein und bilden sich, die studieren und die machen was aus sich. Und die Frauen kämpfen auch. Das mag ich auch an iranischen Leuten. Im Gegensatz zu pakistanischen und afghanischen Leuten. Im komplette Gegenteil. Absolut. Das iranische Volk wird den Islam abschütteln. Und Bassett, Bassett, du bist nach wie vor nicht gebildet. Ja, tut mir leid. Du schreibst, du schreibst, ich weiß, 99 Prozent sind aber trotzdem Kaffer. Ja, wenn 20 Millionen devote Sunniten im Iran leben, dann können nicht 99 Prozent aller Iraner Kaffer sein. Junge, 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 Junge. Also du musst echt deine Hausaufgaben machen. Ja, und ich denke, jetzt ist jemand rausgegangen. Leute, ihr könnt gerne hochkommen. Gut, Abdul Hakim, bitteschön. Mal gucken, was Abdul Hakim sagt. Was bin ich? Nein, 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 warte mal. Nicht beleidigen, nicht beleidigen. Was, 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 was? Komm, komm, komm. Du bist keine Zierde deiner Religion, wenn du jetzt solche Sachen sagst. Außerdem, die meisten Deutschen verachten dich. Die sagen nicht, wow, wie cool. Die denken, was für ein weiterer Holzkopf aus der muslimischen Gemeinschaft. Also, hast du was Produktives beizubringen? Weißt du, wer schimpft und wer beleidigt, ist intellektuell sprachlos. Aber wer argumentativ auf meine Plattform kommt, der hat was zu sagen. Aber nur jemand, der schimpft, der weiß, dass er nichts an Wissen in seiner Birne hat. Und deswegen schimpfen auch Leute. Ich habe dich nicht beschimpft. Ja, ja, du hast schon den Versuch gemacht. Du bist so ein Richtiger, hast du angefangen. Nein, sag, du bist schon wieder einer, der richtig Wissen ausbildet. Also, in deinem Kopf bildest du dir einen. Ja, 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 ja. Ja, verscheißen, dann kannst du dich alleine. Gut, goodbye. Gut. Ich habe versucht, ihn ernst zu nehmen. Und schauen wir mal weiter. Schauen wir mal, was andere Leute noch zu sagen haben. Ihr seid herzlich willkommen, hochzukommen. Es ist überhaupt kein Problem. Abdelhakim, du hast deine Chance verpasst. Trotz allem, dass du Elben, bla bla bla, ein bisschen herrisch verlangt hast, dass ich dich nach oben nehme. Schieß los. Hallo, ich grüße Ihnen. Hallo. Bitteschön. Was haben Sie eigentlich gegen den Islam? Was habe ich gegen den Islam? Jede Menge. Jede Menge. Ich habe jede Menge gegenüber deinem Propheten Mohammed. Ich habe jede Menge Probleme mit den Koranversen. Ich habe jede Menge Probleme mit der Hadith-Literatur. Ich habe jede Menge Probleme mit den juristischen Aussagen deiner Gelehrten. Ich habe jede Menge Probleme mit der islamischen Geschichte. Allgemein gesprochen, das sind meine Probleme mit dem Islam. Spezifische Probleme kann ich auch nennen, aber da müsste ich ein Topic erwähnen, ein Thema und dann könnten wir drüber reden. Aber das setzt voraus, dass du dann auch Bescheid weißt. Gucken Sie, ich bin nett und so, damit Sie nur wissen. Ich habe eine kleine Frage. Bist du das auf dem Bild? Das bin ich auf dem Bild mit 19 oder 20. Ah, okay. Und zu welchen Sekten hast du damals gehört? Also wahrscheinlich Schia, ne? So sieht es aus. Und die Schia sind keine Muslime? Okay, also... Sind die Schia Muslime für dich? Es kommt ja darauf an, wenn du... Bist du Schia? Manche ja, manche nein. Nein, bist du Schia? Ich bin Salafi. Du bist Salafi? Nein. Okay, die Salafis akzeptieren die Schiiten nicht. Die nennen sie Rafidi. So. So, akzeptierst du die Schiiten als Muslime? Ich gehe mal runter, Kian, ja. Bei uns gibt es... Ich gehe mal was... Ich gehe unten, ich höre jetzt so. Für die Salafi. Du kannst ruhig bleiben, Tone, wenn du magst. Ja, muss nicht gehen, mein Freund. Für die Salafis sind die Schias drei Kategorien, okay? Es gibt erstmal die normale Schias, die die Sahaba nicht beschimpfen. Und die einfach wie die Sunniten sind, aber die sagen, dass Ali, der erste Khalif sein sollte, das sind einfach die guten Schias, die wir nicht als Kafir sehen. Und dann gibt es die Schias, die die Sahaba beleidigen und die den Koran ablehnen und sagen, das ist nicht der vollständige Koran. Das sind für uns auch keine Muslime. Und dann gibt es die Nussariya und das sind die Aleviten. Für uns sind es auch keine Muslime. Also es gibt auf jeden Fall muslimische Schias. Gut, okay. Ich bin einverstanden mit der Antwort. Aber macht die Ablehnung der Sahaba überhaupt irgendjemanden zum Kafir? Überhaupt nicht. Was ist denn der Arkan von Islam? Steht da drin, du musst die Sahaba ehren? Nee, aber wer sagt, die beschimpften ja auch nicht nur die Sahabas. Nein, nein, was ist der Arkanedin? Arkanedin verlangt von dir bestimmte Glaubensüberzeugungen, damit du ein Muslim sein kannst. Und wenn du das alles tust, beten, fasten, Pilgerfahrt, Sakat bezahlen und so weiter, dann bist du Muslim. Nirgendwo steht in dem Arkan, im Sunni oder Shia-Islam, dass du die Sahaba zu respektieren hast. Die Sahaba sind Gegenstand von Untersuchungen. Ich halte sie alle für schwach. Ich halte alle Sahaba für Monster. Im Shia-Islam wie im Sunni-Islam. Ich halte sie alle für Blindgänger und für treue, ergebende Anhänger des Propheten Mohammed, die für Mohammed getötet haben, die für Mohammed Menschen den Kopf abgeschlagen haben, die Juden und die Christen von der arabischen Halbinsel vertrieben haben. Deswegen, von meiner Seite aus, ich bin ein waschechter Murtat. Ich bin raus aus dem Islam. Aber ich kann dir sagen, Sahaba sind immer Gegenstand von Untersuchung. Und die Sahaba respektieren, ist nicht ein Teil deiner Glaubensüberzeugung im Islam. Du kannst die Sahaba alle ablehnen und kannst trotzdem ein Muslim sein. Allah hat dir an keiner Stelle im Koran gesagt, dass du die Sahaba, dass du den Sahaba gehorchen musst. Ich weiß, von welcher Richtung sie kommen, aber die Rawafat beschimpfen auch nicht nur die Sahaba, sondern die Frau des Propheten. Und wer das macht, ist auf jeden Fall kein Muslim. Das ist euer Problem zwischen Sunni und Schia. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Das ist allerdings ein Problem, wo sich die Sunni und die Schia spalten. Weil die Schiiten, und da sage ich noch einmal, auch Aisha ist nicht Gegenstand von deinem Glaubensüberzeugung. Auch wenn sie die Mutter der Gläubigen ist. Ja, um al-Mu'minin. Aber trotzdem, es macht jemanden nicht zum Kafer. Auch wenn Allah sie zur Umm al-Mu'minin nennt, dann heißt es nur, sie ist die Mutter der Gläubigen. Mehr ist es nicht. Und wer sie beschimpft, hat indirekt den Propheten auch beschimpft. Weil für uns ist es seine Frau und es ist auch seine Ehre. Und wer die Frau des Propheten beleidigt, hat auch seine Ehre beleidigt. Aisha hat den Propheten zweimal beleidigt. Der Prophet Mohammed hat sich eine Woche von ihr zurückgezogen und hat sich mit seinen Gefährten darüber beraten, ob er sich von ihr trennt. Es gab schwere Vorwürfe gegen Aisha. Das ist ja kein Problem. Aber zweimal geintrigiert gegen den Prophet Mohammed. Sogar der Koran thematisiert das. Das ist ja kein Ding. Also ich leugne das auch nicht. Wenn irgendjemand den Islam beleidigt hat oder den Propheten geschmäht hat, dann war es Aisha. Wobei ich total froh bin. Das ist auch ein armes Mädchen. Solche Probleme können ja bei der Ehe auftreten. Das ist ja kein Problem. Aber dass man dann die Ehre von ihr beschimpft, obwohl sogar in dem Koran über sie geredet wurde, das ist natürlich, das geht gar nicht. Ja, aber guck mal, weder dein Name noch deine Eiche. Das ist ja nicht Gott, dass du sie so vergützend tust. Das sind normale Menschen. Nein, nein, nicht nur sie. Im Koran wird nicht nur über sie geredet, sondern über die Frauen des Propheten allgemein. Okay, das wollte ich sagen. Aber ich habe eine Frage an dich, Kian. Kennst du die drei Säulen des Tauheids? Bitte, bitte, hör auf. Hör auf jetzt bitte mit dem Islamunterricht. Was würde es dir bringen? Ich nenne dir mal ein paar Beispiele. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele, warum deine Frage völlig, völlig irrsinnig ist. Ich könnte zum Beispiel ein Jude sein, der arabischer Jude, der Arabistik studiert hat und an einer Universität Islamwissenschaft. Dann könnte ich dir das nennen. Ich könnte auch ein arabischer Christ sein, der arabisch spricht und an einer islamischen Universität Islamtheologie studiert hat. Ich könnte auch ein Monarvog sein und habe den Islam nur deshalb studiert und die arabische Sprache nur deshalb studiert, um die Muslime zu verwirren. Was würde es dir bringen, wenn ich dir den Tauheid erklären würde? Würde ich dadurch zu einem Muslim werden, zu jemandem werden, der den Islam kennt? Oder könnte dann all die anderen Optionen auch auf dem Tisch liegen? Es beweist gar nichts über mich. Ich könnte hier als ein Agent des israelischen Geheimdienstes sitzen, der Muslime zerstören will. Ich könnte ein Neonazi sein, der Muslime hasst und einfach den Islam durch den Dreck ziehen möchte. Ich könnte aber auch ein praktizierender Schiite sein und möchte das Sunnitentum schlechtreden. Es würde nichts beweisen. Diese Fragen sind völlig unsinnig. Es ist völlig unsinnig. Es ist irrelevant für die Frage. Denn wir können während des Gesprächs herausfinden, ob ich etwas über den Islam weiß. Aber es ist völlig idiotisch, mir jetzt ein paar Testfragen zu stellen und mich über Basics zu fragen, mit denen jeder Muslim aufwächst. Auch ein Schiite. Und deswegen ist es völlig irrsinnig, mir solche Fragen zu stellen. Das beweist gar nichts. Muslime haben mir immer gesagt, lese mal Al-Fatihah. Kannst du das sagen? Kannst du Kelame Schahada sagen? Kannst du Surah Al-Jasin lesen? Lese mal, kannst du überhaupt Arabisch? Was beweist das überhaupt? Nix. Ich sage dir, was das beweist. Darf ich dir sagen, was das beweist? Schiitlos. Das weiß ich, dass ich schon mal ein Muslim weiß. Du gibst dich ja als Ex-Muslim. Und wenn du die drei Söhnen des Tauhis nicht wusstest, dann warst du gar kein Muslim. Wenn du die Al-Fatihah nicht rezeptieren kannst, dann warst du auch gar kein Muslim. Amir Ex-Muslim kann auch diese Al-Fatihah aussprechen. Der war ja auch Ex-Muslim. Und viele von euch sagen, der war kein Muslim, der war kein Muslim. Und all diese ganzen Ex-Muslime, die können das ja sagen. Und die sind auch Araber. Und ihr kickt euch selber in den Fuß. Ihr schischt euch selber ins Bein, wenn ihr noch bestätigt, dass er Muslim war. Er bestätigt, dass er Muslim war. Und dass er kein Heuschler ist. Aber bei uns Sunniten, wenn man die Al-Fatihah nicht weiß, wenn man schon nicht betet, ist man kein Muslim mehr. Du glaubst also allen Ernstes, dass ich als Schiite nicht die Al-Fatihah kenne? Und dass ich nicht weiß, wie die Sunniten beten? Nein, ich bin darauf angegangen. Dass ich nicht über Arkan Bescheid weiß und über Tauhid und meine Akhida nicht kenne und die Akhida von Sunniten nicht kenne? Das ist doch totaler Butsch, was du da redest. Das ist ja gut. Wenn du die Akhida kennst... Ich lasse mir aber von dir keinen Imanometer in den Mund stecken und dann testest du meine Iman, meine Glaubenstemperatur und sagst mir, oh ja, der hat 39 Grad Iman oder so ähnlich. Das ist unwichtig. Ich werde mit dir nicht darüber sprechen, was ich vom Islam weiß, wenn wir uns nicht in einem normalen Gespräch über den Islam unterhalten. Ich bin hier als Ex-Muslim, weil ich die Konfrontation mit Muslime suche. Und du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich dann solche Basics wie Tauhid und Akhida und Al-Khaneddin und all diese Dinge, dass ich die dann nicht weiß? Ernsthaft? Ja. Guck mal... Ich hab dich die gefragt, weil ich möchte halt wissen, antworte mir die Frage, dann kann ich halt mit dir über alles reden, was du willst. Du kannst gar nicht. Du kannst gar nicht. Du bist Gast in meinem Stream und ich werde mit dir in einer normalen Diskussion mein Wissen gegen dein Wissen einsetzen. Wie alt bist du denn? 19? 20? Ich bin 18 sogar. Du bist 18, Junge. Ich bin 51. Mit 18 saß ich da, wo du bist und habe islamische Bücher studiert. Da bist du noch in der Chromosomen-Suppe deiner Mama rumgeschwommen. Da hast du noch gar nicht existiert, mein Freund. Okay, guck mal... Und da saß ich so mit 18 Jahren und habe islamische Theologie-Bücher in der Hand gehabt. Und da willst du mir erzählen, dass ich solche Basics, die jeder Muslim kennt, dass ich die dir nicht sagen kann. Du wirst dich damit leider quälen müssen. Du wirst damit leider in dein Bettchen gehen müssen und wirst dich quälen müssen, ob ich tatsächlich nur so getan habe, als ob ich ein Muslim bin oder ob ich ein wirklicher Muslim gewesen bin. Das macht jetzt gar keine Rolle. Das spielt jetzt gar keine Rolle, ob du Muslim warst oder kein Muslim warst. Aber hier mit einem Kind hier zu diskutieren, also ihr denkt, wenn ich ihm hier die Säulen von Taurid aufzähle, dass ich dann irgendwie bei dir so ein TÜV-geprüftes Siegel bekomme, damit ich auch mit dir weitersprechen kann. Du bist ein Witz. Kian, er könnte sogar mein Sohn sein. Ja, siehst du. Also das kann man doch nicht ernst nehmen. Ja, das kann man doch nicht ernst nehmen. Sie wollen mit mir einen Islam-Test machen, wie in der Schule. Also erst mal mal einen Test. Mal gucken, ob du überhaupt von Mathematik überhaupt was weißt. Ja, ich habe eben einen Dialog mit ihm angeboten und die ganze Zeit zeige ich ihm, dass ich was über Islam weiß. Ja. Und dann kommt hier so ein... Aber das ist diese Allerganze aus dem Islam. Ja. Du beweist ja das, du musst. Sie können dir nicht sagen, du hast keine Ahnung, weil du beweist ja, du hast die Erfahrung und du bist auch nicht von gestern. Du bist auch ein gestandener Mann bei 51. Was will der jetzt erzählen, der ist 18, der ist vor zehn Jahren weiter in Pampers. Ja, genau. Jetzt kommen die Nächsten. Hier kommt Omar Magumadov. Hey, Shir, wie viel Rakat hat die Janaza, also das Totengebet bei euch? Was soll diese Frage? Weißt du, die größte Fangfrage, die sie mir stellen, ist, wie viele Rakat gibt es im Vodou, in der Gebetswaschung? Ja, das habe ich gehört, ja. Ja, und das Lustige an dieser Sache ist, dass es keine Rakat im Vodou gibt. Ja, und sie fragen diese Sache, um zu gucken, ob man Muslim ist. Und sie merken gar nicht, dass es eine der dümmsten Fragen ist, die man überhaupt jemandem, einen Ex-Muslims stellen kann. Ja, wirklich. Total hinterwäldler. Aber was haben die davon? Was gewinnen sie dadurch? Ja, eben. Also dieser Islamtest ist total lächerlich. Ja, und dann kommt hier so ein kleiner Hosenscheißer hier von 18 Jahren und fordert einen erwachsenen Menschen raus, obwohl er mich auf diesem Bild sieht. Mit 18 Jahren habe ich schon ein theologisches Studium hinter mir gehabt. Ja, und dann kommt er hier und fragt mich über diese Mickey-Maus-Tauhid. Schau mal, bei den Muslimen, heute sind sie Muslim und die schreien, Mashallah, Alhamdulillah. Wenn der Morgen rausgeht, du warst niemals Muslim. Und dann, die testen sich. Und dieser Test hat überhaupt keine Bedeutung, weil diese Sachen, was sie haben, das ist keine große Herausforderung. Schau mal, es gibt Beispiele, es gibt so Beispiele bei uns Christen, die zum Beispiel behaupten, die sind jetzt Muslime geworden. Und wir können das prüfen, ob ein Christ wirklich Christ gewesen ist, indem wir fragen, was heißt für dich, wiedergeboren zu sein? Oder wie hast du eine Beziehung zu Jesus gehabt? Und auf diese Frage haben sie keine Antwort. Und dann erkennen wir, dass wir den Menschen nicht ernst nehmen können. Und da ist für uns eine irrelevante Person, er kann gehen. Und er kann auch nicht großartig über das Christen sagen, wenn er diese Sache nicht weiß, ist er für uns ungültig. Aber was sie machen, das hat überhaupt keine, das kann jeder, das ist keine Herausforderung. Amir kann das auch, dein Bruder kann auch. Was ist das, diese Al-Fatih, das kann sogar ich lernen, wenn ich das ein bisschen übe, kann ich das auch. Was ist da jetzt eine große Sache dabei, diese Al-Fatih zu können? Vor allem ist es interessant, wenn sie zum Beispiel, wenn Muslime über ihre, wenn sie über das Christentum sprechen und sagen, ja, ja, Jesus war nicht der Sohn Gottes. Und sie fragst, wie kommen sie darauf, dass Jesus nicht der Sohn Gottes war? Dann sagen sie, es steht so im Koran und unsere Gelehrten sagen so. Aber haben sie zum Beispiel die Apokryphen gelesen? Haben sie die griechisch, lateinischen, römischen Texte gelesen? Haben sie sich mit den frühesten christlichen Werken auseinandergesetzt? Haben sie sich mit den christlichen Theologen auseinandergesetzt? Sprechen sie Aramäisch? Haben sie all diese Dinge studiert? Nein, haben sie nicht. Aber sie sind genauso anmaßend in jeder anderen Sache wie in dieser Sache. Ja, guck mal, die sagen, die Bibel ist verfälscht. Sie können nur, dass die Bibel ist verfälscht, obwohl der Koran das nicht sagt. Der Koran sagt nur, dass die Leute mit ihren Worte, mit ihren Worten die Bibel, die Worten verdreht haben. Aber nirgendwo findest du, dass Allah sagt, dass die Bibel verfälscht wurde. Findest du nicht? Es gibt keine Sache, wo die Bibel verfälscht wurde. Es gibt noch so. Ich meine, wie gesagt, lieber Toni, schau mal, ich gehe in dieses Feld nicht rein. Ja, ich bin gegenüber den Christen genauso skeptisch, Wir haben auch keine Lust, mit denen, das zu diskutieren, weil die verstehen das nicht. Und die sind auch müde, mit denen über das zu reden. Ich habe auch keine Lust, mit denen zu reden. eben. Weißt du, für mich ist es so, für mich ist es eher so, ich sage dir das mal so, wenn sie behaupten, dass Jesus, ich glaube nicht an Jesus, ich glaube nicht an das Christentum, deswegen nur klarzustellen für die Leute, ich sei Christ. Das kann ich verstehen, okay. Wenn ein Muslim behauptet, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, dann muss er sich zwingend mit dem Christentum auseinandersetzen, damit er diese Behauptung überhaupt aufstellen kann. Das heißt, er muss Griechisch, Aramäisch und Latein, zumindest diese Sprachen, Hebräisch, Hebräisch, er muss diese Sprachen studieren, er muss sich mit den früsten, christlichen Texten auseinandersetzen, und dann kann er sie, dann kann er vielleicht zu dem Schluss kommen, ist Jesus der Sohn Gottes oder nicht. Und dann muss die Bibel lesen, das Alte und das Neue Testament, weil das ist eins. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass sie immer wieder, dass sie von mir verlangen, dass ich prüfe, dass ich mal Muslim war, aber wenn du sie fragst, was hast du eigentlich getan, um diese koranische Behauptung, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist, aufrechtzuerhalten, was hast du eigentlich getan? Du hast nicht gelernt, du hast nicht in den christlichen Texte reingeguckt, du plapperst nur nach, was irgendwie die islamischen Gelehrten zu dir gesagt haben. Ja, die nehmen die falsche Information auf und die prüfen das nicht mehr und sagen, du lügst. Okay, wenn ich aber merke, Beispiel, du prüfst und so, ich merke das ja, wenn du was prüfst oder du gehst einer bestimmten Quelle nach und ich höre es ja raus, okay, der hat sich da informiert. aber auch wenn ich ihn frage und merke, der hat sich nicht mal ansatzweise, nicht mal mit der Basis des Christentums beschäftigt, dass Jesus unser Fundament ist und so die kleinen Sachen, wegen der Sünde und so Sachen, Kreuzigung, das haben wir nicht verstanden und die sagen einfach, ja, der Koran sagt das. Okay, aber der Koran kam noch später. Zuerst kommt noch immer das Original und dann die Fälschung. Die Bibel war doch vorher da. Und wie wohl, das hat keinen Sinn, mit denen zu diskutieren. Genau, genau. Deswegen ist das, deswegen ist das, wie es ist. Jemand, der hochkommt, macht mit mir keinen Islamtest, sondern der redet mit mir. Ich stelle die Spielregeln auf. Ich bin nicht in der Schule und ich muss mit niemandem reden hier über die Wahrhaftigkeit meiner Vergangenheit. Das ist völlig unwichtig. Sondern die Tatsache, dass ich Muslim war, muss ausreichen. Denn ich frage auch niemanden aus dem muslimischen Publikum, beweise mir dies, beweise mir das und so weiter. Ich habe so viele Muslime kennengelernt, die keine Ahnung hatten von dem, was den Islam ausmacht. Und es ist auch nicht weiter schlimm. Man kann auch nicht den ganzen Tag über die Bücher sitzen und den Islam studieren. Die meisten Muslime sind eher oberflächlich ausgebildet. Ja, ist auch nicht so gut gegangen. Guck mal, ein guter Beispiel. Da sagt die Bibel, es verfalls. Okay. Ich stelle Ihnen ganz einfache Fragen, Kian. Sie sollen uns beweisen, ganz einfach, wir haben Lukas, Matthäus, Johannes und Matthäus. Das sind die vier ältesten Evangelien. Die Apostelgeschichte und die Offenbarung. So, jetzt müssen Sie uns, ganz einfach Aufgabe, jetzt müssen Sie uns, zu beweisen, brauchen Sie ältere Schriften, die anders sind, wie ein anderes Markus, ein anderes Johannes, wenn Sie sowas haben. Die haben aber keine, die haben das aber nicht. Es gibt nur diese vier Evangelien. Und egal in welcher Übersetzung du schaust, es ist immer derselbe Kontext. Es ist immer dasselbe. Es gibt keine andere Geschichte. Das ist wie, wenn es vorhin schon gesagt hat, ich und du gehen irgendwo hin und haben was geschäftliches zu erledigen und jemand berichtet darüber. Okay. Es gibt nur diesen Bericht. Es gibt kein anderes Bericht. Und Sie sagen, das ist verfälscht. Merkst du? Sie müssen das sagen, weil sonst hat der Koran keinen Bestand, wenn Sie das nicht sagen. Ja, deswegen sage ich ja, also das ist ein Feld, auf dem ich mich jetzt nicht so traue, weil ich nicht kompetent genug bin, um über das Christentum zu sprechen. Ja, nee, das haben wir unsere Leute, die sich damit auskennen. Ja, also wenn Leute hochkommen wollen und wollen mit uns sprechen, warum wir pro-israelisch sind und anti-hammers, dann könnt ihr gerne hochkommen und dann unterhalten wir uns darüber und dann sehen wir einfach weiter. Ich bitte euch bis dahin auch schön zu liken, eure Häuser, Swimmingpool und Reitpferde an uns zu überschreiben, eure Bankkonten zu lernen. Nein, Quatsch. Vielen Dank für die ganzen Geschenke, die ihr gemacht habt. Recht herzlichen Dank. Und an die vielen Likes, dass ihr den Livestream pusht. Recht herzlichen Dank. Ja, Zazawi, du warst schon oben. Ich will jemand anderes gerne hier haben. Ja, also, besonders die Schreihälse da in dem Chat, die sagen, die Palästinenser hatten recht mit dem Überfall auf Israel und so weiter. Und das sieht man, wie wir uns dann mit diesen Leuten auseinandersetzen. Ganz einfach. Aber weißt du, was der Punkt ist, warum sie uns aufregen, Kian? Der Punkt ist nicht gegen sie Krieg. Es geht darum, dass diese Leute einseitig sind. Es geht ihnen nicht wirklich um die Menschen. Es traut ihr alle. Keiner möchte, dass ein Kind stirbt oder eine Frau oder die Eltern oder sonst was. Es tut uns allen leid. Aber diese Leute, sie sind so einseitig. Es geht nur um ihre Leute. Nur um ihre. Als ob sie die wichtigsten Menschen auf der ganzen Welt wären und alle anderen sind Menschen, so Dreck, so unwichtig. Aber wenn ihre Leute leiden, und dann heulen die rum und gehen auf die Straßen. Aber wenn andere Leute leiden, interessiert sie nicht. Ja, absolut. Ich stimme dir da komplett zu. Absolut. Und das ist die Wut. Und dann erst recht verteilen wir Israel, weil die so einseitig sind. so egoistisch. Ja, absolut. Absolut. Also, wenn jetzt erwachsene Menschen, keine Kinder, ich möchte niemanden, der 18 oder 20 ist, wenn erwachsene Menschen hochkommen und mit uns diskutieren wollen, herzlich willkommen. Aber bitte keine Kinder, die von mir irgendwelche Hausaufgaben haben möchten, bevor sie mit mir reden wollen. Das ist lächerlich. Nein, das ist nicht der Schrein von Imam Ali auf dem Bild, sondern das ist der Schrein des 18. Schau dir mal, schau dir bitte, wie vernünftig die ukrainischen Flüchtlinge sind. Hast du irgendwas von denen gehört, dass sie sich irgendwie daneben benommen haben? Sehr selten, ja. Sehr selten, ja. Sehr selten. Die machen keine so, die gehen nicht auf die Straße oder du hörst nicht von den solchen Sachen. Ein Ukrainer ging in der Bahn und hat Menschen erstochen mit einer Axt oder ein Ukrainer hat dies und das gemacht. Okay, jeder hat so seine Leichen. Kein Mensch ist perfekt. Aber kein Mensch hat so eine Ideologie vertritt, dass sie Ideologien nach vorne treibt mit dieser Gewalt. Findest du nur in Islam? Ich höre, das findest du nur in Islam. Ja, ja. Also ich stimme dir auch da komplett zu. Es ist tatsächlich so, dass viele muslimische Medien ein Gewaltpotenzial mit, das andere Migrantengruppen so nicht besitzen. Abu Ruslan, ja, natürlich habe ich gehört davon. Ich habe ja die Bilder selbst veröffentlicht auf Twitter, wo terroristische Palästinenser oder fanatische Muslime mitten in Berlin Süßigkeiten verteilt haben, als sie von der Ermordung von mehr als tausend Zivilisten, israelischen Zivilisten gehört haben. Das ist der Abgrundtiefe Entmenschlichung. Das sind Barbaren, das sind Tiere. Und ich kann auch verstehen, warum Netanjau gesagt hat, das sind wilde Biester. Ja, das ist es. Ja, ein ekelhafter Symbol für Schadenfreude gegenüber Zivilisten. Richtig scheußlich. Ja, und es gibt so viele Muslime da draußen, die feiern das. Kein Muslim distanziert sich von der Hamas. Ja? Gut, mal gucken hier. Warte mal, jemand wollte hoch. Okay, der war nicht. Alles klar. Maskierter Rapper. Also was für Namen sich auch diese komischen Migranten aus dem muslimischen Raum geben. Er ist echt primitiv. An der Namenswahl merkt man schon, dass die schon eine Schraube locker haben. Ja, Hamas sind Terroristen. Ja, was die Israelis tanzen, feiern, wenn in Gaza bombardiert wird. Alles klar. Im Israel leben zwei Millionen Araber. Gab es irgendwelche Lynch-Versuche gegenüber Araber? Hat man gesehen, dass der israelische Mob auf die Straßen gegangen ist und hat arabische Geschäfte niedergebrannt? Nein. Bruder, die Juden dürfen nicht mal in der Nähe von dieser Al-Aqsa-Moschee. Und guck mal, wie friedlich die sind. Die dürfen nicht mal in der Nähe von diesem Ort. Weil das ist ja für die auch heilig, dieser Ort, wo die Al-Aqsa-Moschee ist. Und sie dürfen da nicht mal dran. Aber umgekehrt dürfen die Muslime in ihre Bereiche rumlaufen. Ja. Ja. Das ist ja das Interessante. Im Grunde genommen kann jeder aus Gaza raus nach Israel. Aber es kann kein Jude rein nach Gaza, weil er würde da keine fünf Minuten überleben. Ja. Das ist die Realität. Ja. Und die Propaganda, die Palliwut-Propaganda, die durch die Welt zieht von den armen, unterdrückten Palästinenser. Niemand achtet auf den Kontext dieses Konfliktes. Ja. Als hätte Israel am 7. Oktober 1200 palästinensische Zivilisten abgeschlachtet. Ja. Hätten sie nicht eingegriffen, wäre doch alles in Ruhe gewesen. Keiner hätte aber sie haben noch eingegriffen. Ja. Aus dem Nichts haben die eingegriffen. Und dann erwarten sie, dass sie mit den Händen hochbleiben, also nichts machen, gebunden bleiben und einfach über sich ergehen lassen. Wer macht so was? Und dann sagen sie wiederum, die Muslime sagen wiederum, ja, wer uns verteidigt und wer lässt sich bitte eingreifen? Die sagen selber diese Worte, dass sie sich nur verteidigt haben und man soll sich verteidigen. Ja. Und die sagen selber und sie selber greifen an und erwarten nicht, erwarten, dass die Juden sich nicht verteidigen. Was ist das eine Doppelmoral? Ja. Hier wird auch gefragt von Efreti Kono oder so ähnlich. Wer ist der Mann auf dem Profil? Das bin ich. In meiner muslimischen Zeit natürlich. In meiner muslimischen Zeit. Ja. Ja. Aber da haben wir auch gemerkt, dass Zitten nicht mehr mit der Opferrolle haben. Die haben gemerkt, jetzt versuchen sie andere Taktik, weil auf Dauer Zitten nicht mehr mit dieser Opferrolle. Na, das zieht nicht. Wir haben gesehen, was die Palästinenser für Probleme auf europäische Straßen bringen und die gleichen Probleme haben sie auch zu uns in die islamische Welt getragen. Und die Palästinenser sind diejenigen, die die Probleme verursachen und nicht die Israelis. Und wir können heute darüber reden. Wer hat die Friedensangebote in den Mülleimer geworfen? Waren es die Juden oder waren es die Araber? Ja, bitteschön, Madeleine oder wer immer du da bist. Die war fein, oder? Die war schon vorher da. Die ist rausgeflogen vorhin. Bitte. Und zwar, ich glaube, ein riesiges Grundproblem bei der ganzen Sache ist, dass die Menschen nicht wissen, woher welches Volk kommt. Weil die, wenn die sich jetzt irgendwie mit dem Thema beschäftigen, dann beginnt die Geschichte mit diesem Nauskonflikt bei denen 1949. Aber die geht ja tausend Jahre zurück bis in die bis in die Neolithische Revolution. Das kann man auch mit den Siedlungen, mit dem Siedlungsbau von den Jungstaatzeitmenschen nachweisen, dass dort schon Juden gelebt haben. Und rein ethnisch kann man ja auch nachweisen, dass die Muslime, die heute dort leben, ja 636 nach Christus als Angreifer gekommen sind und sich dort niedergelassen haben. Also ist eigentlich der Pfeiler von diesem Konflikt eigentlich glasklar. Die Muslime, die dort leben, die können nichts dafür, dass die dort geboren sind. Aber die sind trotzdem nicht die eigentlichen Besitzer dieses Landes. Also die müssten das irgendwo respektieren, dass das jüdisches Land ist. Also wenn die die Herrschaft der Israelis quasi, des israelischen Staates, akzeptieren würden, die Muslime, die auch im Staat Israel leben, dann könnte man das eigentlich einfach lösen. Aber da sind natürlich die religiösen Bestrebungen der Muslime halt jetzt im Weg. Absolut. Absolut. Und ich denke, ich denke, wir müssen klar machen, wir müssen klar machen, dass, oh warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sau Nima, was soll der Scheiß? In meinem Stream rufst du auf, hier Leute, dass Leute meinen Stream verlassen? Ist ja eine Frechheit. Ja, der ganze Konflikt ist historisch. Ja, wollte mich raus haben. Ja, der ganze Konflikt, den kann man zerlegen. Und dann, wenn man den Konflikt sich von allen Winkeln anschaut, dann stellt man fest, dass die Araber ihre historischen Chancen verpasst haben und die Israelis ihnen mindestens elf Chancen gegeben haben. Wenn man sich die ganzen Friedenskonferenzen anschaut, dann haben die Israelis immer versucht, den Arabern entgegenzukommen. und schaut euch einfach die Dokumente an. Die sind alle im Internet abrufbar. Ihr könnt sehen, ihr könnt sehen, was auf dem Tisch lag. Das sind auch unabhängige Medien, die nicht zu der ZDF gehen. Dann muss ich mir nicht sagen, dass wir der ZDF gucken. Das sind unabhängige Nachrichten. Richtig. Ja, und deswegen schaut euch an, die Friedensverhandlungen, das Oslo-Abkommen, das Annapolis-Abkommen, das 2020-Abkommen, Land-gegen-Frieden-Abkommen mit Hamas 2005. Und dann schaut euch an, was Araber und Israelis immer wieder vereinbart haben oder versucht, wo sie einen Konsens bekommen können. Und ihr werdet immer sehen, dass die Araber am Ende vom Tisch aufgestanden sind, haben gesagt, akzeptieren wir nicht. Obwohl Israel immer ein großes Stück Kuchen geben wollte. Ja. Aber das ist etwas, was sie den Muslimen da draußen nicht erzählen. Ja, du kennst das berühmte Bild, das hast du ja auch erwähnt. Wenn Israel heute die Waffen niederlässt, dann ist es vorbei. Dann ist Chaos. Und umgekehrt, dann gibt es Frieden. Richtig. Das ist genau der Punkt. Ja, wenn heute Israel seine Waffen niederlegt, ist Israel morgen verschwunden. Die Araber werden wie die Wilden über diesen Staat herfallen und alle Juden killen. Ihr feuchter islamischer Traum seid es den Islam gibt. Aber wenn die Palästinenser ihre Waffen niederlegen, gibt es morgen Frieden. Ja. Und das ist die entscheidende Sache. dass die Palästinenser seit 80 Jahren auf keine zwei Staaten hinaus wollen, obwohl sie diese Chance hatten. Sorry. Schau dir mal die Juden. Du hörst von denen, kein Yahweh, Ouagba oder Yahweh ist groß und gehen auf die Straße und schreien rum, machen aggressive Demos. Ich habe keinen Ich habe keinen einzigen Juden gesehen, der auf die Straße geht, egal wo, und macht irgendwo aggressive Demonstrationen. Ich habe keinen gesehen, obwohl die Rechte dazu hätten. Ja. Absolut. Absolut. Und deswegen. Ja, es ist eurer Fantasie überlassen, wer dieser Mann ist, der einen Arschtritt bekommt. Ja. Aber ich sage nicht, wer das ist. Oder wegen dieser Sachen, weißt du, was in Frankreich ja passiert ist, wegen solchen Sachen. Na klar. Natürlich. Deswegen, ich möchte, dass das in Deutschland passiert, wegen meinem Stream. So kitzelst du ihre Dämonen und dann zeigen sie ihr wahres Gesicht, wenn nur so reizt du sie. Natürlich. Sie bringen sich ja selbst ans Licht, weil die vergöttern ja ihren Propheten. Ja. Und wenn sie ihre Dämonen reißen, dann zeigen sie ihr Gesicht. Und so kann die Welt sehen, guckt, was ihr anrichtet. Ihr tut euch selbst anrichten, so kaputt machen. Ja, hier wieder ein Antisemit auch, Toni. Die Juden haben zu 100% die Medien in der Hand, die brauchen nicht. Ja, ja, glaub ich. Das ist aber ein generelles Phänomen bei Muslimen. Das sehe ich sehr, sehr oft. Dass die dann auch den Holocaust verleugnen oder vernachlässigen, dass die sagen, ja, dass wir über Hitler lernen, das stimmt nicht so ganz. Das finde ich echt skurril. Das stört mich auch extrem, weil mich das anbietet. Und außerdem war der Mufti, der große Mufti, deine Freunde sind meine Freunde, dachte Motto von Hitler. Ja, schauen wir doch mal. Schauen wir mal. Wenn die Juden so einen gigantischen, Einfluss hatten, damals wie heute. Warum haben sie denn nicht die Nazis unterwandert und dann den Holocaust gestoppt? Ihr merkt, dass es Bullshit-Antisemitismus ist. Ja? Ja, weil wenn die Juden, diese kleine Gruppe von Menschen, 8 bis 15 Millionen Juden gibt es auf der Erde, davon können ja nicht alle an den Schalthebeln der Macht sitzen. Also es können von den wenigen, von den 8 bis 15 Millionen Juden, die es gibt, sitzen also vielleicht nur eine kleine Elite an der Macht und kontrolliert die ganze Welt. Wer kann so einen Bullshit überhaupt glauben? Ja, das ist total skurril, vor allem, wenn man bedenkt, viele behaupten dann ja, Geld ist Macht und die haben ja das ganze Geld. Aber alleine schon, wenn man sich anguckt, wie viel Geld hatten die Familie Rothschild zum Beispiel, wenn man das jetzt zum Beispiel nimmt, selbst die Familie, die Walmart besitzt, hat viel mehr Geld. Guck dir BlackRock an. BlackRock wird auch nicht von den Juden geleitet. Die haben so ultra viel Kohle, dass es im Vergleich, im Vergleich ist Rothschild, eine Bürgergeldempfängerfamilie, im Vergleich wirklich. Oder WEF, guck dir WEF an. Das sind Größen. Die ganzen jüdischen reichen Familien, die haben verdammt viel Kohle, keine Frage. Aber einfach nur aus dem Nichts zu behaupten, die hätten alles in der Hand, weil die so viel Geld haben. Wenn es danach geht, dann hat BlackRock alles in der Hand, weil die haben die ganze Kohle. Also da muss man schon ehrlich sein, wenn man so das Argument bringt, der die meiste, die meiste Geld hat, der sagt, gibt den Ton an, dann sind es nicht die Juden, die haben nicht die meiste Kohle auf der Welt. So, wir haben einen neuen hier drin. Ich habe keine Ahnung, was der Name heißt. Salem? Keine Ahnung. Bitte. Bitte. Hallo. Hey, Mr. Salem oder Z3LIM. Du kannst reden oder ich drücke dich wieder weg? Kannst du dir aussuchen? Kein Bock? Gut. Guck, der eine hier, wer ist so ein Typ hier, ein Moslem hat Jesus beleidigt. Was soll ich jetzt groß machen? Der hat dieses beleidigt, der wird dann wahrscheinlich auf dem Rauschstuhl landen oder so, das überlasse ich Gott. Gott, ich muss ihn nicht, ich muss Jesus nicht verteidigen. Ich muss nicht Jesus jetzt, das ist, was er macht. Brauche ich nicht. Ich kenne, ich kenne meinen Gott, ich weiß, was mein Gott fake ist. Ich muss da jetzt nicht ausrasten oder beleidigen. Auch an die Moderatorinnen im Chat solche Sachen rausschmeißen, bitte. Auch wirklich rausschmeißen. Diese Leute sind auch gar nicht willkommen bei mir. Dann komm hoch, fallet, kombat, komm hoch, fallet, kombat und dann gibst du uns deine Fakten. Aber ihr habt alle diese Fake-Profile, mit denen man euch nicht hochholen kann. Das ist das Problem, weil ihr andern und raus fliegt. Ja, also, kommt hoch und dann unterhalten wir uns. Sasavi, du brauchst dich nicht mehr zu melden, was andere Leute hier drin haben. Was die Juden angeht. Leute, schau mal, wäre die Welt von den Arabern eingegangen. Was haben die Araber, also die islamische Welt, für eine Infrastruktur? Die Juden sind schlau. Die Juden haben so viele Innovationen und wir sehen, was für einen Profit wir von den Juden haben. Aber was bitte haben wir jetzt von den Muslimen, wie du gesagt hast, vor ein paar Tagen und vor einer Woche, glaube ich, hast du mal gesagt, diese Sachen, die die Juden hervorgebracht haben und diese Muslime leben immer noch im 15. 14. Jahrhundert immer noch dort geblieben. Ja. Und sie werden auch weiterhin dort bleiben. Sie werden niemals wachsen. Und sie beschweren sich über die Juden, sie beschweren sich über die Juden, weil die Juden Geld haben. Ja, aber sie sind schlau. Die haben gelernt, sie bilden sich weiter und sie wachsen. Sie bleiben nicht im 15. 13. Jahrhundert zurück wegen Allah. Ja. Ja, absolut. Das kann man gut an den Nobelpreisträgern erkennen. Also wenn man vergleicht auch die Relation von der Anzahl, wie viele Juden es auf der Erde gibt und wie viele Muslime und dann schaut man, wie viele Nobelpreisträger es gibt. Das ist, glaube ich, ein paar hundertfach der Faktor, gibt es mehr jüdische Nobelpreisträger. Also das ist absolut absurd, wie hoch die Zahl ist und da erkennt man einfach, dass da überhaupt gar keine Innovation herrscht, weil das vom Islam komplett abgeblockt wird. Es darf keine Neuheit geben und man darf nicht mit der Zeit wirklich gehen. Das ist das Problem. Ja, vielen Dank, Walden. Ja, das ist es. Leute, ihr könnt hochkommen. Ihr braucht euch nicht beschweren. Zum Beispiel haben wir ja immer wieder dieses junge Mädchen hier, Yasso, egal oder wie sie heißt, die ständig sagt, was würden wir ohne Muslime tun? Ja, wir würden unser Leben leben. Ja, dann haben wir nicht mehr so viele Autogaragen und so viele Schawoma-Läden und Dönerläden. Dann hätten wir halt eben andere Läden, vernünftige Sachen. Wer hat die Dube aufgebaut? Auch deutsche Ingenieure. Die Dubei wurde nicht von dieser Hinterwettler-Beduinen gebaut. Das waren von deutschen Ingenieure, von Großköpfen, nicht von Beduinen, die auf Esel reiten. Ja, ein Facharbeiter, eine Fachkräftination heult. Ich grüße euch erstmal. Ja, bitte. Ich grüße euch erstmal. Ich grüße euch erstmal. Hallo. Hallo, Servus. Ja, bitte. Antonio, bitteschön. Also, ich persönlich, ich muss sagen, ich als Kurde, als Muslime, der in den 80er Jahren schon hierher gekommen ist, da, wo damals schon, äh, schon dieser Konflikt herrschte, jetzt nicht in den sozialen Medien, weil es damals das nicht gab, äh, diese Art Medien, die wir jetzt führen, diese Art Sache, die wir jetzt durchführen, ist für mich eine Art neue Cyber, Cyberpropaganda. Meiner Meinung nach. Also, was meinst du? Menschen, Menschen machen sich einfach, Menschen machen sich einfach, um andere Leute, äh, ja, so wie du es jetzt zum Beispiel auf dem Foto zeigst, äh, oder wie du es jetzt in deiner Meinung sagst, was sollen wir denn, was sollen wir, was soll uns denn schon passieren, wenn es diese Ausländer nicht geben, äh, sollte, wenn es uns dann, dann gibt es keine Dönerbuden. Ich meine, was ist das bitte für eine Aussage? Dann gibt es keine Dönerbuden, wenn die alle Türken gehen würden, das ist, das ist keine, das ist kein Verlust. Ich meine, ich meine, bitte schäme dich, schäme dich bitte für die Aussage, bitte. Das ist kein Verlust, und das sage ich selber als Kurde. Ich bin selber Kurde, wie du. Aber, aber die Aussage, die Aussage ist doch schwach. Die Aussage ist ja schwach. Wer gibt kein Dönerbuden? Das war als Spaß gesagt. Schau mal, die dänische Menach-Statistik ist. Das war als Spaß gesagt. Gut, dann lassen, dann gehen wir intellektuell daran. Was passiert, was passiert, wenn acht Millionen Menschen Deutschland verlassen? Ganz einfach, Bruder, ganz einfach. Erstens, erstens, dann nenne ich dir jetzt mal eine Statistik. Ja, ich sage dir, es gibt genug da draußen Deutsche, die Ausländer, äh, in ihre eigenen Lebensbeziehungen aufgenommen haben, familiär, Beziehungen, äh, was auch immer. Was ist mit denen? Guck mal, wenn wir darüber reden, über diese Ausländer, dann bist du einer von denen, die damals gesagt haben, ja, was ist denn mit den Halbjuden? Mit den Halbisraelen? Moment, das sind falsche Gleichnisse. Bist du nicht so einer? Bist du nicht so einer? Und ich antworte auch darauf. So, also, ähm, eine Untersuchung von 2020 hat ergeben, und das war die, der, das Bundesamt für statistische Erfassung, hat 2020 eine Untersuchung gemacht. Und, ja gut, und bei der Untersuchung ist herausgekommen, dass bei Ausländern, die im Jahr 2020 in Deutschland gelebt haben, mit nur einem Anteil von 10,7 an der Gesamtbevölkerung, waren über 38 Prozent Arbeitslosengeld Zweibezieher oder Hartz-IV-Bezieher. Und wer war schuld? So, was soll passieren? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich warte, ich warte, Du willst doch, dass ich meine Spaßschiene verlasse und wieder zurückgehe zu einem intellektuellen Diskurs. Wenn 38 Prozent von den 10,7 aller Ausländer Hartz-IV-Beziehen und die dann die Koffer packen würden und würden gehen, so wie es Jasso egal gesagt hat, dann kommt meine Vorstellung, meine Behauptung, dass nichts passieren würde, gerade richtig ins Spiel. Weil dann würde nichts passieren. Wir würden wieder Millionen von Euro, warte doch mal bitte, dann gehen wir Millionen von Euro wieder zurück in die Staatskasse. Wir hätten keine Sozialschmarotzer. Wir hätten wieder wachsen. Sozialschmarotzer und die Haushaltskasse wäre entlastet. Das bedeutet, meine Behauptung, dass nichts passieren würde, stimmt zumindest in 38 Prozent aller Arbeitslosengeld II und Hartz-IV-Empfänger mit Migrationshintergrund. Also, meine Behauptung, dass Deutschland diese Leute nicht vermissen würde, ist hiermit absolut... Gebt mir mal, gebt mir mal, gebt mir mal, guck mal, ich hab dir gerade zugehört. Moment, Kontrolle sind... Ich hab dir gerade zugehört. Ich hab dir gerade zugehört. Warte mal kurz. Ich hab dir gerade zugehört. So, jetzt will ich, dass du mir eine Gegenfrage gibst, damit ich dir eine Gegenantwort gebe. Weil ich hab dir nicht zugehört jetzt. Oder willst du, dass ich jetzt einfach nur ein Gegenargument gebe? Ich hab dich gerade in einen intellektuellen Diskurs eingeführt mit Daten, die du auch nachlesen kannst. Dann geb ich dir ein Gegenargument. Gar kein Problem. Ja, schieß los. Dann will ich dir was sagen, Bruder. Wer bist du... Der Demo ist unentbehrlich. Okay, einen Moment kurz. Einen Moment kurz. Ja. Wie kannst du, wie kannst du Menschen, Menschenleben, ja, die in, angenommen, die von, 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 von Rhein, Rhein-Stahl, von, 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 von Bomben, ja, bombardiert worden sind, Häuser bombardiert worden sind, die keine Häuser mehr haben, die keine Familie mehr haben, von deutschen Bomben, die kein Recht mehr haben, ja, in ihren eigenen Land. Wie sollen sie dann noch leben? Sag mir das mal. Wie sollen sie leben? Von den deutschen Bomben? Aber ihr habt auch genug bis zu einem Schlammischen Ländler. Ich verstehe gar nicht, was du sagen willst. Da brauchst du dich zu beschweren, wenn die Ausländer hier hinkommen, oder? Ich verstehe gar nicht, was du sagen willst. Ich verstehe gar nicht, was du sagen willst. Da brauchst du dich zu beschweren, aufhören, Bomben zu verkaufen. Ich verstehe gar nicht, was du sagen willst. Ich würde damit sagen, dass Rheinmetall aufhören soll, weil Deutschland ist die zweitstärkste Macht von Waffenverkauf, die im Ausland Häuser bombardieren, sei es Palästina, sei es kurdische Gebiete, sei es wo auch immer, Afghanistan. Die Deutschen haben noch nicht kurdische Gebiete. Durch deutsche Bomben. Durch deutsche Bomben. Wer die Bomben gebaut hat, sondern wer die benutzt hat. Wer gibt dir das Recht? 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 Warte kurz, warte kurz. Warte kurz. Warte ganz kurz. Nein, 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 nein. Wer gibt dir das Recht, dass du über diese Menschen redest? Wer gibt dir das Recht dazu? Na, das Privileg, das ich habe in dieser Gesellschaft, über alles zu sprechen, was ich... Nein, du hast kein Recht dazu. Selbstverständlich. Und genau deshalb werde ich jetzt genau darüber sprechen, weil du mir das Recht... Darüber hast du kein Recht dazu reden. Und über die Menschen über die Menschen hier weg wo wir mit dir wochen sind. Genau darüber werde ich sprechen. Wir sind nicht in Kodistan. Rede, rede, rede. In Kodistan kriegt man einen Maulkopf. Hier in Deutschland kriegt man keinen Maulkopf. Und deswegen hasse ich meine Heimat, weil Kodistan ist ein einziger Dreckhaufen. Heimat? Heimat? Wo ist deine Heimat? Wo ist deine Heimat? Ich habe keine Heimat. Du hast keine Heimat. Deutschland ist meine Heimat. Kein Problem. Kein Problem. Aber wer gibt dir das Recht? Wer gibt dir das Recht? Wer gibt dir das Recht, hat das über die Menschen zu entscheiden, die weg zerfetzt worden sind vom deutschen Bomben? Ich entscheide doch gar nicht. Ich sage nur, ich reagiere auf die Bemerkung von einem jungen Mädchen, das sagt, wenn wir Ausländer gehen, gehöre, bezahlt Steuern. Wenn ich sage, dass 38% der Leute, die wir gehen, die gehen gehöre, im Grunde genommen den deutschen Steuern und die Ausländer herkosten und nicht umgekehrt Steuern einzahlen, dann verlieren wir nichts. Aber die Ausländer kommen doch aus dem Kriegsgebiet. Mein Argument ist damit super. Die Ausländer kommen doch aus dem Kriegsgebiet. Wie kannst du so herzlos sein? 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 Du bist kein Mensch. Ich habe kein Herz für dieses Marotzer. Du hast kein Herz. Hey, Antonia, schau dir mal die Ukraine an und schau dir deine Ausländer an. Schau dir deine Flüchtlinge an. Deine? Die Flüchtlinge, die nehmen dich nicht. Wer bist du? Wer bist du eigentlich, dass du sagst deine Ausländer? Es gibt sowas nicht. Auch wenn die reinkommen, dann sollen die arbeiten und Scheiße, wer bist du, dass du das sagst? Du arbeitest doch gar nicht. Beweis es mir. Beweis es mir, dass du arbeitest. Beweis es mir jetzt. Zeig mir deinen Arbeitsvertrag. Ich bin der Host. Ich muss ja gar nichts sagen. Hör mal zu. Deine Leute sind jetzt, die sich wie Scheiße behandeln. Deine Leute verhalten sich wie Scheiße hier. Und Scheiße muss man sorgen. Okay, gut. Heute hört mich auf diese Leute, bitte. Jetzt habe ich Fio hier im Chat. Bitteschön, Fio. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin hier echt entsetzt, weil, also ich meine, ich bin, also ich bin ehrlich, ich bin pro Palästina, und ich bin auch dafür, ich bin 100% pro Palästina. Na klar. Ich bin Moslem, und mein Herz wird auch immer Moslem sein, bis ich sterbe. Und es geht darum, wer hat Deutschland aufgebaut? Das waren nicht die Deutschen. Doch, die Deutschen haben auch die Deutschen. Das waren nicht die Deutschen. Wann ist der erste Flüchtling? Nein, das war denn die Deutschen. Wann sind die ersten Moslem? Wo bist du Moslem? Schau dich mal an, wie du aussiehst. Du siehst aus wie eine deutsche Mädchen. Genau. Wo ist dein Kopfduch? Wo ist dein Kopfduch? Fio, Entschuldigung. Zieh dir mal raus, du warst dein Kopfduch an, wenn du musst. Eine Sekunde bitte. Zieh dir mal dein Kopfduch an. Was laberst du, Alter? Bist du mein Vater, oder was hast du mir gesagt? Nein, Fio, Entschuldigung, Fio, Entschuldigung, du weißt ganz genau, dass deine gläubigen Glaubensgeschwister, Brüder und Schwestern diese Aussehen von dir als unislamisch einstufen würden. Du redest hier mit jemandem, der sehr lange praktizierender Muslim war. Und ich sage dir, so wie du aussiehst, bist du zumindest keine praktizierende Muslime. Du kannst du Gott zum Islam... Du bist ein Euro... Du wurdest gehengemaschen. Du bist wieder aus Arabien. Bist du Allah? Nein, ich bin so eine deutsche Fiona. Ja, aber warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin keine Fiona, ich bin eine Filoreta. Ich komme aus Kosovo. Hast du verstanden? Und Kosovaren machen mit Menschen was... Hast du mal gesehen, was in Srebrenica passiert ist? Also sei mal ganz schön leise. Sehr mal ganz schön leise. Die Muslime haben euch vergewandelt. Eine Sekunde. Bevor ich nicht deine... Also, Fio, Fio. Alter, kannst du bitte diesen Toni stummen, wenn ich rede? Ich habe ja jetzt auch Rederecht. Und ganz ehrlich, ich muss mir das nicht gefallen lassen. Ich muss kein Kopftuch tragen. Das ist eine Sache zwischen mir und Allah. Nein, ist das nicht. Und da hat sich keiner einzumischen. Kein Schwein einzumischen. Hast du verstanden? Du bist auch nicht ein Toni, der unterliegt. Ein muslimer, ein rachist-muslimer. Genau. Ich bin deinksi alt. Ich habe dich groß. Hass, ich bin meinemat. Ich bin imat. Ich bin imatress-muslimer. Ich bin vomat kräftig. Ich bin zumat Черze. Ich bin zusammen. Ich bin ordentlich aus. Ich bin lum fract. trosch mich kurz. Ich bin ich imatress-muslimer. Du bist du für dich nur für mich. Du bist gemeinsam. Du bist eine Kürze. Ich bin. Ich bin Sebastian. Okay, also alles klar. Also für die Menschen da draußen, bitte merkt euch, Sura 24, Vers 31 und sagt den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Augen niederschlagen und ihre Keuschheit bewahren, was Fio nicht gemacht hat. Sie hat ihre Keuschheit nicht bewahrt, sie hat sich sexy aufgedonnert, sie war eine sexy Muslima oder ein Harami Hijabi. Bewahren, den Schmuck, den sie tragen, nicht offen zeigen, mit dem Schmuck ist deine Aura gemeint, deine, deine, deine Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, deine Brüste und deine Beine und dein Hals und deine und so weiter und so fort, das darfst du alles nicht zeigen. Deswegen sollst du deinen Schmuck nicht offen tragen, nicht offen zeigen, soweit er nicht normalerweise sichtbar ist. Damit sind nur die Hände, Gesicht und Füße nach der Scharia gemeint. Und ihre Tücher über ihren Kopf ziehen. Nicht mal ihre Knöchel davon gesehen. Also tut mir leid, Fio, es tut mir wirklich leid. Du hast dich angreifbar gemacht, weil du bedauerlicherweise, weil du leider bedauerlicherweise als vollgeschminkte, aufgedonnerte Verteidigerin des Islam hochgekommen bist und hast die Angelegenheit, die Pflicht Angelegenheit. Ich habe eben gerade den Koranvers, 24 Vers 31 zitiert. Da befehlt Allah und sagt den Gläubigen, das meint er zum Propheten, sie sollen ihre Augen niederschlagen und ihre Keuchert bewahren, den Schmuck, den sie tragen, nicht offen zeigen, soweit er nicht normalerweise sichtbar ist und ihre Tücher über ihre Köpfe ziehen. So, das ist es, was Allah von dir will. Da gibt es keinen Schmusekurs, keine Deals, keine Spezialabkommen zwischen dir und Allah. Du hast es zu erfüllen. Und das, sorry, Fio, wenn du so hochkommst, dann musst du damit rechnen. Sie warten sich in ihren eigenen Islam, Jan. Ja, dann musst du damit rechnen. Sie warten sich in ihren eigenen Koran, so wie es ihnen gefällt. Ja, genau, das ist das Problem. Und deswegen geben viele Menschen da draußen im Islam so viel positiven Kredit. Weil sie sehen eine Fio und sagen, der Islam ist ja sehr tolerant. Aber Fio ist in Wirklichkeit eine Rebellin. Sie lebt überhaupt nicht mit dem Islam. Ja, sie lebt gegen den Koran. Aber viele interpretieren das dann als, oh, man kann sich ja aussuchen, weil Fio es sagt. Nein, wenn ich einen gläubigen Muslim jetzt hochhole und frage, ob der Hijab Pflicht ist, dann werden sie sagen, ja, der Hijab ist Pflicht, wenn er aufrichtig ist. Ja, oh mein Gott. Okay, gucken wir mal den Nächsten, Abdullah Khan. Einen wunderschönen guten Abend, Kean, mein Lieber. Ja, grüß dich, Abdullah. Was geht alles jetzt? Alles gut. Sehr schön, freut mich. Gut, Abdullah, was möchtest du Produktives dazu beitragen? An manchen Punkten muss ich hier wirklich Res geben. Als Muslim oder Muslimer sollte man schon ein Kopftuch tragen. Aber andersrum reicht es auch natürlich, wenn du ein sauberes Herz hast. So, auf Kopftuch trägst du oder nicht. Irgendwann im Koran steht, oh, liebe Leute, wenn du meine Gesetze, wenn ihr meine himmlischen Gesetze... Lass mich doch mal ausreden, guck mal, man hört nicht... Dann habt wenigstens ein sauberes Herz. Das sagt der Koran nicht. Es gibt keine Stelle im Koran, wo es gesagt wird. Befehl ist... Hast du mal den Koran durchgelesen? Bitte? Hast du mal den Koran durchgelesen? Anscheinend nicht. Also, mein lieber Abdullah Khan, entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Ich sitze hier als Ex-Muslim, als jemand, der die Religion des Islam über 30 Jahre lang praktiziert habe. Und da... Wohin Bergen? Moment, Moment, ich blende das mal ein. Sekunde, Mr. Immerhin will ich meine Behauptung... So, bitteschön, das bin ich mit ungefähr 19 oder 20 Jahren in einer Theologieschule. Das ist aber einen krassen Obama, so richtig, als wärst du mit denen verwandt oder so? Nicht Obama, Osama heißt er. Nein, der Obama ist genauso gewesen. Wie alt bist du, Abdullah Khan? 24, warum? 24, okay. Okay, ich war ungefähr 20 dort. Du warst vier Jahre alt, als ich bereits über die theologischen Bücher gesessen habe. Du hast noch mit Autos gespielt und hast dich mit Eiscreme verwöhnen lassen, als ich schon da gesessen habe und habe Theologie studiert. Das stimmt, ich war richtig verwöhnt, das Kind. Ich war in einer islamischen Schule, ich habe einen Theologieabschluss und ich weiß ganz genau, von was ich rede. Also achte darauf, dass in deiner Argumentation möglichst der Islam genannt wird und nicht deine persönliche Neigung, wie du den Islam sehen willst. Der Islam ist objektiv studierbar. Ich sag mal so, der Islam ist ein Perfekt, wir Menschen nicht, aber der Islam ist perfekt. Nein, der Islam ist nicht perfekt. Leier nicht diese Propaganda. Nein, umgekehrt, der Koran ist nicht perfekt. Sura 65, Vers 4. Lest mal, hol mal für mich die Sura raus und lest mal. Und dann schauen wir uns mal, ob der Islam perfekt ist. Ich soll für dich auf der Arbeit einen Koran nachschlagen. Ja, damit du nicht sagst, ich hätte den falschen Koran. Ich erlaube dir, die Koranübersetzung zu benutzen, die für dich präferabel ist. Du bist der Meinung, wenn ich richtig verstanden habe, dass alle Muslime, sage ich mal, einen Kopf zurückkragen sollen. Selbstverständlich. Ich habe eben gerade Sura 25, Vers 31 vorgelesen und das ist ein Befehl von Allah. Das nennt man Wajib, das ist eine Pflicht. Oder man nennt es Fardo ein, individuelle Pflicht. Die Muslime, die Frauen müssen den Hijab tragen. Sie haben keinen Diskussionsfreiraum, ob sie den Hijab tragen dürfen oder nicht. Sie müssen ihn tragen. Also es ist Pflicht, meinst du? Selbstverständlich ist es Pflicht. Ja, okay. Kennst du nicht? Ich hätte mal eine Frage, wenn ich kurz darf. Ich weiß nicht, wer jetzt von den beiden redet. Darf ich noch was dazu sagen? Ja, na bitte. Wie ist das eigentlich? Ein Christentum? Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Stopp, ich bin Christoph. Was hat mein Stream mit dem Christentum? Abdullah Khan, was hat mein Stream mit dem Christentum? Ich frage dich doch mal was. Ich frage dich doch mal was. Warum tragen die Nonnen im Kopf so? Christentum interessiert mich nicht die Bohne. Ich bin Ex-Muslim, nicht Ex-Christ. Bleib bei dem, was du bist. Du outest nicht als Muslim. Also weiche nicht auf eine andere Religion aus. Was macht dein Koran besser jetzt? Okay, ja, was macht dein Koran besser, wenn die Bibel so und so ist? Was interessiert dich? Dein Koran ist trotzdem ein schlechtes Licht. Dein Koran steht trotzdem ein schlechtes Licht. Was im Koran steht in dieser Suche 9? Die ganze Suche, die Tötungssuche. Der Hass auf die Christen, auf die Juden. Wie man mit den Frauen umgeht, dass man die Frauen umschlagen soll. Was macht das jetzt in der Bibel besser, wenn du die Bibel angreifst? Nehmen wir an, die Bibel ist so, wie du sagst, schlecht. Ich greife doch nicht. Sorry, ich habe doch nicht angegriffen. Hä? Nein, aber wir gehen mal davon aus. Wir gehen davon aus. Toni, mein Freund, bitte jetzt nicht. Nein, nein, ich wollte nur sagen, wie dumm dein Argument ist. Dann schreibst du mal. Dadurch wird dein Koran nicht besser. Genau, das ist das Wichtigste. In dem Moment, wo, Abdullah, warte mal, ich habe den Stream aufgemacht und ich muss hier Kontrolle reinbringen. In dem Moment, wo wir Muslime erlauben, über eine andere Religion oder eine andere Religion herbeizurufen, um die Argumente von uns abzuschwächen, erlauben wir ihnen, auf ihr Spielterritorium zu gehen. Aber damit wir die Diskussion in unserem Feld halten, Abdullah, du bist Muslim, bleibe bei der Rechtfertigung deiner Lehre. Wenn du nämlich zum Christentum gehst und sagst, was ist denn im Christentum, da müssen sich die Frauen auch bedecken, dann betreibst du Whataboutism. Und Whataboutism heißt, und das ist eine Schwächung deines Arguments, du sagst nämlich, hey, wir haben auch den Hijab, ja, der ist problematisch, aber die Christen haben auch einen Vers, der problematisch ist. Aber was ist denn mit denen? Damit schwächst du dein Argument. Du gibst indirekt zu, oder eigentlich gibst du direkt zu, dass es ein Problem mit diesem Vers gibt. Deswegen rechtfertige, ich sage, alle Juristen, welcher Rechtsschule folgst du, Abdullah? Gar nichts, gar keine. Keiner Rechtsschule. Wieso folgst du keiner Rechtsschule? Muss ich? Ja, musst du eigentlich. Im Sonnensamen musst du mindestens einer der vier Rechtsschulen folgen. Warum folgst du keiner Rechtsschule? Nur wenn du mir das sagst, den so muss ich mal folgen. Wie du Sakat bezahlen sollst, wie du zur Hatsch gehen sollst und so weiter und so fort. Das erklärt dir nämlich deine Rechtsschule. Und wenn du keine Rechtsschule hast, dann ziehst du dir den Islam nämlich aus der Nase. Du musst einer Rechtsschule folgen. Du bist so schlau, wenn man seine eigene Meinung dazu äußert, dann sturmst du den Menschen. Lass mich gucken, ich habe doch mal eine ganz normale, ganz höfliche, freundliche Frage gestellt. Ich stimme dich nicht. Ich wollte nur in das Chaos wieder ein bisschen Kontrolle bringen. Okay. Darf ich Abdullah vielleicht eine Frage stellen? Ich wollte doch mal gerade mal was fragen, Manfred. Toni Manfred. Ja. So, sorry, verstehe mich nicht falsch. Ich habe doch ganz normal gefragt, ist das doch nicht schlimm, weil man auch über andere Dinge geht, oder? Nein, alles gut, aber das wollte ich nicht in deine Antwort. Das finde ich nicht das Thema. Ich bin doch ganz normal. Ja, aber das hilft nicht. Ich rede doch mal ganz normal mit dir und ich habe eine ganz höfliche Frage gestellt. Ja, klar. Wir haben doch zuerst im Kopf, die Frauen, die Frauen sind unsere Frauen. Sie sind gottergeben. Und die Frau verhüllt sich, weil sie den Mann, also quasi, also der Mann ist über die Frau, also im geistigen Sinne, nicht, dass der Mann jetzt über die Frau das Sagen hat. Also der Mann ist der Oberhaupt. Und das dient als, ich weiß nicht mehr auswendig, Entschuldigung, ich weiß nicht mehr auswendig, als Gottesfürchtig. Das ist einfach als Gottesfürchtig. Und ja, als Gottesfürchtig. Ich habe jetzt vergessen den Vers dazu. Ja, komm jetzt, komm dazu. Worauf willst du hinaus? Komm dazu. Ja, weil ihr habt uns kopiert. Der Islam hat doch die Christen kopiert, keine Ahnung. Wir haben doch vorher schon den Kopftuch gehabt. Unsere Frauen haben doch den Kopftuch gehabt. Und wenn du dir das anschaust, glaube ich, kannst du was sagen, Toni. Und zwar, früher der Propheten Mohammed hat das befohlen, dass die Frauen sich, die gläubigen Frauen, sich mit dem Überwurf bedecken, damit die erkannt werden. Die Sabir, die quasi Sklavinnen, die durften das nicht. Und damit waren die quasi frei, frei für die Muslime, dass die über die Hafer durften. Genau. Und das ist der Punkt. Klar gibt es bei den Christen auch dieses Kopftuch. Das ist eine ganz andere Sache. Aber zum Beispiel jetzt bei den Frauen von Mohammed, da gibt es ja Souda zum Beispiel, die war ja recht alt. Und die wurde, wenn die aufs Feld rausgegangen ist, um da ihre Notducht zu verrichten, quasi, da wurde die oft von Männern beobachtet. Und man wollte nicht, dass deine Frauen und nicht die anderen gläubigen, muslimischen Frauen quasi begrapscht werden, vergewaltigt werden, was auch immer. Ja, das ist der Punkt. Das war wahrscheinlich früher schon ein Problem. Und deswegen gab es dieses Kopftuchgebot. Weil in dem Moment, wo du als Muslim oder als Mensch allgemein eine Frau mit Kopftuch, als eine Muslime, du erkennst das, vergewaltigst, dann wirst du brutal bestraft. Aber in dem Moment, wo du eine Frau, weil sie sich nicht verhüllt, die ihre Reize zeigt, irgendwie dich damit, also Sinn da macht, dich geil macht als Mann, dann bist du ja nicht mehr der Täter. Deswegen ist ja auch die Todesstrafe bei einer Vergewaltigung, bei einer Frau, die sich nicht verhüllt, also da ist ja die Todesstrafe für die Frau. Das heißt, die vergewaltigte Frau wird, wenn sie vergewaltigt wurde, bestraft. Die einzige Chance zu leben wäre, wenn sie den Mann heiratet. Aber das geht auch nur, wenn dieser Mann sie heiraten möchte. Und wenn er vielleicht schon vier verheiratete Frauen hat, dann geht es mir gar nicht. Also das ist das Problem, wenn wir uns jetzt so angucken mit dem Kopftuch. Christentum ist einfach nur, ich bin Gott ergeben. Und das ist auch nicht im generellen Alltag, sondern nur in der Kirche. Und das ist auch in der Orthodoxe Ansicht. Und nämlich klar ist das generelle Pflicht, denn wenn du als Muslima nicht draußen mit Kopf rum bist, wirst du nicht als Muslima erkannt. Und dann kannst du begrabscht, belästigt, vergewaltigt, was auch immer werden. Und dann bist du selber schuld. Ja, okay. Es gibt auch eine Muslime, die vergewaltigt wurden, angegrabscht wurden, obwohl die im Kopf drückgetragen haben. Es gibt immer Vergewaltigungen. Es gibt es immer. Aber es gibt einen Unterschied. Es gibt, weißt du, es gibt Deutsche, die vergewaltigen irgendwelche Frauen, das sind Triebtäter, das sind Kriminelle. Und es ist aber ein Unterschied, ob du das machst, weil du das willst und wirst dann bestraft vom Gesetz oder ob du das machst, weil du die Erlaubnis von einem Gott hast. Das ist ein Unterschied. Das ist ein sehr großer Unterschied. Es gibt, überleg mal, ich sage nicht, dass jeder Muslim ein Vergewaltiger wäre. Das ist doch Blödsinn. Aber stell dir mal vor, das ist ein Muslim und der ist zufälligerweise auch ein Vergewaltiger. Genauso wie zufälligerweise irgendein deutscher Vergewaltiger ist. Und der nimmt sich jetzt, okay, ich kann jetzt mit diesen Schriften legitimieren, dass ich diese Frau mir holen darf. Und dann sucht er gezielt nach einer Frau, die er vergewaltigen kann, weil er ganz genau weiß, okay, wenn ich das mache, dann werde ich nicht bestraft. Und das ist das. Selbst wenn das positiv gedacht wäre im Ursprung, das ist so leicht auszunutzen, weil diese Idee dahinter total lächerlich ist. Und deswegen macht sich das so anfällig. Und daran sehen wir auch, dass der Islam nicht perfekt sein kann, weil der wird sehr leicht von Triebtätern, auch von Pädophilen ausgenutzt. Also das kannst du ja gucken, auch bei den Shia-Muslims, du hast ja Buch der Ehre von Ayatollah Khomeini, du hast in der Sunda die ganzen Quellen in den Niyanadisen. Du darfst mit einer neunjährigen Sex haben, auch wenn sie nicht menstruiert. Das steht dort schwarz auf weiß. Und wenn du sagst, okay, kannst du mir das mal zeigen? Sorry, dass wir schon verbrochen haben. Habe ich dir doch gesagt, Abdullah, ich habe dir doch gesagt, schlag doch Sura 65 Vers 4 auf. Der Punkt ist, das ist ja alles richtig geregelt. Darf ich das kurz seine führen? Ich habe dir Abdullah gesagt, schlag Sura 65 Vers 4 auf. Und du hast dich darüber beschwert, dass ich dir den Vorrang gegeben habe, diesen Vers aufzumachen. Dies ist der sogenannte pädophilen Vers. In diesem Koran Vers wird faktisch die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern legitimiert. Und zwar sagt der Koran nicht, er macht keine Altersbeschränkung. Er spricht von, das ist Sura al-Talak, die Scheidung, und da werden zwei Gruppen oder drei Gruppen von Menschen behandelt. Frauen, die keine Menstruation mehr bekommen, weil sie zu alt sind. Dann Frauen, die schwanger sind und deshalb die Menstruation nicht mehr da ist und für Frauen, die noch nicht ihre Menstruation bekommen haben. Und da sagt eben in Castilla, ein großer Nexigese, dass damit kleine Mädchen gemeint sind. Alles klar. Und für die ist die Wartezeit auch drei Monate. Das heißt, wenn ein kleines Mädchen drei Monate warten muss, weil die Sura heißt ja die Scheidung, dann bedeutet das, dass der erwachsene Mann mit einem kleinen Mädchen geschlafen haben kann, denn sie muss immerhin auch drei Monate warten, um zu sehen, ob sie eventuell schwanger ist. Didi, jetzt bist du dran. Und ganz kurz zu Kian, schau mal, Abdullah, in der Bibel, in Korinther 1, 36, muss... Okay, Freunde, wir werden zu religiös, Toni, wir werden, wir rutschen zu sehr in diese... Ich will nicht sagen, Kian. Wir rutschen zu sehr in Christen und Samen ab. Das will ich vermeiden. Nein, nein, es geht um was anderes. Sie behaupten immer, damals war das erlaubt, aber das stimmt nicht. Du kannst nicht sagen, dass es damals erlaubt war, weil das hat schon die Bibel verboten. Okay, danke dir, Toni. Wir können nicht sagen, dass es damals erlaubt war. Das war niemals erlaubt. Zu keiner Zeit war das erlaubt. Jetzt möchte ich Didi bitte rannehmen. Niemand spricht jetzt bitte Didi. Lieben Dank. Wenn ich dazu nur kurz was ergänzen kann, mir ist aber befremdlich, wieso dann dennoch, also heute, in der aktuellen Gesellschaft, im Christentum, mehr Pädophilie vorliegt, zum Beispiel in der katholischen Kirche, wobei es jetzt aber nicht ums Christentum geht. Das ist jetzt was anderes. War nur für mich ein bisschen befremdlich. Ich habe eine andere Frage. Ihr hattet vorhin ein Bild hier drin, da war so eine Karikatur, so ein Imam oder so, der so hingefallen ist und da war so dieses Schiiten- und Alevitenschwert da oben drüber. Nee, das war kein, das war einfach nur ein Krummschwert. Und was die Katholiken angeht, das kannst du nicht auf... Toni, kannst du mal bitte auch mal jetzt leise sein? Toni, Toni, ich verstehe das. Toni, Toni, erstens, das Zölibat ist unnatürlich. Deswegen zwingt es viele Männer dazu, dass sie sich die Sexualität dort holen, wo sie, wo der schwächste Widerstand existiert. Und das ist bei kleinen Kindern. Deswegen gibt es viele sexuelle Belästigungen innerhalb der katholischen Kirche. Ja, das ist auch so, aber die kann man sich auch für die Bibel berufen. Genau. Aber, 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 es gibt keine Anweisung, soweit ich weiß, gibt es im Christentum sogar einen Vers, also es ist besser, wenn du dir einen Stein um den Hals bindest, Nee, du einen Müllstein um den Hals wirfst. Bitte? Einen Müllstein um den Hals legst und dich ins Wasser wirfst. Als das das ein Kind anfasst. Genau, genau. Also, es wird zumindestens nicht christlich legitimiert. Das ist eine Erfindung der katholischen Kirche, das Zölibat. Und das hat dazu geführt, dass viele Männer dann pervertieren. Aha, jetzt ist auch vor allem mal Erfindung. Es ist eine Erfindung. Das Zölibat ist nicht biblisch. Wenn du es nicht in der Bibel findest, wo findet man das dann? Natürlich dann in der Erfindung der Christen. Soll ich, guck mal, Kian, soll ich mal was zu jetzt sagen? Ich hoffe, dass der Toni auch mal kurz eine Pause macht. Mein Freund, Abdullah, wenn ich von Islam spreche, ich beweise dir mit jede Einheit, kreativ an ihrer Dogmalehre rumgearbeitet. Und deswegen ist das Zölibat zum Beispiel mit in die katholische Kirche gerutscht. Aber hat dieses Zölibat in der Bibel... Das ist Menschumheller. So, jetzt Didi, Entschuldigung, du hast um das Bild gesprochen. Du gingst von dem Bild aus. Genau, da wollte ich die Bedeutung, das habe ich nicht ganz verstanden, von der Karikatur, hatte ich nicht ganz gerafft. Und da wollte ich mal fragen, ob das eine bestimmte Bedeutung hat, die Karikatur, ob das Bestimmtes kritisiert. Ja, also wenn ich das Bild, das Bild habe ich mir von einer islamkritischen Seite genommen. Und das Bild geht ein bisschen weiter. Du siehst faktisch, das andere Bein von dem Typ steht auf dem europäischen Kontinent und der tritt sozusagen diesen Muslim in den Hintern und schmeißt ihn aus Europa raus. Ah, okay, das ist die Bedeutung. ich verstehe, danke für die Erklärung. Und Kian, wenn ich dich was fragen darf, bist du ein, du bist ein Ex-Moslim, so steht es bei dir zumindest. Genau. Warst du mal, oder bist du Iraner von der Ethnie her? Ich bin iranischer Kurde. Ah, okay, okay, dann bist du, oder warst du mal Schiite oder sunnitischer Moslem? Ich war mein Leben lang Schiite und die letzten fünf Jahre war ich Shafi-Moslim, also Sunnite. Okay, und bist du jetzt quasi anti beides oder unterscheidest du oder sagst du ja Schiiten jeden Schafi-Moslim zu haben? Ich bin, ich bin waschechter Ungläubiger, ich bin Atheist und glaube an keine Religion. Ah, okay, cool, ja, ich auch, dann darf ich ja wahrscheinlich offen reden, ich hatte jetzt Angst, dass du voll der Hardcore-Christ bist und ich, Nein, auch nicht, weder Christ, Jude noch sonst irgendetwas, ich glaube an gar nichts, nur an Spaghetti-Monster und an fliegende Untertassen im Weltall und an Chips und an Odin, ganz genau, aber nein, ich, Quatsch, ich glaube an gar nichts. Schweinefleisch nicht vergessen. Ja, Schweinefleisch ist kein Problem, habe ich schon öfters gegessen, schmeckt lecker. Okay, ja cool, dann finde ich deine Einstellung super und hier geht es jetzt, man darf über alles reden, es ist nicht so, dass du jetzt sagen, also nicht jedes x-beliebige Thema, wir haben schon Themen ausgesucht, aber wenn es in Richtung Islam geht, in Richtung Israel, Palästina, dann kannst du gerne deinen Senf dazu geben oder du sagst etwas, was dich ganz besonders beschäftigt und wir gucken uns an, ob wir das Thema irgendwie aufgreifen. Ja, aber ich glaube, Christentum willst du nicht so thematisieren, ne? Das Christentum thematisiere ich deshalb nicht, weil das war nicht mein ausgesuchtes Topic, ich bin aber enorm kritisch gegenüber dem Christentum, ich kann auch mit dem Christentum nichts anfangen, überhaupt nichts, auch nicht mit der Figur Jesus Christus oder mit der Dreifaltigkeit oder sonst irgendetwas, aber vom Christentum geht für mich keine Bedrohung aus, geht überhaupt nicht. Die Menschen leben ihren Glauben dort und ich habe selten Anfeindungen bekommen aus der christlichen Ecke, aber für mich ist das Urproblem ist der Islam, auch in unserer deutschen Gesellschaft. Also meinst du auch in Deutschland? Aber eigentlich haben wir in Deutschland keine großen Konflikte mit den Moslems. Wie bitte? Also gut, dann muss ich jetzt mal mit Fakten einspringen. Also Didi, Entschuldigung. Wir haben 704 Gruppenvergewaltigungen gehabt im letzten Jahr. Deutschland war noch nie dem Phänomen Gruppenvergewaltigungen ausgesetzt, noch nie. Kann ich das parallel nachgucken, in der Quelle? Das kannst du, ja, ich nenne dir die Quelle, die Quelle, ja, ich nenne dir die Quelle. Du gibst ein Bundeskriminalamt und dann tippst du ein, Kriminalität im Kontext der Zuwanderung. Okay. Du kannst auch, eine Sekunde mal, die Vorfälle in Köln. Ja, außerdem kannst du zum Beispiel einfach nur eingeben, 700 Gruppenvergewaltigungen und dann kommen auch die dementsprechenden Auflistungen auf Google. Die stehen ziemlich weit oben. 700 Gruppenvergewaltigungen mit einem hohen Prozentsatz an Muslime, die daran beteiligt waren. Die meisten... Stand auf deren Stirne, dass Muslime waren? Ja, durch den Namen zum Beispiel sind sie zumindest aus dem islamischen Raum. So, und dann aus diesen, aus diesen Tätergruppen haben sich drei Tätergruppen besonders hervorgehoben. Syrer, Iraker und Afghanen. Sie waren überproportional zur Gesamtbevölkerung oder zum Gesamtanteil der Afghanen, Syrer und Iraker an sexueller Belästigung und Gruppenvergewaltigung beteiligt. Das bedeutet, dass die von den 700 Rissenvergewaltigungen die Mehrheit der Vergewaltiger Afghanen, Syrer und Iraker waren. Wenn es zweimal passiert, sagt man Selawie. Aber wenn es 700 Mal im Jahr passiert und man stellt fest, dass immer wieder die gleiche ethnische Gruppe darin involviert ist, dann entsteht ein Muster. Und das wiederum zeigt, dass wir mit einigen Migrantengruppen größere Probleme haben als mit anderen Migrantengruppen. 20.000 Messerattacken gab es allein im letzten Jahr. Auch Statistik, Bundeskriminalamt. Und das waren auch sicherlich bestimmt alle Afghanen und Jürgen. Und im Kontext der 20.000 Messerattacken waren ein überwiegend großer Anteil. Mein Freund Abdullah Khan, ich weiß, du bist faktenresistent, aber Didi macht sich wenigstens die Mühe und schaut mal jetzt gleich bei Google nach. Statt zu arrogant von der Seite mir da rein zu quatschen, öffne dein Google und schau, ob hier... Die Schwimmbäder auch vor kurzem, da war doch auch so ein Problem mit dem Schwimmbäder, mit dem Freibäder. Natürlich, ich will nur sagen, bevor du anfängst zu sagen, ach ja, 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 schon wieder bestimmt nur Muslime. Ich sage es nicht. Es sagt das Bundeskriminalamt. Okay? Und du hast alle... Aber du beholst dich ja die ganze Zeit. Und du freust dich darüber. Du hast 20.000 Messerattacken und die meisten Messerattacken kamen aus dem migrantischen Milieu und überwiegend von Migranten, die aus dem muslimischen Kulturraum sind. Und sorry, wenn das so ist, dann müssen wir darüber reden. Das bedeutet, einige Migrantengruppen verursachen mehr Probleme als andere Migrantengruppen. Und das ist nun mal Fakt. Und deswegen bin ich auch gegen diese Migrantengruppen und dann sage ich, schickt sie alle nach Hause. Remigration, Grenzschließung und nehmt um Gottes Willen keine Muslime mehr für den Rest, solange die Deutsche Republik besteht, auf. Aber bei den Gruppenvergewaltigungen haben wir insgesamt 467, das ist jetzt aber 2017, aber vom BKA, also die Quelle, die du nanntest. Die BKA hat mehrere Statistiken. Wenn du da die Seite aufmachst, dann listen sie die Gruppenvergewaltigung der letzten drei oder vier Jahre auf. Da müssen verschiedene PDFs aufmachen. Das ist jetzt April 19. Stand und da haben wir nicht deutsch, 54,8 Prozent, also schon deutlich, was heißt deutlich, aber höher als deutsch, weil deutsch sind es nur 45,2 Prozent. Da haben wir eine Differenz von 10 Prozent. Für mich eine seriöse Quelle. Ich bin selber im gehobenen öffentlichen Dienst. Ich werde nicht genau sagen, wo. Deswegen BKA, keine Frage. Aber schau mal, die Bild-Zeitung hat auch 2021 geschrieben und schaut, da ist es wieder. Und Bild-Zeitung, wissen wir, gehört zu Axel Springer. Axel Springer Verlag, wissen wir auch alle, wie die orientiert sind. Ist ja auch kein Geheimnis. Und da steht, jeder zweite Tatverdächtige hatte keine deutsche Staatsangehörigkeit. Häufig kamen die Männer aus islamischen Ländern, Afghanistan, Syrien, Irak. Das steht hier jetzt in der Bild. Aber die Bild ist halt nicht so seriös. Aber beim BKA steht es... Doch, die Bild ist recht seriös, Didi. Weil ich habe geschaut, wir haben ganz große Antireflexe gegenüber der Bild. Aber das ist doch eine coole Wart, das ist jetzt nicht wie die Frankfurter, wie die FAZ oder Süddeutsche Zeitung oder so. Das macht nichts. Aber wenn die Bild-Zeitung zum Beispiel, wenn die Bild-Zeitung sich beruft auf den Bundeskriminalreport... Nein, das steht nicht so als Quelle. Hier habe ich doch. Zum Beispiel im Jahr 2020 wurden in Deutschland 704 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gruppenvergewaltigung gezählt. Das berichtet die Bild unter Berufung auf das Bundeskriminalamt BKA. Und dann gehe ich auf die BKA, suche die entsprechende Statistik und finde sie. Die Bild-Zeitung hat absolut recht in diesem Fall. Und dann ist es doch erschreckend, dass ausgerechnet diese drei Migrantengruppen in der Statistik überproportional auffallen. Und übrigens, wenn man von deutschen und nicht-deutschen Straftätern spricht und sagt, 54 Prozent waren nicht-deutsche und deswegen sind 46 Prozent der deutschen Vergewaltiger. Irrtum. Ein Migrant oder ein Ausländer, der die deutsche Staatsangehörigkeit gilt als deutscher Staatsbürger und kommt dann eben nicht mehr in diese Migranten-Statistik rein. Und ich sage dir, dass von denen sicherlich ein großer Anteil ist, der sich hinter der deutschen Staatsangehörigkeit verstecken, aber in Wirklichkeit Migranten sind. Genau wie die sechs Deutschen, die auf in Spanien Gruppenvergewaltigung begangen haben. Das war vor ein paar Monaten, stand das in der Presse. Die wurden als sechs Deutsche verkauft und es waren alle Türken. Aber Syrer, Libyen und Irak ist hier gelistet, die haben wir ja primär seit 2015 im Lande. Vorher waren die jetzt nicht so stark vertreten. Wir hatten natürlich, wir hatten Syrer, aber das Problem ist, dass wir, bevor wir, bevor die Grenzen so weit offen waren, mussten Syrer zum Konsulat gehen, mussten sich anmelden, mussten sich einen Check durchlaufen lassen und dann sind sie hergekommen. Aber wann sind die Syrer gekommen? 2015, vier Jahre nach dem, vier Jahre nach dem Ausbruch des IS in Syrien und Irak. Was glaubst du, wie viele Kopfabschneider, Vergewaltiger, Menschen, die Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, Leute, die aus dem Knast abgehauen sind, Palästinenser, die sich als Syrer ausgeben, Dschihadis, die über unsere Grenze gekommen sind und sich als Syrer ausgegeben haben, heute bei uns Unterschlupf gefunden haben. Das Bundeskriminalamt geht davon aus, dass wir wahrscheinlich 10.000, 10.000 ehemalige Dschihadikämpfer in Deutschland haben, die sich in den Flüchtlingsstrom versteckt nach Deutschland gebracht haben. Ja, 2015 war ein Fehler, da sind viele Leute unkontrolliert, auch mit falschen Angaben ins Lande gekommen, aber du darfst noch nicht vergessen, die Regierung war zuvor noch nie mit so einer Krise, das hat die Merkel, da hat die uns auch gut durch die Krise gelotst. Weil das Land war zuvor noch nie mit so einer Krise gefrontet quasi, das war das erste Mal und da ist es halt normal, das erste Mal solche Fehler geschehen, so eine Flüchtlingswelle wie 15 hat man noch gar nicht, aber du hast recht, da sind tatsächlich ungeprüft auch viele Leute ins Land gekommen. Bis heute. Dedi, bin ich ehrlich, Dedi, darf ich auch was dazu sagen? Klar. Ich schwöre es euch, seid ihr ganz ehrlich, ich habe damals, 2015, selber in Flüchtlingsheim gearbeitet und da wo die Russen, äh, sag ich die Russen, sorry, die Syrer, Palästinenser, Afghaner und was auch immer da reinkamen, weißt du, wie sehr ich mich gefreut habe? Wie bitte, was war mit denen, äh, Syrern, das letzte Mal? Als sie nach, als sie nach Deutschland kamen, ich schwöre es nicht, ich habe mich unnormal gefreut. Wieso? Ich wollte solche, ich wollte solche Menschen einfach hier in Deutschland haben. Okay. Also ich bin ganz ehrlich, sorry, sorry für das, was ich dir sagen würde, es gibt viele, ähm, Deutschen, ich schwöre es nicht, die einfach Hartz-IV-Empfänger sind, weil die zu faul sind und saufen sich ein Bier, Vollkasten, was weiß ich, bis zum geht nicht mehr und wir sollen für sie arbeiten. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, gut, da setze ich mal, da tue ich mal was rein. Ähm, Didi, du musst mir nicht glauben, aber ich danke dir erst mal, dass du im Gegensatz zu Abdullah wenigstens Google aufgemacht hast und hast mal geschaut, was dabei davon stimmt. Dann Google mal, dann Google mal, Didi, Google mal, wie viele von den Syrern, die 2015, 16 gekommen sind, heute noch aus Hartz-IV leben. Hartz-IV sind aber gerade führend die Ukrainer. Die Folgen von den Syrern. weil wir haben auch, wir haben auch über eine Million Ukrainer ins Land aufgenommen. Zwei haben wir gerade, zwei Millionen, in Ukraine haben wir 1,7 Millionen. Ja, das ist eine völlig andere Geschichte. Wir haben die Leute einfach ins Sozialsystem reingeschmissen, wie wir die Syrer in das Sozialsystem reingeworfen haben. Die betreiben auch Sozialtourismus. Die melden sich hier an und dann gehen die mal wieder zurück in die Ukraine, dann kommen die wieder. Genau, aber bei den Syrern, die sind immerhin 2015 und 16 gekommen. Und wenn du jetzt noch mal so freundlich bist und googelst und schaust, wie viele von den Syrern, von den 1,5 Millionen Syrer, die damals gekommen sind, zwischen 2015 und 16, wie viele nach sieben, acht Jahren immer noch in Hartz-IV stecken, dann wird sich Abdullah Khan schämen. Denn über 9 Millionen Syrer sitzen dem deutschen Steuerzahler auf der Tasche und ruhen sich seit sieben, acht Jahren aus auf den Steuergeldern, auch der Migranten, die hier Steuern bezahlen. Okay? Dann google mal, wie viele von den Syrern Analphabeten sind. Dann wirst du eine Analphabetenrate von 70 Prozent finden. Und 55,4 Prozent der Geflüchteten aus Syrien leben von Hartz IV, also fast die Hälfte, mehr als die Hälfte. Richtig. Bumm. So, also Abdullah Khan, ich freue mich, dass du dich gefreut hast, dass die alle in unser Sozialsystem einmarschiert sind. Aber die Tatsache, dass die Menschen nach sieben Jahren keinen Fuß in die Wirtschaft geschafft haben, keinen Fuß in eine Ausbildung, keinen Fuß sich selber zu versorgen. Also ich hätte den Teddybär am Bahnhof wieder eingesteckt. So, ich habe Realtalk Ralf jetzt in meinem Stream. Grüß dich, Ralf. Hallo. Hallo. Ja, ich habe hier gar nicht mitbekommen, dass ich hier schon drin bin. Ja, es hört sich ganz interessant an. Und, ja, ich weiß nicht, soll ich irgendwie was zu dem Thema jetzt sagen? Naja, wenn du hoch wolltest, du hast immerhin deine Hand gehoben, deine virtuelle Hand, dann gehe ich mal davon aus, dass du wahrscheinlich irgendeine Meinung hast, die du uns jetzt unterbreiten möchtest. Ja, okay, die Frage ist ja, jetzt haben wir das, die Frage ist ja nach der Lösungsmöglichkeit. Und da wird es ja schwierig sein, da entsprechend Leute wieder zurückzuschicken. Doch, doch, geht, geht. Also nach dem geltenden deutschen Asylgesetz, da muss man sich einfach nur Artikel 2 und 3 anschauen. Schaut euch mal das deutsche Asylgesetz an. Das deutsche Asylgesetz wurde 2015 und 2016 von Angela Merkel millionenfach gebrochen. Das deutsche Asylgesetz sagt, dass Menschen, die aus religiösen, aus nationalen oder ethnischen oder aus anderen gut begründeten Gründen nach Deutschland fliehen, temporär Aufenthalt bekommen. Hört die Gefahrenlage in dem Land auf, dann erlöscht auch das Recht auf Asyl. Merkel hat nicht nur das eigene deutsche Asylgesetz gebrochen, sondern Merkel hat unter anderem auch gesagt, die Leute dürfen bleiben. Wir schaffen es schon, hat sie gesagt. So, das war der Punkt, wo das deutsche Asylgesetz ausgehebelt worden ist. Wir brauchen bloß das Asylgesetz wieder in Kraft setzen und wir können 1,5 Millionen Syrer nach Hause schicken. Wir können vielleicht 500.000 Afghanen nach Hause schicken. Wir können vielleicht 600.000 Iraker nach Hause schicken. Und dann haben wir wieder den sozialen Frieden, den wir haben. Dann schließen wir natürlich unsere Grenzen. Remigration sollten wir dann ankurbeln. Wir sollten alle rausschmeißen, die kriminell geworden sind oder das Asylverfahren missbraucht haben, die gelogen haben, ohne Reisepass eingereist sind und so weiter und so fort. Und dann Aufnahmestopp. 20 oder 30 Jahre keine Menschen mehr aufnehmen, konsolidieren, wie ist die Lage in diesem Land. Und dann kriegen wir alles wieder unter Kontrolle. Ganz einfach. Nur der politische Wille muss her. Kian? Ja? Darf ich dich was zur aktuellen Saß-Israel- und Palästina-Lage? Natürlich. Das war unser Hauptthema. Gerne. Okay. Da wurden doch jetzt bei der UN von 147 souveränen Staaten dafür gestimmt, dass Israel Kriegsverbrechen betreibt und das Völkerrecht bricht. Ja? Was sagst du dazu? Also, schauen wir uns mal die UNO an. Die UNO besteht aus 50 Prozent Dritte-Welt-Staaten, despotische Diktaturen. Der Rest, würde ich sagen, so um die 20 Prozent sind kommunistische Staaten, die noch den Sozialismus pflegen, wie so einige südamerikanische Staaten. Und dann gibt es die islamische Welt, die auch noch ihren Anteil hat. Und die alle verurteilen Israel. Die Tatsache, dass Israel im Grunde genommen einem sehr antijüdischen Klima in der UN ausgesetzt ist, führt dazu, dass Israel die meisten Resolutionen an den Kopf bekommen hat. Durchweg, seit es die UNO gibt. Seit Israel mit diesen Staaten konfrontiert wird. Aber ganz besonders seit den 80er Jahren gibt es eine Resolution nach der anderen, weil Israel sich gegen den Terrorismus der Palästinenser wehrt. Wenn man sich die Statistik von 2020 anschaut, nur 2020, wie viele Terroraktionen es aus dem Gaza gegen Israel gegeben hat, würde ich sagen, kommt es ungefähr so auf 300 bis 400 Angriffe auf den Staat Israel, nur allein aus dem Gaza. Da ist die Westbank und Westjordanland noch gar nicht dabei. Und das bedeutet, dass Israel einem enormen Terrordruck ausgesetzt ist, mit dem Israel nicht immer gebührend antworten kann. Das ist das Problem. Feige Guerillagruppen, die sich in der Zivilbevölkerung verstecken, sind schwer auszuräuchern. Kian, du hast mich bei den Kommentaren aus Versehen stumm geschaltet. Kannst du mich da frei machen? Du bist doch schon frei. Nee, nee, also ich kann nicht Kommentare schreiben. Da steht, dass ich da gestummt bin. Was? Bei Kommentaren. Wenn ich Kommentare schreibe, kann ich nicht. Da bin ich eigentlich gestummt. Ja, da fragst du jetzt wirklich hier den Falschen. Ach so, Anmut. Okay, okay, gut. Alles klar. Alles gut. Ja, Entschuldigung. War nicht mit Absicht. Genau, jetzt kann ich nicht. Alles gut. Hier ganz kurz. 193 Staaten gehören jetzt zur UN. Also ich würde das jetzt nicht sagen, die und die und die Länder. Die ganze Welt gehört da ja eigentlich fast dazu. Außer lass mich nicht lügen. Wie viele Staaten sind es? 24 oder so, die nicht dabei sind. Aber sonst ist ja wirklich jedes Land da drin. Und die Amerikaner zum Beispiel haben jetzt auch schon oftmals im Nahen Osten aufgrund der Ölvorkommnisse gebombt. Aber nie dabei, nie das Völkerrecht gebrochen. Also es gab noch nie eine UN-Sitzung gegen die Amis, obwohl Amis ja wirklich Kriegsführer sind. Naja, sie haben im Irak 2 Millionen Iraker getötet. Und das war ja auch ein, ich meine, sie sind unter falschen, oder an der falschen Prämisse sind sie in den Irak reingegangen und haben gesagt, Saddam arbeitet an Massenvernichtungswaffen und so weiter und so fort. War alles nicht wahr. Ja, Trump ja zum Beispiel danach auch, Obama auch, hast du recht, vielleicht haben die danach auch wirklich nach George W. Bush, haben das ja alle anderen Präsidenten der USA bestätigt, hast du recht, keine Frage. Aber jetzt momentan ist doch ein bisschen so die Verhältnismäßigkeit, klar, die haben Selbstverteidigungsrecht, ne, Israel, keine Frage. Also nicht falsch verstehen, aber... Aber er denkt nicht, das ist der Konflikt zwischen zwei Gruppen. Es ist Krieg. 1.200 Menschen wurden an einem Tag massakriert. Das ist Krieg. Das ist das Massenmord. Ja, aber jetzt genau, 1.200 seitens der Israelis, und jetzt sind wir schon bei 8.000... Nein, 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 ja, ja, gut, okay, ganz genau. Bei den Palästinensern. Somit ist die Verhältnismäßigkeit... Ja, die Israel sind jetzt 2.000. 3.000 Verletzte, 2.000 Tote. Ja, und somit ist ja die Verhältnismäßigkeit eigentlich nicht mehr gegeben. Plus Sachen wie Krankenhäuserbomben, Strom abstellen, Internet abstellen, das sind halt ganz klare Kriegsverbrechen, die wir in Deutschland nach deutschen Normen und Werten auch anerkennen müssen. Und du bist ja so pro-Deutschland, deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass du da nicht so, ja, wie soll ich denn das sagen, nicht so kritisch bist. Ja, ich sage dir, nein, nein, ich bin sehr, sehr, sehr kritisch. Das Interessante daran ist, dass ich mich sehr lange mit diesem Konflikt auseinandersetze und dass ich, als am 7. Oktober alles angefangen hat, also ich praktisch mich Tag und Nacht versucht habe, da durchzulesen und den Konflikt zu verstehen. Erstens, wie soll Israel denn einen präzisen Krieg führen, wenn es eine irreguläre Armee ihnen gegenübersteht? Ich habe es schon vorhin im Chat gesagt, wenn es zum Beispiel Gaza jetzt dreimal so eine große Fläche hätte, Berge und Täler, dann könnte der Krieg aus der Stadt verlagert werden und dann könnte die israelische Armee der Hamas sozusagen von Militär zu Militär gegenüberstehen. Das ist nicht der Fall. Gaza ist so dicht besiedelt, dass es faktisch keinen Kampfraum gibt für die Hamas. Die Hamas hat also ihr gesamtes Militärgerät in die Zivilbevölkerung verlegt oder in die Städte. Und aufgrund der Dichte der Bevölkerung, 2.500.000 Gazianer, die dort leben, hat faktisch die Hamas ihr Raketengut, ihre Armeestützpunkte, ihre Bunker, ihre Versorgungsstätten, ihre Kommandozentralen, alles in die Wohngebiete von Gaza verlegt. Israel hat zumindest verschiedene Methoden angewendet, um den Krieg und jetzt in Anführungsstriche so zivil wie möglich zu führen. Israel hat das Prinzip von Knocking on the Roof eingeführt. Das ist, es wird eine kleine Mini-Rakete auf das Dach eines Hauses geschossen, ohne das Haus zum Einsturzen zu bringen. Die Bewohner wissen, dass sie da raus müssen und dann drei Stunden später bombardiert Israel das Haus. Das wissen sie. Israel hat das Festnetzsystem von Gaza in der Hand und hat Textnachrichten an alle Menschen geschickt, die dort leben und hat gesagt, verlass dieses Gebiet, wir werden dieses Gebiet in 12 oder in 24 Stunden bombardieren. Die Hamas hat teilweise die Wasserversorgung selber ruiniert, indem sie nämlich die Wasserleitung aus Gaza herausgebuddelt haben, um daraus Graketen zu bauen, denn der Hamas geht im Moment das Material aus. Und das Erste, was Israel tun muss, weil Israel für die Außengrenzen des Staates verantwortlich ist, ist, dass es die Versorgung zu diesem Gebiet abschneidet, damit es mit seinen Operationen beginnen kann. Und das hat Israel getan. Du kannst nicht vermeiden, in einem so, Gaza ist das dicht besiedelte Gebiet auf der ganzen Welt. Und in diesem Gebiet muss die israelische Armee eine Guerilla-Armee von 60.000 bis 80.000 Hamas-Kämpfer ausschalten, ihre Infrastruktur und Logistik. Deswegen ist der Krieg so blutig. Und die Hamas hält teilweise ihre eigenen Leute davon ab, die markierten Gebiete der Israelis zu verlassen. Und das ist der Grund, warum es so unverhältnismäßig groß ist, weil die Hamas ihre eigene Bevölkerung als Schutzschild einsetzt, um die Verbrechen gegen die Palästinenser noch größer erscheinen zu lassen. Da kann ich dir leider nicht ganz zustimmen, weil die Israelis haben ja das beste Raketensystem, das stärkste Militär. Also die sind ja wirklich fit, die haben ja auch Geld. Und da gibt es auch dieses Zitat vom Außenminister, der gesagt hat, Unser Ziel ist nicht Genauigkeit, unser Ziel ist die absolute Zerstörung. Ist ja auch in den deutschen Medien viral gegangen, wurde auch kritisiert. Deswegen, da stimme ich dir jetzt nicht ganz zu, aber jedem das Seine. Wie stehst du zur AfD? Absolut positiv. Ich bin ein großer AfD-Unterstützer. Okay. Ich bin ein absoluter AfD-Unterstützer. In meinem YouTube-Livestream habe ich mehrere hochkarätige AfD-Politiker eingeladen, die mit mir schon gesprochen haben. Und ich tue alles, um die Menschen in Deutschland daran zu erinnern, dass sie 2025 im Herbst, wenn die nächste Bundestagswahl ist, dass sie die AfD wählen. Ja, und die AfD zum Beispiel, eigentlich nicht meine Partei, aber seit diesem Konflikt jetzt aktuell schon, weil das sind die Einzigen, die sich nicht einmischen wollen. Und die sagen, wir möchten keine deutschen Steuergelder nach Israel oder sonst wo hinschicken. Erstmal haben wir hier die Probleme, die zu beheben sind. Und das finde ich eigentlich, da muss ich der AfD, also haben bei mir Riesen-Plus-Punkte gesammelt mit der Einstellung. Finde ich sehr, sehr stark. Du bist zwar sehr, sehr pro-Israel, wie ich es draus höre, aber eigentlich, finde ich, sollte man bei Partei treu bleiben und schon den Kurs der AfD verhalten. Nein, 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 nein. Die AfD besteht aus verschiedenen Blöcken. Es gibt einen Pro-Islam-Flügel innerhalb der AfD. Es gibt einen liberalen Flügel. Es gibt einen sehr nationalen Flügel in der AfD. Es gibt verschiedene andere Flügel. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an all diese Flügel. Die AfD ist keine homogene Partei, wo alle mit einem Stammhirn denken. Da keilen sie sich wie in jeder anderen Partei um die Macht. Da gibt es verschiedene Flügel, den Höcke-Flügel, den Alice-Weidel-Flügel und so weiter und so fort. Aber da hat keiner öffentliche Stellung genommen, außer Gauland. Gauland hat doch pro Forma. Aber der macht das auch nur pro Forma, glaube ich, weil der hat schon viele nicht so konforme Aussagen gebracht. Jetzt wollte er, glaube ich, mal was Adäquates raushauen. Aber die anderen, also sei es Höcke, sei es Weidel, die Spitzenpolitiker, die haben sich alle dazu vorhin steuert. Ein riesiger Fehler. Scholz, Baerbock, die haben sich alle hingestellt und gesagt, wir sind Israel und wir stehen an der Seite von Israel. Aber die Spitzenpolitiker der AfD nicht, was mein Respekt... Das habe ich auch von Frau Weidel gehört. Also ich finde das eine absolute Katastrophe, dass die AfD sich nicht klar zu Israel positioniert hat. Und ich sage auch, warum. Ja, sage ich auch. Erstens, Israel kämpft auch unseren Kampf. Es ist ein Kampf, Zivilisation gegen religiöse Barbarei. Die Hamas ist keine nationale Widerstandsbewegung. Sie ist eine religiöse Bewegung. Sie sagt in ihrer Hamas-Karte, in Artikel 1, 3, 7 und 13, sagt die Hamas, dass sie die Auslöschung des jüdischen Volkes will und dass sie so lange kämpfen, bis es kein Israel mehr gibt. Hamas ist Terror, keine Frage. Das ist genau wie die IS und... Schau mal, schau mal. Genau. Und ich will nur eine Sache sagen. Man kann alles Mögliche an Israel kritisieren, was man will. Und es gibt jede Menge an Israel kritisieren. Aber ich sage noch eine Sache ganz deutlich. Wenn auch nur ein einziges arabisches Shed-Hole so funktionieren würde, wie Israel funktioniert, dann wären sie wirklich auf der Gewinnerseite. Die Tatsache, dass Israel im Frieden leben wird und von einem übermächtigen, wild gewordenen, religiösen Feind umzingelt ist, der nichts weiter wünscht als die Auslöschung des jüdischen Volkes, dann stelle ich mich selbstverständlich auf die Seite. Man sollte sich echt auch schämen. 1,4 Milliarden seit über 1400 Jahren versucht zu bekämpfen, man hat es nicht geschafft. Man sollte sich als Muslim echt schämen für sein Allah, weil ihr baut doch immer auf Allah. Und man sollte sich echt schämen für euch. Ihr seid 1,4 Milliarden, oder wie viele Muslime es gibt, und ihr habt es nicht geschafft. Also merkt ihr, ihr seid so... Da muss ich aber sagen, sorry. Da seid ihr so zurück, Alter. Da seid ihr so zurück. Religion ist Gift für die Menschheit. Nur keine Möglichkeit hat man. Und es zeigt einfach, dass der keine Angst hat. Ich sage dir mal was dazu, und zwar, im Koran steht es Freiheit und nicht bekämpfen. Als Muslim... Lüge nicht, bitte. Nein, lüge nicht. Nee, hör auf zu lügen. Lüge nicht. Was für Freiheit? Ich kenne den Koran in- und auswendig. Nenne mir ein Koran, was für das Wort Freiheit kommt. Wer macht der Kirche, Kian? Wer macht der Kirche? Natürlich. Erzähle keinen Unsinn. Erzähle mir, zeige mir auf der Stelle den Koranvers, wo drin steht, wir wollen die Freiheit. Wo das Wort Freiheit überhaupt im Koran vorkommt. Es steht überall, wenn du lesen kannst. Nicht überall. Erzähle nicht. Ich bin, was diese Sache betrifft, gut ausgebildet. Nenne mir ein Koranvers. Komm, komm, komm. Und ich komme zurück zum Islam. Das Problem ist... Ich komme zurück zum Islam. Ich bezeuge heute... Sorry, bitte für die Geschichte, wenn du diesen Koranvers mir zeigen kannst. Leute, wie sagt der Karl Marx? Ich will dir nicht gegenüber persönlich sein, aber so ein Mensch wie dich, wollen wir nicht mal im Islam zurückhaben. Katastrophe, Katastrophe, mein Gott. Sorry, tut mir leid, aber wir wollen dich nicht mehr zurückhaben. Wenn du dir das aus der Nase herumführen willst. Ich habe jetzt eine Frage und frage, ich habe doch jetzt... Guck mal, über Politik und AfD. Ich habe doch jetzt vor zwei Jahren meinen deutschen Platz beauftragt. Warte mal, ich will dein Geschwätz gar nicht hören. Du zeigst mir jetzt den Koranvers. Ich kick dich jetzt erst mal raus. Und dann, wenn du den Koranvers wieder hast, dann kommst du rein und dann zeigst du mir den Koranvers mit diesem großen Wort Freiheit. Erzähl mir nicht den Unsinn. So, zurück zu dieser... Es gibt wohl Streitigkeiten innerhalb der AfD über die Israel-Unterstützung nach dem Hamas-Terror. Einige sagen, es hat wohl in dem Flügel verschiedene Gedanken gegeben, Israel zu unterstützen. Aber ich sage, Israel ist ein friedliebendes Land, das in Frieden leben will, aber das seit 80 Jahren nicht in Frieden leben kann. Zweitens, jüdisches Leben hat Deutschland bereichert. Die Israelis und die Juden, die aus Israel weggezogen sind, um in Deutschland zu leben, haben diese Republik bereichert. Die Kosten doch nur. Also die Juden, wir zahlen bis heute Reparaturkosten. Nein, die Reparaturzahlungen sind in den 90er Jahren eingestellt worden. Das stimmt nicht. Didi, bitte. Du meinst, jetzt haben wir gar keine Verpflichtungen, also finanzielle mehr gegenüber den Juden? Keine finanziellen Verpflichtungen mehr gegenüber Israel. Aber wenn die Israelis mal anklopfen und sagen, wir brauchen 50 Panzer, werden die Deutschen nicht Nein sagen. Aber Reparaturzahlen kannst du googeln, und dann schaust du dir an, wann die Bundes... Warte mal, das kann ich dir sogar ganz genau sagen, weil, ähm, äh, mein Gott. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Juden aufgrund der Geschichte und des Holocaust, was ganz, ganz schrecklich ist, keine Frage. Aber ich finde, man kann jetzt nicht bis heute Deutschland da jetzt, äh, die Schuld an irgendeinem Idiot, Österreicher war es auch noch wohlgemerkt, von 1938 bis 1945, eine Kollektivschuld, bis heute dem deutschen Volk hier zuweisen. Und deswegen muss die Baerbock auch keine 700 Millionen locker machen, äh, für Israel. Israel mangelt es nicht an finanziellen Mitteln. Diese Gelder brauchen wir hier. Israel-Konflikt sollte uns hier in Deutschland nicht tangieren. Klar, man kann persönlich dazu stehen, wie man will, ne, keine Frage, aber dass sie uns da jetzt wieder dumm und deppert zahlen. Und danach haben wir die ganzen Israelis, Juden und Moslems oder halt Palästinenser wieder hier im Lande. Weil die werden ja dann dort einen Krieg haben, die werden sich massakrieren, die Juden werden sich denken, jawohl, Deutschland, die haben schon eine Schuld gegenüber uns, da kann ich jetzt hin und locker leben. Und die Moslems oder Arabs, die werden sich denken, ja, super, Deutschland, Sozialamt der Welt, gehe ich auch hin. Und dann haben wir hier wieder die Flüchtlinge. Also das ist doch ein Teufelskreis. Wir sollten uns da echt raushalten. Also nochmal, wer jetzt in dieser Gegenwart nicht erkennt, dass Israel einen Kampf Zivilisation gegen Barbarei führt, der ist auf der Verliererseite. Denn augenblicklich verwandelt sich die Demografie in diesem Land. Wir haben überall, alle unsere Großstädte in Deutschland sind überrannt von toxischen Migrantengruppen, die eine große Schnauze haben. Unsere Städte über Fremden, Gewalt auf unserer Straße sehen, Messer-Pandemien auslösen, Vergewaltigungspandemien auslösen. Diese Flüchtlinge, die wir 2015 aufgenommen haben, haben bereits im gleichen Flüchtlingsjahr, also binnen Monate, über 1.000 Straftaten auf dem Kölner Domplatz während der Silvesternacht 2015, 2016 ausgelöst. Die gleichen Migranten, die heute noch als Schmarotzer in unserem Sozialsystem sitzen. Überwiegend Nordafrikaner, die an über 1.000 Sexualstraftaten in einer Silvesternacht beteiligt waren. Das ist die Folge der ungebremsten Zuwanderung von Menschen aus islamischen Diktaturen. Und ich will diese Menschen in diesem Land nicht haben. Ich möchte mit meiner ganzen Kraft, mit meinen ganzen Möglichkeiten dagegen ankämpfen, dass diese Menschen dieses Land wieder verlassen. Und Tatsache ist, dass nicht alle Migrantengruppen, wenn ich von einem Migrantenproblem spreche, rede ich nicht von einem allgemeinen Migrantenproblem. Denn wir haben kein Problem mit Tschechen, mit Polen, mit den Japanern oder den Kroaten oder und so weiter und so fort, die in größerer Gruppe bei uns leben. Nein, die Schlagzeilen werden gefüllt entweder durch Asylanten oder durch hier anwesende Migrantengruppen, die alle ein toxisches Verhalten haben, die Regeln, Spielregeln und Verhaltensweisen in dieses Land gebracht haben, die uns komplett fremd sind. Und das nächste Problem ist auch der Islam. Nämlich die Probleme, die wir mit dem Islam haben. Wir haben keine Probleme mit anderen Religionen. Die halten alle den Ball flach. Aber die Muslime haben einen unbegrenzten Forderungskatalog. Und der führt dazu, dass wir gigantische Probleme bekommen werden mit der muslimischen Enklave in Europa, in Deutschland und mit den Trägern dieser Religion, die regelmäßig sich Luft lassen, indem sie explodieren und Gewalt auf unseren Straßen sehen. Und das müssen wir nicht akzeptieren. Israel steht für Zivilisation. Die Palästinenser und ihr Widerstand stehen für die Barbarei. Und das unterstützen die Palästinenser im Gazastreifen zu 77%. Immerhin haben sie 2006 die Hamas zu 77% an die Macht gewählt. Und deswegen sind 77% der Gazianer selbst schuld, wenn sie sich ihre Henker selber gewählt haben. Vielen Dank für dein Statement. Ich finde, Deutschland ist ein christliches, abendländisches Land. Sollte auch so bleiben. Weder Islam noch Judentum. Leute, die hier sind, die sind jetzt hier um Gottes Willen. Aber mehr Zuzug seitens sowohl von Juden als auch. Und auch die Juden, die sind auch friedlich. Die tun auch kein was. Die können doch auch bleiben. Ja, aber bei denen weiß ich immer nicht. Schaut mal, die werden schon... Ich habe wirklich noch keinen Juden gesehen, der jemals irgendwer angegriffen hat. Warum auch immer. Aber die werden seit Tausenden gejagt. Das ist ein Problem mit Juden, verstehe ich nicht. Die werden seit Tausenden gejagt. Und schon immer gab es so ein paar Stereotype, die sich leider, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, bestätigen. Seien es, dass die immer wirtschaftlich sehr stark sind. Also so geschäftlich. Ja, aber was stört sich daran, dass die wirtschaftlich stark sind? Und das ist doch gut für die Wirtschaft. Ja, aber warte. Das sind ja dann so wirtschaftliche Sachen, die die nur so untereinander machen. Das ist ja nichts, was die dann dem deutschen Fiskus und so beitragen, sondern viel dann Kooperation mit den Amerikanern. Großfilmen wie Coca-Cola oder McDonalds dann sind das. Und diese Gelder landen aber nicht in deutschen Kassen. Ja, aber du gehst doch auch zu McDonalds. Und du trinkst doch auch Cola und mehr zum Mix. Ja, absolut, absolut. Also ich, wie gesagt, aber so viele Banken, Rockerpeller, Blackstone. Entschuldigung, Didi. Du möchtest doch nicht etwas sagen, nur weil die Juden ausgesprochen geschäftstüchtig, klug und fleißig sind und sich gigantische Unternehmen aufbauen, die über den ganzen Erdball verstreut sind, dass das ein Klischee ist, dass die Juden dann besonders raffgierig oder besonders in die Wirtschaft eindringen. Das ist ihr einziges Feld, in dem sie zu guter Recht erfolgreich sein dürfen. Warum gönnen wir das den Juden nicht, dass sie besonders fleißig sind auf diesem Gebiet? Es ist eine Schande, dass die Araber nicht in der Lage sind, eine funktionierende Wirtschaftsstruktur aufzubauen, die sie ebenso erfolgreich macht. Ich höre nur sozialen Neid. Ich höre nur Neid auf diese Gruppe. Dass über 300 Millionen einen Nobelpreis bekommen haben und nur acht Muslime bei zwei Milliarden Muslime den Nobelpreis bekommen haben, das ist eine Schande. Also Moslems, Arabs sind mir egal, aber weltweit wurden die ja schon immer seit Jahrhunderten, Jahrzehnten. Aber gut, okay, das wird jetzt auch ausschweifen. Und Kian, darf ich noch eine letzte Frage fragen? Würde ich mich auch verabschieden. Und zwar viele Moslems, die dann irgendwas Schlechtes im Islam erlebt haben, wenden sich dann komplett ab und sind dann immer so total anti-Islam. Und das liegt oftmals daran, dass die dann zum Beispiel, wie soll ich das jetzt sagen, homosexuell sind und dann von ihren, in Anführungsstrichen, Glaubensbrüdern des Islams verurteilt werden und diffamiert werden, degradiert werden. Oder dass sie, was gibt es noch für Gründe? Oder dass sie zum Beispiel in der Familie Gewalterfahrungen hatten. Oder von irgendeinem, wie nennt sich diese Gelehrten im Islam? Hodja, Iman? Wir haben alles Mögliche. Hodja, Scheich, Imam. Genau, von so jemandem, dass die dann mal physisch angegangen worden sind, also vergewaltigt worden sind. Und dann wenden sie sich immer ganz stark ab und erreichen dann aber das andere Extremum. Die sind dann so von voll pro-Islam, so auf einmal total anti-Islam. Nimm mal ein Beispiel. Irfan Peti, finde ich, ist so ein ganz aktuelles Beispiel für sowas. Kennt ihr den? Also, Irfan, ja, aber was ist das dann irgendwann falsch? Ich meine, Irfan, alles, was er macht, er bringt Quellen. Aber das war so ein Hardcore-Moslem, der hat so zu Islam gesprochen. Ja, er war Hardcore-Moslem. Und das ist die Wahrheit. Du kannst ihn nicht widerlegen, weil alles, was er sagt, er kann uns belegen. Naja, aber schau mal, bei Irfan ist eine andere Sache. Irfan ist wahrscheinlich als Christ geboren und aufgewachsen. Oder er ist als Muslim aufgewachsen. Er war Moslem, ja, albanischer Moslem. Wartet mal, wartet mal. Ich habe mit Irfan mehrere Livestreams gemacht. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn auswendig. Irfan ist in einem Klima groß geworden, in dem er keine Berührungspunkte mit dem Islam hat. In seiner Jugend hat er dann eine radikale Gruppe von Muslime getroffen. Und dann hat er sich für eine Zeit lang, für einige Jahre einer Al-Qaida- oder ISIS-Gruppe verschworen, hat irgendwie einen Anschlag geplant, ist dabei aufgeflogen, in den Knast gekommen und im Knast hat er sich geändert. Das war die ganze Geschichte mit Irfan. Ja, der war auf Faumann, stimmt. Irfan ist als Faumann, hat dann auch mehrere Leute dann überführt, die ebenfalls aus dem radikalen, aus dem fanatischen Lager waren. Und dann hat er seine Lebensgeschichte daraus geschrieben. Aber in seiner Kindheit war er kein devoter Muslim. Er ist erst dann in die Szene reingekommen, in seiner Jugend. Und dann hat er dort ein paar Jahre Mist gebaut. Und dann ist er wieder raus aus dem Islam, nachdem er geläutert war. Aber es gibt Muslime, die ihre Homosexualität versteckt haben und dann irgendwann ausgebrochen sind. Aber wenn du dann, Didi, wenn du mich damit meinst, ich habe intensive Forschung betrieben und dann bin ich aus dem Islam rausgegangen und dann habe ich den Islam entlarvt, aus meiner persönlichen Perspektive und kläre die Menschen da draußen auf, dass mit der Zuwanderung von Muslimen auch jede Menge Probleme in dieses Land kommen, die wir nicht gebrauchen können. Okay, verstehe ich. Also Irfan, aber schau, das war auch so ein Extremist. Der plant da irgendwelche Anschläge. Und ich verstehe das immer nicht. Immer die, die so extrem, extrem sind, wenden dann den Rücken zu, was auch richtig ist. Weil wenn die dann so krank drauf sind, dann lieber nicht irgendeine Religion. Ich halte sowieso von gar keiner Religion. Ich bin da Marxist. Ich sage, Opium für das Volk ist Religion. Nicht mehr, nicht weniger. Aber der Typ zum Beispiel war auch so einer, der war richtig krass. Und jetzt ist er so richtig anti. Und darf ich fragen, was war bei dir ausschlaggebend, dass du dann gesagt hast, okay, ich halte nichts mehr vom Islam. Weil du warst mit dem Bild vorhin, das warst ja du, ne? Du warst ja auch voll into, voll drin. Ja, ich habe eine theologische Ausbildung. Ich habe mein ganzes Leben lang als praktizierender Muslim gelebt. Ich habe zwei Moscheen in Berlin mitgegründet. Ich habe eine der judenfeindlichsten Demonstrationen in Berlin mitorganisiert. 15 Jahre lang war dort der Sprecher. Und ich habe viel, ich hatte Unterrichtsgruppen gebildet in meinen jungen Jahren, Unterrichtsgruppen, die wir über 5, 7, 8, 9 Jahre geleitet haben. Ich habe viele Funktionen innerhalb von Moscheen gehabt. Ich habe Vorträge gehalten und so weiter und so fort. Ich hatte vorhin jemanden hier im Livestream, den Abo-Fruchtzucker hieß der, Abo-Fruchtzwerg hieß der. Und der hat bestätigt, der kam aus meiner Vergangenheit und meinte, wow, ich habe dich jetzt gerade eben hier gesehen. Meine Güte, Kian. Ich habe mich mit den islamischen Schriften auseinandergesetzt in meiner größten kritischen Phase und habe festgestellt, dass ich nicht mehr an dieser Theologie festhalten kann, weil erstens diese Zweiklassengesellschaft für die Frauen, dann gibt es eine diskriminierende Religionspolitik gegenüber den Juden und den Christen und Andersgläubigen, dann die Gewaltsprache des Koran, das unmoralische Leben des Propheten Mohammed, die unmoralischen juristischen Erklärungen der islamischen Gelehrten. Und das alles hat mich dazu gebracht, dass ich dann faktisch den Islam an den Nagel gängt habe, 2017 und seitdem auch. Und da gibt es noch mehr von dir, wie dieser eine Hamid und diese pakistanische Frau, die auch. Ja, zum Beispiel Hamid Abdelkammel und so weiter. Das war die Erklärung zu dieser Situation mit meinem Austritt. Ich bin nicht rausgegangen, weil ich vergewaltigt worden bin von einem Imam, weil mich auch keiner angekrabscht hat. Ich habe auch keine homosexuelle Neigung. Ich bin heterosexuell. Ich habe zwei erwachsene Söhne. Ich bin rausgegangen, weil ich einfach es unzumutbar fand, dass der Islam für mich noch eine rechtleitende Religion sein soll. Ich verabscheue den Islam. Ja, absolut. Ich finde den Islam absolut abscheulich. Nachdem ich in seine ursprünglichsten Texte hineingeschaut habe, blieb mir nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, dass der Islam einer der diabolischsten und gefährlichsten Religionen auf diesem Erdball sind. Und das hat mich dazu gebracht, den Islam zu verlassen. Okay, ich verstehe. Vielen, vielen Dank für die Quatsche. Aber ich muss immer so viele Informationen wie möglich raushauen. Danke. Hätte ich mal ein bisschen schneller als andere. Okay. Ja, cool. Ich finde das super, dass du auch andere, auch der Abdullah zum Beispiel, war jetzt ja nicht so deine Meinung, also gleich. Und dennoch hast du ihn da oben gelassen. Finde ich toll, dass du auch so kritische Stimmen zulässt. Das mache ich in jedem meiner Streams. Echt? Ich diskutiere jeden Tag, stundenlang. Also was heißt jeden Tag? Ich kann es mir nicht leisten. Aber ich diskutiere, wann immer ich kann. Wenn ich einen Livestream aufmache, sage, ich habe sogar am Anfang gesagt hier im Livestream, Ich habe gesagt, Leute, ich hole eigentlich nie jemanden hoch, der mit mir gleicher Meinung ist. Echt? Jetzt immer so, okay, das ist cool. Das finde ich sehr, sehr stark. Und das dann echt auf jeden Fall. Immer. Ich will Leute haben, die nicht meiner Meinung sind. Und dann schauen wir uns in diesem Disput an, wer hat die besseren Fakten, die besseren Daten. Und ich versuche, und ich danke dir auch, weil du nämlich willig warst, nein, nicht willig, gewillt warst, Google aufzuschlagen und einfach mal zu gucken, ob das, was ich sage, auch der Wahrheit entspricht. Das machen die meisten Leute nicht. Wenn die Leute fragen, bring mal Beweis, dann sage ich, lese es, mach. Das ist der Vers, das ist die Stelle, schlag es auf und dann guck mal. Es ist wichtig, dass ich meinen Disput führe, manchmal emotional. Ja, ich war nun mal zu lange im Islam, 35 Jahre, ich bin jetzt 50. Echt? Oh krass, das sieht man nicht. Also auf dem Bild gar nicht. Das Bild hier ist ein paar Monate alt. Da bin ich stark. Ja, also, und ich bin 50 und ich habe mit 15 angefangen zu beten und in dieser Zeit, in dieser Zeit habe ich meine gesamte Jugend, meine gesamte Zeit, bis zu meinem 45. Lebensjahr war ich Muslim. Ich habe meine Söhne in diesem Geist erzogen. Die sind groß geworden in diesem Geist. Sind deine Kinder noch Muslime? Bitte? Sind deine Jungs noch Muslime geblieben? Nein, Gott sei Dank. Gott sei Dank nicht. Ich habe mit meinen Söhnen intensive Gespräche geführt. Ja, absolut. Ich freue mich. Mein jüngster Sohn hatte sich von mir abgewendet. Tony, der hatte sechs, sieben Monate lang, wollte mit mir nicht mehr reden, weil er ein sehr gläubiger Junge war. Aber dann hat er sich meinen Argumenten nicht mehr entzogen und dann war er aufgeschlossen gegen meine Argumente. Und dann sind meine Söhne tatsächlich eines Tages zu mir gekommen und haben gesagt, Baba, wir haben eingesehen, dass du mit deinen Argumenten recht hattest. Und das hat uns erschüttert. Und beide haben den Islam verlassen und leben heute ein gutes, weit weg vom Islam glückliches Leben. Super. Das ist befriedigend, ehrlich, das zu hören. Das ist gut. Absolut. Ich habe meine Söhne gerettet, bevor aus denen vielleicht irgendwelche Folgen waren. Das ist sehr, sehr schlimm. Wenn die eigene Familie darunter leidet, ist es sehr schlimm. Absolut. Wobei meine Ex-Frau ist natürlich noch eine strenge Muslima geblieben und die kann das natürlich nicht verkraften. Ich bin dann, bist du mit dem Elia Nathan nicht auch gestern oder vorgestern in einem Stream gewesen? Elia Nathan, nachgedacht heißt er. Ja, 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 ja. Also ich kenne Elia, der ist ab und zu, ich bin ja Vorsitzender der Bürgerbewegung Pax Europa und der Michael Stürzenberger. Wir gehen ja oft auf die Straße, machen dort Islamaufklärung auf der Straße und der Elia war öfters mal dabei, deswegen kenne ich ihn. Aber das war Zufall, dass wir aufeinander getroffen sind im Löwenherz, seinem Stream. Ah ja, genau da war das. Ja, du erinnerst dich. Genau. Was sagst du von Amir, Ex-Moslim? Wer? Amir, den kennst du auch, oder nicht? Sagt mir gar nichts, muss ich ehrlich gestehen. Ja, der ist auch Ex-Moslim, er macht auch Aufklärung gegen den Islam. Den habe ich noch nicht. Der mit dem Bad. Er ist auch Hiraner. Ach so, hier ist Mr. Big Remy. Mr. Big Remy, du kannst gerne hochkommen und dann sage ich dir, wie viel ich verdiene. Also der Mossad, nein, brauchst nicht hochkommen, das ist sowieso ein doofes Gespräch. Der Mossad bezahlt mir 4.000 Schäkel. Und der Verfassungsschutz, der bezahlt mir, glaube ich, 3.000 ungefähr in der Richtung. Der CIA bezahlt mir auch Geld, aber wirklich nur, wenn es um proamerikanische Propaganda geht. Da müsste ich dann den Topic aufmachen für Amerika und dann bezahlen die mich. Also insgesamt bekomme ich jede Menge Geld und ich ruhe mich richtig auf der Kohle aus, um den unschuldigen, armen Islam und die armen Araber fertig zu machen. Okay? Gut. Alles klar. Also, das sind so die Vorwürfe. Das ist das, was ich meine, Didi. Wenn Leute hoch, wenn Leute in meinem Chat sind und sagen, er muss bezahlt sein. Er war nie Muslim. Er hat einen schwachen Glauben gehabt. Oder er tut nur so, als wenn er Muslim ist. Die Muslime leben in ihrer kleinen Echokammer und in ihrer Schutzbubble. Und in dieser Schutzbubble fühlen sie sich natürlich zu Hause. Aber dann kommt plötzlich ein Kian, so ein gigantischer Kian, der den ganzen Horizont verdeckt. Und dann streckt der Kian einen Finger aus und bohrt ein Loch in ihre Bubble. Und dann sagen sie, verdammt nochmal, jetzt wird es ungemütlich, jetzt müssen wir raus aus der Bubble. Das ist es, wenn wir Ex-Muslime Narrative in ihren perfekten Koran, in ihren perfekten Islam und in ihren perfekten Gott reißen. Dann werden sie sauer. Und das ist eine normale Reaktion. Das sind kleine Kinder, die Muslime. Ja, das ist ganz normal. Sie hat sich entstummt. Sie hat sich doch selber entstummt, oder? Bitte? Sie hat sich entstummt. Öh, gestummt meine ich. Ja. Die, die, die bist stumm. Ja. Ja, also Didi hat sich selber stumm gemacht. Ich habe sie nicht stumm gemacht. Ich habe sie. Der Kommentar meinte, du hast es. Ich habe das nicht gemacht. Ich kann das gar nicht. Ich kann, ich habe keinen Einfluss auf. Ich habe keinen, ich habe keinen Einfluss auf. Ich habe keinen Einfluss auf Didi. Ich muss mal kurz gucken. Ja, ich weiß gut. Moment. Ich gehe mal kurz gucken. Ich habe, ich habe sie nicht. Nein, sie muss sich selber entstummeln. Sie hat sich selber genotet. Sie muss sich selber entstummeln. Didi, bist du noch da? Du musst auf das Mikrofon drücken. Du musst das Mikrofon wieder aufmachen. Und vielleicht ist sie beschäftigt. Wer weiß, vielleicht ist sie auf Toilette. Ja, möglicherweise hat sie auch einen Anruf bekommen. Ich habe sie nicht, ich habe gar nicht angefasst. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Tatsache ist. Hä, warte mal. Ach so. Die, die gesagt, gerne. Warte mal. So, warte mal. Moment, das kann auch ein Softwarefehler sein. Wenn Didi noch mal hochkommen will, kann sie gerne noch mal hochkommen. Ist überhaupt kein Problem. Ja, ist vielleicht rausgefunden wegen Internet. Wer weiß. Ja, das kann sein. Manchmal hängt das auch. Das passiert und das ist ganz normal. Warte mal. Oder wenn ihr Internet schlecht ist, kann sie auch rausgelegen. Nein, sie kommt wieder hoch. Das war ein Softwarefehler. Das passiert, wenn man hier fünf, sechs Stunden streamt, dann passiert das. Kann sein, stimmt. Ah, mein bester Freund. Ich war traurig. Mir war doch eigentlich alles gut. Wieso? Nee, 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 nee. Ah, hier kommt der nächste. Kalle sagt, du bist ein Jesid. Okay, jetzt kommt der nächste Vorwurf. Schaut doch mal, wie sie die, könnt ihr jetzt verstehen, warum die Jesidik den Islam hassen. Was das heißt? Jesidis sind eine Religionsgruppe, die auf Roten steht. Und die befinden sich zwischen Irak und Syrien und Schweiz. Rotanien. Richtig. Und diese Leute wurden vom IS brutal abgeschlachtet. 40.000 jesidische Frauen, weil die teilweise sehr hübsch und sehr hellhäutig sind, mitten im Nahen Osten, wurden sie vom IS verschleppt. Heute vermissen die Familien immer noch 40.000 Frauen, wo sie nicht mehr wissen, wo die sind. Verschleppt in die Sexsklaverei. Wahrscheinlich verkauft nach Saudi-Arabien. Ja, Islam ist Frieden, Islam ist Frieden. Genau, Islam bedeutet Frieden. Und, genau. Kian, Kian. Ja, bitte. Oh, Löwenherz, mein Lieber. Grüß dich, mein Bestes. Hi, hi. Ich habe meinen Stream tatsächlich beendet. Es war sehr spannend. Es war sehr spannend tatsächlich. Am Ende hatten wir eine Jüdin drin, das muss ich ganz kurz erzählen. Okay. Die einfach sehr traurig war, geweint hat und gesagt hat, was einfach gerade passiert und dass sie Angst hat, auf die Straße zu gehen, zur Uni zu gehen. Und das war wirklich sehr emotional. Und was ich dann einfach gesehen habe, was mich sehr erschrocken hat, dass in den Kommentaren so viel Hass ihr entgegengebracht worden ist. So viel Abneigung. Und da hat man einfach gesehen, wie unmenschlich sich einfach manche Menschen verhalten, wie ekelhaft manche Menschen anderen Menschen gegenüber sind. Ja. Und dass diese Ideologie, diese von radikalen Islamisten einfach so ekelhaft, einer so lieben jungen Frau, die einfach so lieb und nett gesprochen hat. Hier, guck mal, Mido schreibt hier zum Beispiel, ich lüge. Nein, Mido, ich lüge nicht. Es ist einfach sehr, sehr traurig. Und es bestätigt einfach alles, was Kian immer sagt, was ich immer sage, dass es komplett richtig ist, diese Arbeit zu machen, wichtig ist, diese Arbeit zu machen, weil es darf nicht mehr sein, dass in Europa oder irgendwo anders auf der Welt Juden Angst haben müssen, vor die Tür zu gehen, auf die Straße zu gehen. Das ist absolut ekelhaft, wie sich manche Menschen verhalten. Ich werde jetzt auch runtergehen, weil ich gehe jetzt ins Bett, aber ich höre dir noch gerne zu, Kian. Ich danke dir für deine Arbeit. Ich möchte, er wollte nur ganz kurz fragen, ob du mich zum Mod machen kannst. Machst du ja, hast du ja letztes Mal gesagt. Ja, klar, unbedingt. Genau. Und tatsächlich, Kian, würde ich mich freuen. Ich höre dir jetzt noch ein bisschen zu, wenn du ein paar kritische Stimmen hochholst, weil das immer ganz schön ist, wie du sie argumentativ auseinander nimmst. Ja, also ich bin schon super lange dabei. Ich, sag mal, hast du zufällig Kontakt zu dieser Jüdin? Glaubst du, sie kann vielleicht nochmal hochkommen oder war das schon von ein paar Stunden? Ähm, ich glaube jetzt nicht, jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich werde dir mal, also ich habe jetzt gerade keinen Kontakt, weil ich hatte sie, ich habe aber, werde sie mal anschreiben bei TikTok. Weil ich habe sie als Freundin quasi, also ich habe das Plus geklaut. Genau, vielleicht kannst du mal sagen, hey, der Kian, der würde dich auch gerne hochholen. Dann kann sie bei mir auch. Ja, wenn sie drin ist, ich glaube nicht, dass sie drin ist, weil sie dich tatsächlich glaube, ich weiß nicht, ob sie dich kennt, ich kann das nicht sagen. Ähm, aber tatsächlich, ähm, würde ich das so einrichten, dass wir entweder nächstes Mal ich sie einfach zu mir hole und du dann sowieso bei mir Gast bist, oder umgekehrt. Dann bin ich dabei. Genau, oder umgekehrt, ich hole die nächste Mal, ich nehme den Kontakt mit ihr auf und, ähm, würde dann hier mit ihr reinkommen. Das können wir natürlich auch so machen, das ist auch kein Problem. Löwnis, Löwnis, Bruder, jetzt pass auf, guck mal, schau, das Bild zeigt sich mal alleine, die Synagogen müssen von Polizei bewacht werden, wegen des Dingen. Das ist einfach traurig, das ist einfach schrecklich. Aber nicht die Moscheen, weil unsere Bürger sind immer wahnsinnig. Genau, 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 das wollte ich sagen. Und ich möchte das ganz kurz abschließen, Toni, ganz kurz, Toni, ich muss ins Bett. Toni, Sekunde, dann kannst du weiterreden, Toni. Toni, ich muss ins Bett, deswegen, ich möchte das ganz kurz abschließen mit ein Worten, die das ganz leicht erklären, ein einfaches Beispiel. Wenn ich mich als Christ, Atheist oder was auch immer auf die Straße stelle, über den Islam rede, muss ich um mein Leben fürchten und es dauert keine zehn Minuten ohne Polizeischutz, dann würde ich körperlich angegriffen werden. Umgekehrt würde ich mich als Muslim auf die Straße stellen und über das Christentum, Judentum oder was auch immer reden, es wird einfach gar nichts passieren, weil es kein Schwein interessiert oder die Leute so friedlich sind. Und genau das ist das Beispiel, warum diese Ideologie so gefährlich ist, warum der Islam so gefährlich ist und einfach grausam ist. Und das ganz einfach erklärt. Genau so ist es. Kian, ich wünsche dir einen schönen Abend. Recht, herzlichen Dank. Toll, dass du da gewesen bist, Löwenherz. Jo, gute Nacht. Geh schlafen, mein Lieber. Jo, ciao. Ja, also, das sind alles Fakten. Das sind alles Fakten. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin gestern, ich habe mir extra so Israel-Anstecknadeln gekauft und habe das an meine Jacke gemacht. Und dann habe ich mich in die U-Bahn gesetzt und bin zur Arbeit gefahren. Und dann ist mir aufgefallen, was für üble Blicke ich bekommen habe. Gegenüber saß einer von mir, von dem habe ich die ganze Zeit gedacht, dass er in seiner Tasche irgendwie irgendwas rausholt, ein Messer oder so, und mich dann aufschlitzt. Der hat ein nervöses Zucken bekommen, hat mich die ganze Zeit angestarrt. Du musst aufpassen, Bruder, Kian. Und dann hat er seine Hand unter seine Tasche getan. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, der Typ, der hat sich schon vorbereitet auf einen Juden, den er da sieht, und denkt vielleicht, ich bin Jude. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, Junge, wie müssen sich Juden in Europa fühlen? Die haben das ständig, die leben das ständig. Absolut, absolut. Und ich will das nicht. Ich möchte, dass die Juden, sie sind eine Bereicherung in der Kunst, in der Kultur, in der Musik, sie sind in der Wirtschaft eine Bereicherung, sie sind auf allen Ebenen, sind sie eine Bereicherung. Aber die meisten muslimischen Migranten, die sind kein Pfifferling wert. Keinem Pfifferling. Außer, dass sie extremistische Ideologien mitbrühen. Wir können eingestanden bleiben, ehrlich. Und all diese anderen Bullshit. Okay. Hast du das? Und ich finde das auch so schlimm, dass das erst... Ich finde das auch so unfassbar beschämend, dass gerade in Deutschland da auch nichts gemacht wird. Ich finde das sowas von unglaublich peinlich. Ich meine, ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, dass wir jetzt da in irgendeiner Schuld stehen. Also zumindest meine Generation jetzt. Ich habe mit dem Zweiten Weltkrieg nichts zu tun gehabt. Ich empfinde das schon für meine Pflicht, zumindest darüber aufzuklären und selber dafür zu sorgen, dass das nicht mehr passiert. Aber schuldig fühle ich mich nicht. Aber ich habe heute auch in TikTok wieder ein Video gesehen, wie jemand mit einer großen Israel-Fahne in Deutschland rumlief mit vier Polizisten hinterher. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Nein, habe ich nicht gesehen. Da mussten vier Polizisten hinterherlaufen. Was würde denn passieren, wenn er eine Palästina-Flagge da rumgeschwenkt hätte? Der hätte sich wahrscheinlich da mit Kuchen und Törtchen da vollstopfen können, die ja da überall zugeschmissen sind. Ja, keiner macht ihm was. Ja, eben. Das ist unfassbar. Und was ich auch so heftig finde, ist auch, dass die linke Bubble teilweise, dass die so extrem Palästina unterstützen, das Grat aus der linken Ecke, die immer so gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und so weiter vorgegangen sind, dass man jetzt aus dieser Ecke wirklich so einen richtigen Antitionismus und Antisemitismus entgegengebracht bekommt. Das finde ich irgendwie, finde ich sehr, sehr befremdlich. Der liebste Ungläubige der Muslime ist Adolf Hitler. Ja, ganz genau. Das hört man inzwischen so oft. Das hat ja auch der Abu Chaka, glaube ich, hat das jetzt ja auch nochmal gesagt, dass er sich Hitler wieder wünscht. Klan heißt doch einer sogar Rommel, benannt nach dem Erwin Rommel. Einer der Söhne von irgendeinem Klan-Mitglied in Berlin heißt tatsächlich mit Vornamen einfach Rommel. Das fand ich schon krass. Ich habe eine Frage. Du hast mir das vorhin, glaube ich, beantwortet, aber ich war ja gestummt, oder da war ja dieses Problem, und deswegen habe ich nichts mehr gehört. Was hattest du eigentlich, ich will den Namen nicht wieder nennen, weil die Person ist ja nicht im Stream, aber du weißt, wen ich meine. Was hast du eigentlich dazu gesagt gehabt, oder du, Toni, zu dem Typen, den ich euch gefragt habe, wieso so ein Video rauskommt, aber er im Stream so spricht, ob das eine Verarsche ist, oder was jetzt wahr ist, was nicht? Ich weiß nicht mehr genau, was du meinst. Meinst du wegen Irfan? Nein, okay, dann sage ich den Namen nochmal. Elia Nathan, der mir und Kian... Ja, und der ist doch eigentlich angeblich ein Christ, so habe ich es richtig verstanden, ne? Nicht angeblich, der partei ist ein Christ, ja. Ja, aber schaut, dann wundert es mich, heute ist ein Video gekommen, da spricht er voll gegen das Christentum. Nein, nein, Moment kurz, Moment kurz. Da war ein Problem, Moment kurz, du kennst die Hintergeschichte nicht. Er hatte Schwierigkeiten mit seiner muslimischen Frau und seiner Tochter. Der war unter Druck, wegen seiner Frau. Seine Frau hatte Schwierigkeiten, also hatte was mit einem Moslem, und das ist seine Geschichte, und das ist mit dieser Sache, und da hat er irgendwas versucht, um seine Tochter zurückzugewinnen, und hat so getan, als ob er ein Moslem ist, dass er Informationen holt, dass er sein Kind wieder daraus holen kann. Aber da ist kein Moslem geblieben. Das war nur ein, wie heißt es, ein Trick, sage ich mal, dass er seine Tochter daraus gewinnt. Und Gott sei Dank ist ihm das auch gelingt. Er hat seine Tochter auch wieder zurückbekommen, und der Mann, dieser muslimische Typ, mit seiner Frau, der ist gestorben nach einer Zeit. Ach krass, okay, also war der dann kurzzeitig, oder hat nur so getan, als ob er Moslem ist, aber eigentlich... Er hat nur so getan, aber in seinem Herz, er war kein Moslem. Das ist ein alberner Spiel. Das war nur eine Taktik, nur eine Taktik war das. Aber das ist eigentlich dann nicht gut, dass man so gegen das Christentum öffentlich redet. Das ist schon ein bisschen komisch, diese Methode. Er hat auch nicht wirklich gegen das Christentum was gesagt. Er hat nur was gesagt, wegen der Sache, wegen seiner Schrift, die eigentlich schon Sinn ergibt. Aber das war nichts Großartiges, was er da genommen hat. Das war nur als Täuschung. Okay. So, jetzt haben wir einen Anhänger des palästinensischen Widerstandes, Mido hier. Ich kenne dich ja schon von Löwenherz. Bitteschön. Schönen guten Abend in die Runde. Ja, Salud. Ja, ich wollte dich vorhin was fragen, aber es hat sich, glaube ich, erledigt, weil du hast ja was von zwei Söhnen erzählt und da wollte ich fragen, wie du reagieren würdest, wenn einer deiner Söhne dann kommt, ey, sagt, hey, Papa, schau mal, ich glaube, ich bin Muslim geworden oder so, aber du hast ja gesagt, das ist aktuell nicht so. Wenn meine Söhne kommen und sagen, sie sind Muslim, verstoße ich sie. Nein, Quatsch. Wenn meine Söhne kommen und sagen, wir haben uns korrigiert, ich glaube an Allah, dann sage ich viel Glück damit und dann ab durchs Leben damit. Und noch was zu Didi, weil sie gerade gesagt hat, ich finde es nicht in Ordnung, wenn man öffentlich gegen das Christentum redet oder debattiert. Das ist aber ein Widerspruch. Warum nicht? Ich meine, ihr macht das doch das Gleiche gegen Islam. Warum nicht auch gegen Christentum oder andere? Ich meine, es ist normal. Bei Ihnen hat sich eine Frage gewundert. Klar, ich bin gar kein Schell von Religion, nicht falsch verstehe, zumindest ist es jegliche Religion Gift für die Menschheit und für zu kriegen und so. Also ich bin nicht so der Fan von, aber er ist immer in den Streams pro Christentum, extrem sogar. Und deswegen hat es mich voll gewundert, dass dann so ein Video kommt, wo er extrem dagegen spricht und dann dachte ich mir, okay, ist der so ein Manipulator? Was ist er? Das hat er mich nur gewundert. Sowas kann nach hinten losgehen, wenn man sowas macht. Das ist nicht klug, wenn man einmal sich als Christ ausgibt und einmal als Muslim und seine privaten Probleme auch dann in Livestreams einbaut. Das ist keine kluge Sache von Elia. Überhaupt nicht. Dann muss er das Ganze predigen. Und das ist das Bedürfnis von Leuten, die Baptisten oder evangelikale Christen sind, dass sie immer das Bedürfnis haben, anderen Leuten zu sagen, komm, du musst auch zum Christentum kommen. Kann Elia nicht einfach sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und erst mal seine Familienprobleme in Ordnung bringen und dann wieder zurückkommen? Ich verstehe nicht diese Spielchen. Das sind komische Spielchen, mit denen ich nicht viel anfangen kann. Auf jeden Fall, Elia ist nicht da. Er kann sich nicht rechtfertigen. Und ich unterhalte mich nicht gerne über Leute, die nicht da sind. Das betrifft Irfan und Elia. Deswegen, beide sind nicht da. Und wenn beide da wären, könnten sie sich erklären. Und deshalb würde jetzt alles, was wir über die beiden sagen, in reine Spekulation münden. Und das muss man nicht machen. Und deshalb, also lassen wir jetzt mal die beiden jetzt komplett aus. Wir haben jetzt hier den Mido, der den Staat Israel nicht akzeptiert. Richtig, Mido? Nein, nein, das habe ich Ihnen nie gesagt. Akzeptierst du den Staat Israel, das Existenzrecht Israels? Absolut. Absolut. Ja, nein, ich kann dir auch den Hintergrund erzählen. Wir haben mal geredet. Und du weißt ja, ich bin ja Kurde, kurdische Russe. Und du kennst ja die kurdische Geschichte, die Unabhängigkeitsbestrebungen, der lange Kampf, die lange Unterdrückung. Deswegen verstehe ich auch deine Motivation oder deine Enttäuschung von den Muslimen. Es gibt eine Enttäuschung, Mido. Bevor du solche Sachen sagst, muss ich die Begrifflichkeiten in Ordnung bringen. Ich bin nicht enttäuscht. Ich habe schlichtweg die islamischen Quellen studiert und dann habe ich gesagt, die sind Müll. Und dann bin ich gegangen. Ich bin nicht enttäuscht. Ich habe ein wunderschönes islamisches Leben gehabt. Ich war integriert in eine gigantisch große islamische Gemeinschaft. Ich hatte vorhin jemanden hier im Livestream, der mich noch aus meiner früheren Zeit kannte. Und ich hatte eine gute Beziehung zu ihm gehabt. Und jetzt haben wir uns nach acht oder neun Jahren das erste Mal gesehen. Also über den Chat hier. Ich habe eine fantastische Zeit gehabt. Ich habe meine Religion geliebt. Ich habe es genossen, islamische Arbeit zu machen. Ich habe es genossen, unter der Muslime zu sein. Ich habe es genossen, meine Familie nach den islamischen Prinzipien zu erziehen. Ich war nicht enttäuscht. Ich bin nicht deprimiert oder krank oder lag für drei Wochen in der Klinik oder so. Ich habe den Islam objektiv studiert und habe gesagt, das ist Unsinn. Und dann bin ich gegangen. Aber ich war nicht enttäuscht. Ich war verwundert über das, was ich in dem Islam gefunden habe. Das reicht. Ich bin kein Psychopath. Ja, und in meinem Fall, wie gesagt, da verstehe ich die Unabhängigkeitsbestrebungen, wenn die Mehrheit eines Volkes die Unabhängigkeit wünscht, wie die Kurden oder Panesnenser, Israelis oder Katalanen, dann würde ich nie dagegen sein. Nie. Also ich habe nicht das Recht dazu. Wenn die Mehrheit eines Volkes das will, dann 100 Prozent unterstehen. Okay. Du weißt schon, dass ich dir gesagt habe, dass es kein palästinensisches Volk gibt. Es gibt keine Palästinenser. Historisch nicht, gegenwärtig nicht. Es ist ein erfundenes Volk. Fake Volk. Es gibt Araber, die dort leben. Das sind ursprünglich Transjordanier, Syrer oder Ägypter. Aber ein Volk namens Palästinenser, mit dem man als Volk bezeichnen kann, denn zum Auszeichnung eines Volkes gehört, dass dieses Volk Merkmale hat, die sich von einem anderen Volk unterscheiden. Dann nenne mir ein Merkmal, ein gravierendes Merkmal, das sich unterscheidet von anderen, den umliegenden arabischen Völkern, die dort leben. Gibt es nicht. Dass die Araber sich sehr ähneln. Nein, die Araber ähneln sich sehr. Die sind ja praktisch. Naja, diese Staatlichkeiten, die Syrien, die Libanon, die gab es ja früher nicht. Die Staaten kamen später. Früher war das so eine Art, Belad al-Sham, hier hieß es früher. Deswegen hieß es, sagt man, Salah ad-Din Ayyubi war damals der König von Ägypten und Syrien. Aber Syrien war damals mit Libanon, mit Palästina, mit Jordanien und so weiter. Und so fort. Oder da stimmst du mir zu. Zwei zusammengefügt. Und die Staaten kamen ja selber, dann später mit dem Nationalismus oder wie auch immer. Keine Ahnung, ich bin auch kein Experte. Verzeih mir so. Und sei es drum, am Ende der Geschichte, 1948, waren diese Palästinenser, oder wie du die auch nennst, waren ja da, zusammen mit den Juden. Dann wurden, da kamen immer mehr Juden durch die Europa-Flüchtlinge, et cetera, die Migration vom Zionismus, et cetera, wurden immer mehr Juden. Es ist egal, die kennen die Geschichte. Dann wurde Israel gegründet, dann gab es Kriege, Araber haben versagt, und so weiter und so fort. Es geht ja um hier und jetzt. Die Illusion der Palästinenser oder Araber zu sagen, wir wollen ganz Israel zurück, oder die Juden ins Meer schmeißen. Ich meine, die sind ja da. Wir können ja nicht sechs, sieben Millionen Juden irgendwie, keine Ahnung, über den Haufen werfen. Die sind ja da. Das geht ja nicht. Es wird gesellschaftlich nicht gehen, politisch nicht gehen und militärisch nicht gehen. Stimmst du mir zu, oder? So sieht es aus. Also, was ist die beste Lösung? Zwei-Staaten-Lösung? Es muss zwei Staaten, weil man muss den Widerstand, also beziehungsweise die Legitimität, nehmen wir mal an, dass die Gruppierung des späteren Palästinens-Staates nehmen, jemals wieder eine Kugel in Richtung Israel zu schießen. Nehme mal, wir haben jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung jetzt, von mir aus auch mit Hamas zum Beispiel, die regieren dann den neuen Staat. Jerusalem wird, sagen wir mal, geteilt oder unabhängig wie Vatikan, ja, zum Beispiel, weil drei Religionen haben ihren Platz sozusagen, nur, sagen wir mal, Christentum, Islam und Judentum, alle zusammen. Meiner Meinung nach am besten unabhängig, so wie Vatikan, etc., oder UNO, wie auch immer. Und wenn der zweite, wenn der palästinensische Staat existiert und die Regierung oder die Armee, sei es Hamas oder wer auch immer, hat dann kein Recht mehr, kein Recht mehr, eine Kugel Richtung Israel zu schießen, weil der Staat ist ja vorhanden. Dann würde nicht Israel, die Hamas oder wer auch immer bombardieren, sondern dann würden sogar Ägypten und Nordanien diese Leute bombardieren. Nido, du kannst doch nicht in den Ernst, das jemals funktionieren. Nido, das wird niemals funktionieren. Guck mal, ich sag das mal verallgemeinert, die Araber, die haben schon fünfmal aktuell, haben die eine, zwei Staaten Lösung abgelehnt. Nein, das stimmt nicht, das kommt doch nicht gang. Das ist ein zigmal passiert. Sie haben angeboten ohne Jerusalem, ja, aber das geht um Jerusalem öfters leider. Da steht auch viel Politik dahinter. Guck mal, ihr trefft auch nah dran. Es wurde denen auch aus Jerusalem angeboten, das gab es in der Vergangenheit auch schon, das haben die auch abgelehnt. Ja, das war ungewollt, das war nur... Guck mal, ob es Abafat oder sonst irgendwer war. Man muss wirklich unterscheiden zwischen wirklich wollen oder planen die nächsten Jahre. Ja, was soll das denn sonst sein, außer für die nächsten Jahre zu planen? Natürlich wollen die das nicht. Und ich bin auch der Letzte, der jetzt jedem Palästinenser unterstellen würde, dass er für die Ausrottung des israelischen Volkes oder des israelischen Staates irgendwie steht. Das würde ich den niemals allen unterstellen. Aber es wird doch schon vollkommen ausreichen, was das Beispiel, was du eben meintest, dann hätte die Hamas ja kein Recht mehr oder keinen Grund mehr, da jemals noch eine Kugel oder eine Rakete Richtung Israel zu schießen. Das reicht doch vollkommen aus, wenn sich da wieder irgendeine Extremistengruppe bildet, die das eben doch wieder tut. Und man wird von Israel nichts verlangen können. Und da bin ich auch 100 Prozent dahinter. Bin gleich fertig. Es ist doch klar, dass das eine Aktion und dann ist und worauf wieder eine Reaktion eben folgt. Es wird niemals passieren, das ist ja auch, auch wenn es schon passiert ist, aber es wird niemals in naher Zukunft passieren, dass es Israel einfach akzeptiert, wie jetzt eben mit dem Festival zum Beispiel, dass sie einfach sagen, gut, ihr habt unsere Leute abgeschlachtet, okay, wir machen mal lieber nichts. Es wird immer eine Reaktion folgen. Stimmt. Deswegen meinte ich ja, wenn sowas entstehen sollte, ja, wie gesagt, sollte, muss man das natürlich auch mit Festlegen, mit Verträgen und alles. Bei Saudi-Arabien hat ja Verhandlungen... Mit Verträgen, also komm. Nee, nee, ich meine Staatsverträge. Ich rede ja nicht von mir, sondern ich rede, wie gesagt, von Hass. Der Hass auf die Juden, seit 1400 Jahren ist der Hass auf die Juden. Im Islam gibt es keinen Juden-Hass, Punkt. Aber im Islam gibt es keinen Juden-Hass. Du weißt, dass das steht, Mido. Bist du dir ganz sicher, dass es keine Juden-Hass sind? Schau mal, schau mal, ich sag dir ein, sag dir ein. Mido, fang nicht schon wieder damit an, Jan, warte doch, Jan, bitte. Ich habe dir 100 Koran-Verse gezeigt und noch mal so viele Hadithe, die den Islam sehr schlecht aussehen lassen in Bezug auf die Juden-Hass, Jan. Sure 5, Vers 60, Sure 5, Vers 66. Reicht völlig aus, um den Koran als eine judenhassende Religion darzustellen. In Sure 5, Vers 60 werden die Juden als Affen und Schweine bezeichnet. In Sure 5, Vers 66 sagt der Koran, dass die Juden verächtliche Affen geworden sind. Dann hat der Prophet Mohammed gesagt, und das wird von Abu Huraira überliefert, dass man die Juden und die Christen nicht zuerst grüßen soll, sie sollen einen zuerst grüßen. Oder mit dem Stein, Kian, wo der Jude sich hinter dem Stein versteckt. Ja, das ist ja die berühmte... Ihr redet von Sachen, von Kriegszeiten. Der jüngste Tag wird nicht kommen. Aber ihr redet ja von Kriegszeiten. Das ist ja von Erzählungen. Aber das ist doch über 1000 Juni. Aber eine andere Frage. Hier eine andere Frage. Juden-Hass, wenn ich so verstehe, wenn ich denke, okay, ich hasse Juden zum Beispiel, ja, dann müsste ich doch die jüdische Religion beleidigen, die Tora beleidigen, die Propheten beleidigen, oder? Andere tun das doch, deine Leute tun das doch praktisch. Du bist nicht der Barstab, nur weil du das nicht tust. Die Muslime, ey, die Muslime sind doch praktisch, wenn man es so genau nehmen will. Halbe Juden, die haben nur denselben Prophetenstamm. Nein, nein, stimmt nicht. Ich sage keine halbe Juden. Sieben nicht. Glauben Sie Muslime nicht an Moses? Glauben Sie Muslime nicht an Moses? Ja, und das interessiert aber keinen. Trotzdem ist Mohammed kein Problem. Das stimmt nicht. Ist Mohammed auf der Linie von Isaac? Guck mal, sogar dein eigener Koran sagt, dass Gott seinen Bund mit Isaac gemacht hat. Aber okay, das ist Kians Stream. Das ist nämlich genau der Punkt, weil wir brauchen keine andere Religion, um den Islam zu entlarven. Surah 5, Vers 51. O die, ihr glaubt, nehmt euch nicht die Juden und die Christen zu Freunden oder zu Beschützern. Sie sind einander Freund und Beschützer. Und wenn ihr euch gegen das wendet, oder dreht, so eine sichere Heimat einfach gibt und da halt wirklich einfach nur auf Stimmenfang geht. Und was ich bei der AfD aber halt nicht verstehe, dass die das nervt und dass es viele Leute nervt, wie das momentan läuft. Wie gesagt, bin ich absolut dabei. Sehe ich auch so. Sehen auch viele Schwulen und Lesben und Bi und Trans und so weiter auch so. Da kenne ich genug. Aber was ich halt wirklich nicht, was die AfD halt wirklich, finde ich, falsch macht, die sagen ja immer, das macht nur irgendwie, das betrifft ja nur 0,2 Prozent oder sowas in Deutschland. Aber was sie total vergessen, dass das wirklich so eine Art Jugendbewegung ist. Ich habe ja beruflich auch sehr viel mit 16, 17, 18-Jährigen zu tun. Und das ist ja nicht nur einfach so ein, das ist ja nicht nur so ein Safe Space, wo sich jetzt nur Schwule und Lesben und Transmenschen oder sowas tummeln. Das ist halt so eine richtige Bewegung halt irgendwie. Und die stehen halt einfach so für Offenheit und so weiter. Und die haben halt viel, viel mehr Supporter, die das eigentlich überhaupt nicht betrifft. Da gibt es ja auch viele Spinner, die sich schon als Fuchs identifizieren und diesen ganzen Kram. Aber diese Leute verschrecken die halt wirklich einfach. Ich war letztens noch in einem Live hier in TikTok mit jemandem drin, der halt auch sehr, also auf der einen Seite schwul und halt sehr, ja auch sehr weiblich und läuft auch manchmal so als Frau rum und so weiter. Und würde ich das nicht wissen, ich würde sofort denken, okay, ist wirklich eine Frau. Und mit dem habe ich mich letztens auch lange über dieses Thema auch unterhalten. Und er sagte auch, wenn er irgendwo in der Bahn oder sonst irgendwo angegriffen wird, angefeindet wird, das ist immer von Muslimen. Und er sagt selber auch, er war lange auch in dieser Szene drin, LGBTQ, und er sagt selber, er versteht das einfach nicht, wie Leute das dann auch noch so unterstützen können. Wie die dann, wie die auch noch mit Free Palestine, Flaggen da rumlaufen und da drunter eine Regenbogenfahne. Das sind doch die ersten Leute, die von denen die Köpfe runtergeschnitten bekommen. Das kapieren die nicht. Und ich finde allein, wenn das mehr so in den Köpfen von dieser Bewegung auch ankommen würde und sich die AfD nicht so komplett dagegen sträuben würde, ah, LGBTQ, alles scheiße. Ich glaube, die würden einen riesengroßen Satz nach vorne machen können. Das verstehe ich bei denen nicht. Aber im Grunde genommen, im Grunde genommen, im Grunde genommen verstehe ich nicht, warum das nicht möglich sein soll. Alice Weidel ist selber lesbisch. Eben, ja. Ja, und sie ist mit einer Sri Lanknesin zusammen, also mit einer extrem dunkelhäutigen Frau. Ja. Und ich meine, sollte das nicht Zeichen genug sein, dass die AfD im Grunde genommen überhaupt nicht die Tür vor der Nase der Leute dazu schlägt? Ja. Ja, aber weißt du, die Sache ist ja nie, das ist ja ein Unterschied, ob man halt wirklich nur lesbisch ist oder ob man quasi hauptberuflich irgendwie LGBTQ-Community-Mitglied oder sowas ist. Ja, es geht darum, es geht darum, weißt du, es geht nicht um, für mich geht es nicht um homosexuelle Menschen. Es geht nicht um bisexuelle Menschen für mich. Wenn jemand so ist, dann ist das so. Was soll ich dagegen kämpfen? Soll ich Dschihadi spielen und diese Leute vom höchsten Dach, vom höchsten Gebäude der Stadt schmeißen? Nein, geht nicht. Das Problem ist, dass mit der LGBTQ-Mitglied, da kommt ein Haufen Bullshit mit dazu. Ja, da gebe ich dir recht. Und das ist das, was wahrscheinlich die AfD so ein bisschen daran hindert, mehr so in diesen Community fischen zu gehen. Es ist nicht, es gibt in der AfD, ich weiß von mindestens drei Politikern, die homosexuell sind. Ja, natürlich. Ja, auch wie du schon sagtest, Alice Weidel, Gerald Groß zum Beispiel auch, auch wenn er ja nicht in der AfD ist, aber den kennst du ja auch, aus Österreich. Den finde ich unglaublich intelligent und der macht ja auch nie irgendeinen Hehl draus, dass er schwul ist. Genau, genau. Und das ist auch nicht das Problem. Das Schöne ist ja, dass die Rechten im Grunde genommen überhaupt das Thema mit Homosexuellen überhaupt nicht aufmachen. Ja, richtig. Die Homosexuellen wurden, die sind schon längst akzeptiert, die sind schon längst angekommen. Ja, es ist nur das, was die LGBTQ-Propaganda macht, hier diesen ganzen Gendersprach-Irsinn. Ja, da gebe ich dir recht, ja. Die Verschleierung von biologischen Tatsachen bei Mann und Frau, ja, dieses, das alles ist es, was eigentlich so abgeschirmt werden muss von der Mehrheitsgesellschaft, weil es einfach unwissenschaftlich und gelogen ist. Es ist einfach eine schmierige Agenda, die aus dieser Bewegung da kommt. Aber homosexuelle Menschen verdienen die gleichen bürgerlichen Rechte und den Schutz wie jeder andere auch. Es gibt keinen Unterschied. Das sehe ich genauso, Kian. Aber ich finde auch da, finde ich, müsste sich die AfD halt wirklich einfach ein bisschen, ich sage es einfach mal, intelligenter positionieren, indem die da nicht einfach ankommt und sagt, eine Familie hat so und so auszusehen. Das muss ein Mann sein und eine Frau und zwei Kinder. Oder drei. Nee, das geht nicht. Warum? Warum machen die das? Das geht nicht. Wenn du nachts alleine über die Straße läufst als Frau, was ist dir lieber? Wenn du in der Bahn alleine neben irgendeinem, gut, ich will jetzt keine Schubladen aufmachen, aber da neben irgendeinem Moslem sitzt oder neben einem Schwulen? Wo hast du mehr Schiss? Das ist es. Ich meine, guck mal, noch ist im Grundgesetz, ist die Familie immer noch besonders geschützt, also gesondert geschützt. Noch gibt es diesen Paragrafen, dass die Familie unter dem Schutze des Grundgesetzes steht. Ja, also Vater, Mutter und Kind. Und ich, 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 ich selbst habe enorme Schwierigkeiten, mir vor, mir vorstellen zu können, dass zum Beispiel ein Kind von zwei Männern oder zwei Frauen aufgezogen wird. Dafür gibt es einfach zu viele innerbiologische Kriterien, die das schwierig machen. Ich glaube nicht, dass zwei Männer grundsätzlich nicht ein Kind erziehen können, das, also, oder zwei Frauen, ja, aber ich, ich halte trotzdem, ich bin ja studierter Biologe, ja, ich bin ja studierter Biologe und ich habe ja aus früherer Neugierde Genetik und Zoologie studiert, ja, und gerade besonders in dem Feld Zoologie, also da fällt mir immer wieder auf, also wie wichtig es ist, den biologischen Konterpart im Auge zu behalten, wenn wir zum Beispiel über, über Erziehung sprechen, Verhaltensforschung und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich es enorm wichtig, enorm wichtig, dass wir, dass wir das Prinzip Familie nicht aushebeln, weil die Familie war immer der Kern der Gesellschaft. Überall. Ja, Jan, Jan, siehst du, so schnell sind wir uns alle einig. Ist doch schön, oder? Nein, wir sind uns nicht einig, Mido, weil du verbietest das. Nein, 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 das stimmt doch, ich habe doch gar nichts gesagt, das verbietet. Nein, aber als Muslim, ich habe doch nicht gesagt, das verbietet. Als Muslim hast du deine Wenn- oder-Option, du hast als Muslim das abzulehnen. Aber warum? Die Juden, warte, warte, aber Moment, aber im Christentum doch auch und Judentum doch auch. Nochmal. Laut den drei Büchern ist bei allen drei gleich. Ja, aber ich habe nichts mit dem Juden oder Christentum zu tun und ich bin auch kein Apologete, der das rechtfertigt, nur weil es in anderen Büchern steht. Viele Dinge stehen in anderen Büchern, aber deswegen werden sie nicht richtiger, nur weil sie auch in einem anderen Buch zu finden sind. Ja, aber habe ich jetzt niemanden attackiert? Schwarze und Weiße müssen voneinander getrennt werden. Da haben sich die eine Schrift die andere bestätigt. Aber darum geht es nicht. Es geht hier darum, dass der Islam diese Konstellation komplett ausschließt. Ich schließe die Konstellation aus vielerlei Gründen aus, aber ich würde nicht ein bisschen mich dafür einsetzen, dass diesen Menschen irgendwie Schaden zugefügt wird, weil sie zum Beispiel homosexuell sind. Ich doch auch nicht. Ich doch auch nicht. Selbstverständlich. Ich auch nicht, absolut. Schau mal, Mido. Schau mal, Mido. Ich merke, bei dir gibt es immer grundsätzlich Probleme mit der ganzen Religion. Im Islam, im Islam, wann wird die Homosexualität bestraft? Wann wird die Homosexualität bestraft, Mido? Sorry, meine beiden Airports waren gerade leer, es gab gerade so einen Sprung. Kannst du wiederholen die Frage, bitte? Ich erzähle dich besser. Wann wird ein Homosexueller im Islam für seine Homosexualität bestraft? Soviel ich weiß, beim Geschlechtsverkehr. Wenn er sie auslebt, richtig? Das heißt, wenn er mit einem Mann in seinen vier Wänden ist, dann mischt sich der Islam dort nicht ein. Aber sobald ein Homosexueller in die Öffentlichkeit geht und er bezeugt seine Homosexualität oder er wird erwischt, weil die islamische Sittenpolizei ihre Nase reinsteckt und er sieht zwei Männer, die miteinander schlafen, dann droht Biden Dann gibt es Stress. Dann droht Biden die Todesstrafe. Stress. Genau. Das hat er nett umschrieben, aber das ist dann der Tod. Ich habe ein bisschen Beef gehabt. Genau. Aber wie im Buch Christentum und im Buch Judentum. Mein Lieber, ich habe dir schon mal gesagt, Mido, das ist what about Tism. Wenn du sagst, aber im Christentum ist es auch, das ist Tumtism. Mido, wenn du sagst, im Christentum gibt es das auch, dann gibst du zu, dass es ein Problem im Islam gibt, aber das Christentum hat auch ein Problem mit Homosexualität. Du schwächst dein eigenes Argument, wenn du so redest. Bleib Schuster, bleib bei deinen Leistungen. Nein. Ja, und versuche nicht, das Christentum und das Judentum zur Hilfe zu rufen. Ja, okay. Es ist so, es ist so, wie du sagst. Das ist nicht dein Argument. Leute, ganz kurz entschuldigt. Ja, gerne, Didi. Sag ihn mir. Ich muss nur ganz kurz reingrätschen. Ich würde mich langsam verabschieden, aber Kian, ich habe dich jetzt von meinem echten Instagram-Profil mit meinem echten Klarnamen, deswegen habe ich den hier nicht stehen, geeditet, dass du dich nicht wunderst. Bitte nicht laut aussprechen. Deswegen würde es mich freuen, wenn du mich da annimmst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Stream, eine gute Nacht und bis demnächst. Also, ihr Name ist... Schön, dass du da warst. Hier. Okay, Leute. Nein, 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 nein. Ist ein anvertrautes Gut und werde ich nicht machen. Recht herzlichen Dank für dein Vertrauen. Und auf gar keinen Fall wird irgendwas in dieser Richtung veröffentlicht. Okay? Super. Vielen lieben Dank, Leute. Schlaft gut. Ich habe zu danken, dass du da warst und vielen Dank also für deinen positiven Einwurf. Kann ich nur zurückgeben. Danke. Ciao. Recht herzlichen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Okay, also, das hätten wir geklärt. Und, ähm, ja, der Unterschied ist, mein Bester, der Unterschied ist, dass ich nicht die Todesstrafe für zwei Männer haben möchte, die nichts anderes dafür können, als dass sie sich lieben. ja, ich musste damit lange glauben. Ich doch auch nicht. Aber ich doch auch nicht. Entschuldigung. Wenn du mich fragst, mich persönlich, ich doch auch nicht. Also, ich unterstütze deine, deine, deine Position hundert Prozent. Mido, du bist voller, du bist voller Widersprüche. Entweder bist du Muslim und du akzeptierst, was der Islam sagt, oder du bist ein Rosinenpicker und du ordnest dir deine Religion so zurecht, wie es dir gerade nach deiner Nase passt. Also, du bist unzufrieden, also du bist sauer, du bist sauer, weil die Muslime nicht radikal sind, oder wie? Nein, ich bin enttäuscht, dass du dich nicht an die Anordnung des Propheten hältst. Wenn der Prophet in der Sondas sagt, dass er, dass jemanden, den ihr bei Sodomie oder bei der Homosexualitäten Ausübung erwischt, den bringt um, den schmeißt von einem höchsten Berg. Ich bin enttäuscht darüber, dass die Scharia klare Meinung hat und du nicht. Ich bin enttäuscht über deine Haltung, weil der Koran die Geschichte von Lot erzählt und es als einen großen Frevel betrachtet, dass zwei Männer oder zwei Frauen sich lieben. Und deswegen verstehe ich deine Position nicht. Was bist du für ein komischer Muslim, der Homosexualität gut heißt? Ich finde es ja gut, dass du nicht dagegen bist. Ich finde es ja gut. Aber nichtdestotrotz ist es, redest du gegen deinen Schöpfer. Milo, findest du, dass der Islam beziehungsweise der Koran perfekt ist? Wenn man die Zeit betrachtet, die Zeitunterschiede, ja. Also klare Ja oder Nein-Antwort ohne Wenn und Aber. Naja, aber du darfst nicht vergessen, in welcher Zeit wurde es geschrieben? Ja. Gut, wenn sich die Zeiten geändert haben, dann müsste man ja den Islam oder den Koran eben reformieren, oder? Nein, man muss bei der Wahrheit bleiben, aber man muss mit der Zeit gehen. Ja, Milo, dann ist aber nach jeder Zeit die Wahrheit irgendwie eine andere, oder? Und genau das meint doch Kian mit Rosinenpickerei. Genau das nicht, sonst wäre das wie die Bibel. Weißt du, alles umrechnen, alles, soll ich nicht umrechnen, umschreiben, anpassen, ein bisschen verschönern, Jesus, blaue Augen, blonde Haare und so weiter und so fort. Das kommt doch genau aufs Gleiche raus, wenn du jetzt sagst, jetzt leben wir aber in 2023, jetzt ist die Wahrheit ein bisschen eine andere und jetzt ist der Zeitgeist wieder so und jetzt in der aber nicht umschreiben. Das ist doch die Drei, aber du kannst, ja, aber du kannst ja nicht die Wahrheit umschreiben. Das geht ja nicht. Dann gibt es doch einen Bezug auf Homosexuelität und eine einzige Wahrheit, oder? Homosexuelität, ich meine, alle drei Religionen, schon mal, die Juden machen es ja genauso wie die Muslimen. Die sind ja noch deutlich moderner, gebe ich zu, weil, ja, weil die viele sind auch in westlichen Ländern so aufgewachsen, etc. Die Juden haben auch nicht ihre Bücher geändert, weil es gibt jüdische Gelehrten, beziehungsweise jüdische Bücher, jüdische Sätze, wo die sagen, dass alle Menschen deren Sklave sind, deren Besitz sind. Aber machen die das so? Nein, nein. Ja, aber guck mal, das ist doch, das ist doch wieder dieses Waterboardism. Nein, das ist Truthism. Guck mal, einfache Frage, findest du, dass der Islam oder dass der Koran reformierungsbedürftig wären? Oder würdest du selber sagen, nee, da gibt es keinen Handlungsbedarf, so wie es ist, ist prima. Du als Moslem. Es wird ja reformiert, aber ohne den Buch anzufassen. Wo wird das denn reformiert, bitte? Schau mal, schau mal zum Beispiel, nee, aber nehmen wir zum Beispiel die Scharia. Früher war überall Scharia, ja? Wie viele muslimische Länder gibt es jetzt Scharia? Vielleicht eins oder zwei? Da muss der Kian fragen, der wird ja mehr als einen Staaten auf, äh, nee, also ist es wirklich so, ich meine Libanon, Syrien, Ägypten, Tunesien, Nein, es gibt zwölf Staaten, die sich augenblicklich nach der Scharia ausrichten. Ja, aber die sind auch gelockert, deutlich gelockert auch. Nein, da gibt es nicht gelockert, also Iran ist wirklich einer der Länder, die wirklich krass ist, aber leider, wie du weißt, Iran, das Regime benutzt die Scharia gerne, um auch Gegner, Kritik, also Regimegegner, auch mundtot zu machen. Leider, leider. Wird einfach jeder hingerichtet, mit irgendwelchen Gründen, Hauptsache der ist tot. Ja, aber das hast du doch in sämtlichen Staaten, Sumido. Nein, wie sämtliche Staaten? Ja, das ist doch wieder prima aktuelles Beispiel mit Palästina. Es gibt Palästinenser, die Juden komplett akzeptieren und die auch Israel akzeptieren und dann gibt es eben solche Gruppierungen wie die Hamas. Aber die Hamas, ey, Hamas ist eine politische Gruppierung, ja, dahinter stecken sogar mehrere Staaten, sogar Israel steckt dahinter, Kandah, Iran, das ist eine ganz andere Gruppierung, das kannst du nicht vergleichen. Wir haben das dann in dem Stream besprochen, Israel steckt. Ja, wir haben ja besprochen, deswegen stört aber diese Wiederholung. Ich meine, Hamas, ich blute also in meinem Tier. Du wirst aber niemals zwischen Religion und Politik einen klaren Cut ziehen können. Ja. Ich bin dafür, ich bin dafür, Politik zu trennen. Ja, das ist schön, dann sagt das allen anderen Milliarden Muslime auf diesem Planeten auch, werden sie nicht machen. Milliarden Muslime. Das kannst du nicht, die Islam nicht für Politik trennen. Pony, Pony, eine Frage. Ja. Pony, wenn wir nach deiner Logik gehen, wenn du so denkst, dass Muslime so radikal, so gefährlich, so hasserfüllt sind, wir haben hier in Deutschland vier, fünf, sechs, weiß nicht, wir haben fünf, sechs, sieben Millionen Menschen in Deutschland. Nach deiner Logik müssten jeden Tag quasi 500 Menschen auf der Straße getötet werden, wenn die Menschen, wenn die Muslime so weinen, wie du sagst. Aber ist nicht so. Du, guck mal, erst mal habe ich ja nicht gesagt, dass alle Muslime radikal sind. Das definitiv nicht. Aber was mich halt immer amüsiert, den Islam wirklich sehr gestört hat und auch nach wie vor noch stört, weiß ich, ich sag dir immer ein Beispiel, wenn du 100 verschiedene Muslime in einen Raum, in einen Raum reinsperren würdest, du würdest spätestens nach zwei Minuten Leute schreien hören, du bist kein richtiger Moslem, du bist kein richtiger Moslem, du hast den Koranen verstanden, du hast die falsche Übersetzung gelesen und so weiter und hinterher liegen da 100 Tote oder 99. Ja, wenn es schlecht läuft, 100 Tote, aber so ist das, weil, guck mal, das ist auch der Grund, warum die Muslime so überzeugt sind. Und das ist das, was mich auch bei den Deutschen, das ist, was bei den Deutschen traurig macht. Jeder sagt, ich höre oft, Deutschland, christliches Land, Abendland und so weiter. Das ist leider nicht mehr so, muss ich zugeben, das macht mich traurig. Ich hätte gerne, ich hätte gerne, dass Deutschland ein christliches Land wäre, aber das ist leider nicht so. Es kann doch nicht sein, dass eine Kirche, die LGBTQ-Flagge von einer Lobby, die LGBTQ ist eine Lobby, dass eine Flagge, dass sie so unter Druck fühlen, eine LGBTQ-Flagge auf eine Kirche dissen oder hängen, das ist für mich ein No-Go. Und was meinst du, was würde denn passieren, wenn du jetzt eine LGBTQ-Fahne an der Kirche aufhängst und wenn du eine LGBTQ-Fahne an der Moschee aufhängst? Dann müssen wir nicht drüber reden, oder? Genau. Nochmal bitte. Wenn du jetzt eine LGBTQ-Fahne, diese Regenbogenfahne, wenn du eine einer Kirche aufhängst, einer christlichen Kirche und die gleiche Fahne nochmal an der Moschee, was passiert dann wohl? Ich sag's ja, die Muslime sind so stark davon überzeugt, deswegen wird sofort dann demonstriert beziehungsweise dagegen vorgegangen. Ja, eben. Und deshalb finde ich auch persönlich, dass eben die... Aber genau das macht mich traurig. Warum machen das die deutschen Christen nicht? Warum lassen sie sich alles gefallen? Warum werden alle mundtot gemacht, sobald man kritik gegen LGBTQ? Genau, genau das ist doch eben dieser Punkt. Weil sie es einfach... Weil Christen das größtenteils... Es gibt ja auch viele Gegenstimmen. Ich selber bin Atheist. Ich bin da sehr neutral. Und ich finde mit Sicherheit nicht alles gut, was bei LGBTQ läuft. Ganz im Gegenteil nicht. Aber mich persönlich juckt das nicht. Wenn da zwei Männer Händchen halten und über die Straße gehen. Ich habe selber eine kleine Tochter. Die ist neun Jahre alt. Und wenn die mich jetzt fragen würde, Papa, guck mal, da sind zwei Männer, die halten Händchen. Dann sag ich, ja gut, die lieben sich halt. Ich lebe doch in Berlin. Wenn sich zwei Frauen küssen oder sonst irgendwas. Mich juckt es einfach nicht. Ja, mich juckt es auch nicht. Weil die christliche Kirche nicht generell, aber tendenziell einfach deutlich toleranter ist als eben der Islam. Lieber Pony, guck mal, ich lebe in Berlin, ja? Vier Millionenstadt, viele Muslime, viele Flüchtlinge mittlerweile. Und was denkst du, wenn du allein durch die U-Bahn fährst, S-Bahn, etc., Kreuzberg, Neukölln und so, wo die ganzen Araber leben sogar. Was denkst du, in Neukölln zum Beispiel, was denkst du, wie viele Schwulen und Lesben da rumlaufen? Ja, aber auch Gegenweis wie eine Kippe. Ich gebe zu, es kann ein Jürgen Laufherst und die Uhr zeig mal durch Kreuzberg. Das überlebst du nicht. Okay, das ist aber ein, das ist ein Großstadt. Jede Millionenstadt hat diese Probleme. Jede. Wo kommen sie her? Wie kommen sie her? Von wem wird denn eine Kippe? Das ist jetzt so billig. Geh mal nach Dresden. In Dresdensinne sind es die Deutschen. Wenn du mit einer Kippe, dieses Käppchen von, was die Juden da hinten so auf dem Hinterkopf haben, wenn du da durch Dresden läufst, glaube ich, ist die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich höher, als wenn du das um diese Uhrzeit nachts in Neukölln oder Kreuzberg machst. Nee. Ich wette, mit dem in den Juden passiert gar nichts. Liebe Freunde, ich muss leider jetzt langsam den Stream zu Ende bringen. Leider Gottes ist so ein bisschen der Schwung rausgegangen aus dem, weil einfach nicht mehr genügend Zuschauer da sind. Aber ja, das bin ich, Juju. Das bin ich mit ungefähr 20, 21, da habe ich mein Bart sogar noch ein bisschen länger wachsen lassen. Das war mit meiner Theologieausbildung, da habe ich mein Zertifikat bekommen und da haben wir damals dann vor 20 Jahren oder 25 Jahren dann dieses Bild geschossen. Da steht die doch gut. Siehst du, hübscher Mann. Ja. Ja, im Bart generell stehen Männern gut. Na ja, dann wird es Zeit. Komm, lass wieder wachsen. Ja, mache ich. Aber nur, wenn ich ein frommer Jude werde. Nein, Moslem. Du kommst, du bist wieder Moslem. Die nächste Religion ist das Judentum. Das ist lustig. Wie dann immer noch so Gegner kommen, die zu Kian sagen, du warst nie richtiger Moslem. Ja, und dann so etwas hier. Ja, das ist die Realität. Das ist so, so bin ich groß geworden. Also ich war tief in dieser islamischen Welt drin. Ich war wirklich kein Cafeteria-Muslim. Ich war, ich habe meine Religion studiert und habe es super ernst genommen. Ja. Das ist doch schön. Solche Themen hier, AfD, Gesellschaft, Politik, das ist, ich finde, man sollte mehr darüber reden, anstatt immer Verse zu lesen, etc. Weil was passiert ist, ist passiert. Kann man nicht ändern. Die letzten 6000 Jahre, wie sagt man so schön, die Würfel sind gefallen. Geschichte wurde schon geschrieben. Aber es wird Zeit, die neue Geschichte zu schreiben. Und ich finde, die gesellschaftlichen Themen ja aktuell sehr wichtig. Die Grünen, AfD, wie die Grünen versuchen, die Wirtschaft hier lahmzulegen und ja, diese Heuschelei, Doppelmoral und dann die AfD, dass die Gesellschaft unzufrieden ist, dass die Deutschen unzufrieden sind, wie es läuft, die wenigen Geburtsrate, dass die Frauen kaum mehr Kinder machen zum Beispiel oder keinen Bock mehr haben, Kinder zu machen. Solche Diskussionen finde ich viel spannender und interessanter. Gut, ist ja auch nicht nur kein Bock, es ist auch einfach viel zu teuer. Auch, auch, auch so ein Punkt. Ich habe letztens hier gesehen, ich wohne, ich lebe in Berlin. In Berlin ist ja die Kita kostenlos. Man zahlt nur, ich glaube, 30, 40 Euro für das Essen. Aber als ich gelesen habe, in NRW oder andere Bundesländer, die kosten teilweise 200, 300 Euro pro Kind. Ja. Und vor allem, wenn du nicht arbeiten gehst, wenn du schön Bürgergeld beziehst, dann was salzen da. Ja eben, das meine ich ja. Diese Unfairness muss diskutiert werden. Ich finde, das ist viel und wichtigere Debatte, weil das betrifft uns alle. Weißt du? Ja, definitiv. Liebe Freunde, ich mache wieder einen Livestream, wahrscheinlich nächste Woche. Am Samstag oder Sonntag. Und dann schauen wir mal eher zu, wie viel wir wieder reinbekommen. Ich habe teilweise 2000 Zuschauer gehabt. Und dann ist aber mein Hauptaccount mir um die Ohren geflogen. Jetzt muss ich mir das wieder alles aufbauen. Auf jeden Fall, Islam bleibt auf der Tagesordnung, weil sich unsere Gesellschaft auch demografisch durch die zuwandernden Muslime ändert. Und deswegen wird das sicherlich auch zu einem bisschen bleiben für mich. Aber vielen Dank. Aber kann ich dazu was hinzufügen? Ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, weil Roy, du kennst dich so Roy, du kennst ja, der mal rumbrüllt und so. Der war im anderen Stream, dass ich mir da sagte zu mir, ja, du hast mal gesagt zu mir, dass ich mal gesagt hätte, ob du willst oder nicht, Deutschland wird in 30 Jahren muslimisch sein. So habe ich es nur so weg, weil ich es so einfach provozieren wollte. Dann hat er gesagt, du willst, dass hier Scharia kommt. Ich meinte, guck mal, die meisten muslimischen Länder haben keine Scharia. Warum sollen die Muslime hier Scharia wohnen? Aber ich habe ihm gesagt dann, wenn wirklich, wenn wirklich irgendwann in Deutschland die Scharia kommt, dann sind die Deutschen selber schuld. Punkt. Ja, natürlich sind sie selber schuld. Da bin ich ja nicht, der dir widersprechen würde. Und das ist einfach so, genau diese Demografie, dieses Ding. Wenn die Scharia kommt. Wie bitte? Du würdest dich freuen, wenn die Scharia kommt, richtig? Absolut nicht. Warum? Warum sollte ich mich freuen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich kenne ja nicht Scharia. Ich habe nie unter Scharia gelebt. Ich kenne es nicht. Weißt du? Du, ja, du hast es gelebt. Du hast in Iran, du hast deine Erfahrung gemacht. So sieht es aus. Ja, deswegen. Und wenn du siehst, ja, und mein Ursprung ist Syrien, Nordsyrien, ja, und da sind Christen, Kurden, Juden, Araber zusammen, haben da gelebt, in Dörfern. Ja. Na gut, meine Lieben, ich bin auch mal raus. Kian war trotzdem ein toller Stream. Vielen Dank, recht herzlichen Dank für alle, die da gewesen sind. Vielen Dank für die Likes noch jetzt in dem Stream und ja, auch für die Gifts und so weiter und so fort. Recht herzlichen Dank. Ich würde sagen, dann bis demnächst wieder und ja, für alle, die eisern durchgehalten haben, danke schön, dass ihr über Stunden hinweg hier gewesen seid. Recht herzlichen Dank. Gut. Dann wünsche ich für alle eine gute Nacht und dann bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao, ciao.